Hallo, ich bin Li und heute gibt es die schönsten Märchen zum Einschlafen und Träumen aus 2021. Möchtest du keines der Hörbücher und Gute-Nacht-Geschichten auf meinen zwei Kanälen mehr verpassen? Dann klick einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video und hol dir ein gratis Abo. Der Wassermann In Norddeutschland gibt es große, buchtenreiche Seen, die sich zwischen bewaldeten Hügeln weithin erstrecken und mit grünen Inseln anmutig geziert sind. An einem solchen See, gerade an der Stelle, wo ein Bach einmündete, nachdem er weite, grüne Wiesentäler und rauschende Buchenwälder durchströmt hatte, lag in der Talsenkung ein Dorf mit seinen Feldern und Wiesen recht wie eine Insel in den Wald eingesprengt. In diesem Dorfe wohnten nah am Wasser ein Fischer und seine Frau mit einem kleinen Sohne, der Konrad hieß. Dessen liebste Spielgefährtin war Gertrud, die kleine Tochter des benachbarten Bauern. Da die Gärten der Eltern aneinander grenzten, so schlüpften die Kinder alle Tage durch eine Heckenlücke hinüber und herüber, und jedes war in den Räumen des Nachbars ebenso zu Hause wie in den eigenen. Sie streiften auch gemeinsam an den Ufern des Sees umher, der stille, flache Buchten hatte, bedeckt mit weißen Wasserrosen oder von Rohrwäldern umsäumt war, in denen das schwarze Wasserhuhn und der Kragentaucher nisteten und die kleinen Rohrsänger unablässig ihren schwatzenen Gesang erhoben. An manchen Stellen war das Ufer sandig und frei und dem Schlage der Wellen ausgesetzt. Dort suchten sie Muscheln und Steine, und diese Schätze sammelten sie alle an einem verborgenen Ort zwischen den dichten Dornbüschen, wo in dem lehmigen Abhang eine kleine Höhlung war. Sie hatten dort große Muscheln wie längliche Schalen, die inwendig wie Perlmutter glänzten, und Steine klar wie Glas oder weiß wie Milch. Manche waren von buntem Geäder anmutig durchzogen und einer, den sie besonders wert hielten, war durchscheint und glänzend, wenn man ihn gegen das Licht hielt, wie das Morgenrot. Auch bernsteingelbe Donnerkeile bewahrten sie dort, von denen die Großmutter erzählt hatte, die seien mit dem Blitz vom Himmel gekommen. Doch der größte Schatz war ein glattpoliertes Steinbeil, wie es unsere heidnischen Vorfahren, die noch keine Eisenkanten zu benutzen pflegten. Die Kinder hatten es auf der benachbarten Insel gefunden, zu der Konrads Vater, wenn er zum Fischen ausfuhr, sie manchmal überzusetzen pflegte. Auf dieser Insel, die dicht mit großen Bäumen und niederem Buschwerk und Gestrüpp überwachsen war, sollte zur heidnischen Zeit ein Heiligtum gewesen sein. Und wirklich befand sich auch noch auf ihrem höchsten Punkt unter düsteren, uralten Eichen eine Anzahl mächtiger, mit Moos überwachsener Felsblöcke, die zu einem Kreise angeordnet waren. Einmal waren Konrad und Gertrud durch das Dickicht bis dahin vorgedrungen. Allein es war dort so düster und einsam, und man hörte nichts als das Sausen des Windes in den Zweigen und den rauen, dumpfen Ruf eines Raben, der in den Eichen sein Nest hatte, so dass die Kinder einen Schauer anwandelte und sie eilig wieder an das Seeufer zurückkehrten, wo die freundliche Sonne schien und ihnen die glänzenden Wellen vertraut entgegenrauschten. Wenn der Winter herankam, so bot sich mannigfache andere Unterhaltung dar. Zuweilen trat auf lange Zeit strenge Kälte ein, ohne dass Schnee dazu fiel, und dann geschah es, dass sich der ganze See mit einer spiegelblanken sicheren Eisfläche bedeckte. Dann holte Konrad seine Schlittschuhe hervor und fuhr Gertrud in ihrem Schlitten weit hinaus bis an die Insel und darüber hinweg. Am Abend saßen sie dann im Fischerhause in der Küche am warmen Herdfeuer und während draußen auf dem See von der strengen Kälte mit mächtig hallendem Donner von Ufer zu Ufer riesenlange Spalten in das Eis sprangen, erzählte die Großmutter die schönsten Geschichten. Die Großmutter hatte ein Gesicht aus lauter kleinen Falten und Fällchen zusammengesetzt, aber ihre Augen waren noch hell und klar. Und wenn sie erzählte, da blickte sie unverwandt vor sich hin in die Dunkelheit, als sähe sie dort alles leibhaftig vor sich. Sie wusste alle Sagen aus der ganzen Umgegend und so viele Märchen, dass sie, wenn sie wollte, an jedem Winterabend ein Neues erzählen konnte. Eines Abends, als wieder einmal der zugefrorene See heftig rumorte und das Hallen der Rollen und Donnern gar nicht aufhörte, sagte sie, »Unten, auf dem Grunde, wo der See am tiefsten ist, hat der Wassermann sein Schloss aus Korallen, Muscheln und Bernstein, so herrlich, dass es gar nicht zu beschreiben ist. Ringsum liegt sein Garten, in dem sind die Steige mit Perlen bestreut, die Beete mit Perlmuttermuscheln eingefasst und die herrlichsten Blumen mit goldenen und silbernen Blättern und leuchtend wie Edelsteine wachsen darin. Dein Vater, Konrad, hat einmal in einer Vollmondnacht auf dem Grunde die ganze Herrlichkeit schimmern und glänzen sehen. Allein hat er nachher die Stelle niemals wiederfinden können. In dem Schlosse des Wassermannes sind viele herrliche Zimmer, doch eines davon enthält weiter nichts, als an den Wänden viele Borte, an denen eine Menge von verschlossenen, bauchigen Glasflaschen stehen. Sie sind mit Wasser gefüllt und zuweilen plätschert es darin, als sei ein Fisch mit eingeschlossen. Allein man sieht nichts darin. Diese Flaschen enthalten die Seelen der im See ertrunkenen Menschen. Er selbst hat keine Seele, aber die Seelen anderer zu besitzen und festzuhalten, gefällt ihm. Hört ihr, wie das Eis draußen donnert und heilt, wenn die Spalten hineinspringen? Das tut der Wassermann. Es behagt ihm nicht, dort unten im See wie in einem gläsernen Gefängnis zu sitzen, und da stemmt er sich mit mächtiger Kraft unter die Eisdecke, dass sie krachend zerspringt. Aber fortbringen kann er sie doch nicht. Da muss er auch warten, bis vom Süden der Tauwind kommt. Wenn ihr einmal an einer verborgenen Stelle ein kreisrundes Loch im Eise findet, so groß wie ein Wagenrad, da verhütet euch, das ist das Wassermanns Ausguck. Die Ränder des Eises sind dort rund, wie abgeschliffen, und das Wasser gefriert auch bei der strengsten Kälte nicht. Dort taucht er zuweilen auf und schaut nach dem Wetter, ob nicht bald der Südwind kommt. Auch lauert er gern unter dem Eise und zieht die herab, die dem Loch zu nahe kommen. Darum hütet euch davor. Kann man die armen Seelen gar nicht retten? fragte Gertrud plötzlich. Wer die Blume des Lebens findet und sie auf dem Herzen trägt, dem kann, solange ihr Duft andauert, das Wasser und der Wassermann nichts anhaben, sofern er der Verlockung widersteht, von dessen Speisen und Getränken zu genießen. Er darf ruhig ins Wasser springen und kann dort wie auf dem Lande leben und sich bewegen. Aber die Blume des Lebens ist sehr schwer zu finden. Sie blüht mitten im Winter an einsamen Orten aus dem Schnee hervor und wird sie nicht gepflückt, so vergeht sie wieder eine Stunde nach dem Aufblühen und löst sich in eitel Duft auf. Auf der Insel, wo das Heidenmal ist, soll sie einmal vor vielen Jahren einer hier aus dem Dorfe gesehen haben, wie sie mitten in dem großen Steinring aus dem Schnee gewachsen war. Allein er hat sich gefürchtet und ist davon gelaufen. Also erzählte die Großmutter. Am anderen Tage hatte die strenge Kälte nachgelassen und es war ein schöner, sonniger Wintertag. Nach dem Mittagessen setzte sich Gertrud in ihren Schlitten und Konrad fuhr sie auf den See hinaus. Sie hatten sich heute eine größere Reise vorgenommen und wollten ganz um die Insel herumfahren. So weit waren sie in früheren Jahren noch nie gekommen. Nach einer Viertelstunde unablässiger Fahrt waren sie in die Nähe der Insel gekommen und Konrad hielt an, um ein wenig zu verschnaufen. Dann wandte er sich seitlich, um das Eiland im großen Bogen zu umfahren. Das Eis war hier noch glatt und unberührt und sah schwarz und glänzend aus. Wenn Konrad jetzt den Schlitten anhielt, so hörte man nichts als das Flüstern des Windes in dem trockenen Schilfruhr am Ufersaum der Insel und ein Hallen und Tönen in der Eisfläche, das sich von entfernten Orten her fortpflanzte. Vom Dorf sahen sie nichts mehr, weil sich die Insel davor geschoben hatte. Es war ganz einsam auf der sonnenbeglänzten Eisfläche. Ich fürchte mich, sagte Gertrud. Das Eis ist sicher, antwortete Konrad. Der Vater hat's gesagt. Ich fürchte mich vor dem Wassermann, sagte Gertrud und schauderte zusammen. Es gibt gar kein Wassermann, rief Konrad. Das ist ja nur ein Märchen. Mit einem Male schraken die beiden Kinder zusammen, denn mit lautem Krachen sprang vor ihm eine Spalte in das Eis und pflanzte sich mit laut nachhallendem Donner über den See hinfort. Das war er, das war er, flüsterte Gertrud. Lass uns umkehren. Aber Konrad beschwichtigte und tröstete sie und erklärte ihr, dass sie sich gerade auf der Mitte des Weges befinden und, wenn sie ihren Weg fortsetzten, ebenso rasch nach Hause kämen. Und so fuhren sie weiter. Sie kamen bald an einen Ort, wo sich eine rings von Ruhe besäumte kleine Bucht in die Insel hineinzog und einen abgeschlossenen, einsamen Winkel bildete. Als Gertrud dort hineinblickte, rief sie in plötzlichem Schrecken, siehst du dort, der Ausguck des Wassermannes, fahr schnell vorüber. Aber Konrad, von Neugier erfüllt, hielt den Schlitten an und sagte, wenn man nur nicht herangeht, ist es nicht gefährlich. Sieh mal, es ist ganz so, wie es die Großmutter beschrieben hat. In einiger Entfernung war ein kreisrundes Loch im Eise mit glatten Rändern und das Wasser darin war von dem leichten Luftzuge, der ringsum das welke Schilf flüstern machte, leicht gekräuselt. Als die Kinder nun unverwandt mit jener Bangigkeit, die das unheimliche Einfluss darauf hinstarrten, blitzte es in dem Wasser plötzlich auf. Der goldene Rücken eines großen Fisches hob sich hervor und bewegte sich unruhig hin und her. Plötzlich fing das Tier an, mit dem Schwanze zu schlagen und sich emporzuschnellen und ehe es man sich versah, lag der armlange Fisch zoppelnd auf dem Eise und strebte vergeblich wieder ins Wasser zurück. Solches Meerwunder hatten die Kinder noch niemals gesehen. Das Tier war lasurblau und goldengestreift und warf förmlich Funken in der Sonne. Konrad konnte seinen Jagdeifer nicht zähmen. Er rief, den muss ich haben. Und obgleich Gertrud bat und weinte, lief er auf den zappelnden Fisch zu und packte ihn mit beiden Händen um den glatten Leib. Aber kaum war dies geschehen, da glitt das Tier mit unwiderstehlicher Gewalt den Knaben mit sich reißend in das Loch zurück und in einem Augenblick waren beide verschwunden. Gertrud schrie und weinte, allein es blieb ihr nichts weiter übrig, als den Schlitten im Stich zu lassen und eilig nach Hause zu laufen, um unter fortwährenden Tränen das schreckliche Ereignis zu verkünden. Einige mutige Männer zogen mit dem Vater des Knaben mit Stangen hinaus und suchten den ganzen Grund in der Umgebung des Loches ab. Allein sie fanden nicht das Geringste. Trauer und Schrecken verbreitete sich in dem Dorf über das unglückliche Ende des kleinen Konrad, aber am traurigsten war doch Gertrud. Sie weinte Tag und Nacht so lange, bis sie keine Tränen mehr hatte. Dann kam eine Ruhe über sie und der Entschluss stand plötzlich fest, dass sie ihr Leben daran setzen wollte, den kleinen Konrad aus seiner Gefangenschaft zu retten. Sie nahm eine goldene Kapsel, die ein Andenken an ihre Mutter war, und hing sie so um den Hals, dass sie unter dem Kleider auf dem Herzen ruhte. Dann steckte sie ihre Taschen voll Brot und an einem Sonntag in der Morgendämmerung machte sie sich auf, die Blume des Lebens zu suchen. Sie dachte, auf der Insel würde und müsste sie zu finden sein. In der Nacht war Schnee gefallen und der See lag als eine weiße, unberührte Fläche vor ihr und wie ein grauer Nebelhügel hob sich in der Dämmerung die Insel hervor. Sie befahl ihre Seele Gott und schritt durch den weichen Schnee darauf hin. Als sie dort anlangte, war die Sonne aufgegangen und Gertrud wandte sich noch einmal, um auf das Dorf zurückzublicken. Es lag mit seinen weißen Dächern im blauen Winterdunst und aus den Schornsteinen stieg der helle Rauchkerzen gerade in die Luft, sich deutlich abhebend gegen den Wald, der wie eine dunkle Mauer in großem Bogen die Feldmark umgab. Dann kam vom Kirchturm her die Klänge des Morgengläutes und schlang sich wie mit weichen Fäden um ihr Herz, um sie zurückzuziehen, aber sie wendete sich und drang mutig in das schneebedeckte Dickicht ein. Sie hielt immer die Augen auf den Boden gerichtet und achtete es nicht, wenn die Zweige, die sie streifte, ihr den Schnee in Gesicht und Nacken schütteten. Sie zwängte sich durch das Gestrüpp und kroch durch die Lücken, aber immer war es vergeblich. Schon läutete es im Dorfe zum letzten Mal zur Kirche, schon hatte sie fast die ganze Insel durchsucht, aber immer noch nichts gefunden. Sie stieg den Hügel empor, wo die mächtigen Eichen ihre knorrigen Äste in die Luft streckten. Dort hatte die Blume schon einmal geblüht, es konnte ja wieder sein. Hier sah sie im Schnee, der sonst überall ganz unberührt und frisch war, plötzlich eine Menge von kleinen, feinen Fußspuren, die alle auf den großen Steinring zuliefen. Sie folgte ihnen voll Verwunderung und fand, dass sie alle durch eine der Lücken in den Ring hineinführten und auf zwei der mächtigen Steinblöcke zugingen, die, mit den Häuptern gegeneinander geneigt, eine dunkle Höhlung bildeten. Als sie davor stand, sah sie, dass diese Öffnung wirklich der Eingang zu einer Höhle war. Eine warme Frühlingsluft und ein Duft nach grünen Waldkräutern und Pfeilchen wehte daraus hervor, so dass der Schnee am Rande der beiden Felsblöcke zerschmolz und in glänzenden Tropfen zu Boden fiel. Gertrud ging mutig hinein und schritt einen schmalen, finsteren Gang hinab, der gerade so hoch war, dass sie, ohne sich zu bücken, darin gehen konnte. Allmählich ward es heller und der Blumenduft stärker und endlich trat sie in einen hohlen Raum, der ganz von sanftem Licht erhellt war. Dieser helle Schein ging aber von einem wunderschönen nackten Kinder aus mit schimmernd weißen Gliedern, das inmitten der Höhle auf einem Bette von blühenden Feilchen lag und schlief. Aus den Wänden und aus der Decke dieses Raumes waren überall in dichter Fülle die mannigfachsten Frühlingsblumen hervorgewachsen als seine duftende Bekleidung und alle die tausend dicht gedrängten Blumensterne waren wie ebenso viele Augen auf das schöne schlafende Kind gerichtet. Gertrud war bei diesem wunderbaren Anblick wie in Andacht versunken. Sie faltete die Hände und konnte kein Auge davon abwenden, als plötzlich eine feine Stimme fragte, »Wer bist du, die hier eintritt zur guten Stunde?« Gertrud sah ein kleines, grüngekleidetes Männchen mit eisgrauem Bart und einer roten Kappe vor sich stehen, das sie mit gutmütigen Augen anblickte. Sie sprach, »Ich suche die Blume des Lebens.« Das Männchen erwiderte, »Nur ein unschuldiges Herz und dein reiner Wille findet den Weg hier herein. Dein Begehren soll erfüllt werden.« Unterdessen waren noch mehr ebenso gekleidete Männchen aus dem Hintergrunde der Höhle gekommen und blickten Gertrud neugierig an. Dieser aber vermochte noch immer nicht die Augen von dem schlafenden Kind abzuwenden und als der Alte das bemerkte, sprach er, »Du möchtest wissen, wer dieses schlafende Kind ist?« »Es ist das Jahr, Kind, gutes Mädchen, und wir haben es in sicherer Hut, bis seine Zeit da ist.« Die letzte Rose des Sommers trägt ungleich anderen Rosen ein Samenkorn wie eine Walnuss groß, das wir in unsere Pflege nehmen und sorglich behüten. Um die Zeit der Sonnenwende springt seine Schale und ein winziges Kindlein liegt darin. Das nähren und säugen wir mit Blumenhonig und Morgentau, bis dass es immer schlafend ein großer, starker Knabe geworden ist und erwachsen hinaustritt in die winterliche Welt. Aus seinen Spuren wachsen Blumen und Gräser und unter seinen sonnigen Blicken ergrün die Bäume und eine Wolke von singenden Lärchen schwirrt über seinem Haupte. »Es ist der künftige Frühling, der hier schläft. Nun erzähle uns auch deine Geschichte.« Gartrud tat dies und die kleinen Männchen hörten voll Rührung zu. Dann sprach der Alte wieder, »Du bist der Blume des Lebens wert, mutiges Mädchen.« zog eine silberne Schere aus dem Gürtel und schnitt von den Haaren des Jahrkindes, die so fein und golden wie Sonnenstrahlen waren, eines ab und reichte es Gartrud hin. »Nimm dieses Haar,« sagte er, »und lege es draußen auf den Schnee. Dann wird die Blume des Lebens hervorblühen.« Dann reichten alle kleinen Männchen Gartrud die Hände und sie kehrten durch den engen Gang wieder zurück. Aber er war jetzt nicht mehr dunkel, denn das Haar in ihrer Hand leuchtete ihr in mildem Lichte voran. Als sie draußen angelangt war, kniete sie nieder und legte das Haar auf den Boden. Als sei es glühend, versank es sofort in dem aufzischenden Schnee, der alsbald in weitem Umkreis hinweg schmolz, dass der schwarze Boden frei ward. An der Stelle, wo das Haar versunken war, kam sogleich ein Keim aus der Erde und faltete sich zu einem Blätterstern aus leuchtendem Blaugrün auseinander, aus dessen Herzen ein Blütenschaft emporwuchs, der sich an seinem Ende zu einer Knospe verdickte. Diese schwoll an und deutete sich. Es ward ein Kling in der Luft wie ferner Lärchengesang, und plötzlich öffnete sich ein roter, strahlender Blütenstern, auf dessen Grunde leuchtende Fäden standen, fein und golden wie Sonnenstrahlen. Zugleich verbreitete sich ringsum ein Duft, der so stark und herrlich war, dass Gertrud fast davon betäubt ward. Aber sie verlor nicht ihre Zeit. Mit bebenden Fingern und voller stummer Andacht brach sie die Blume und verbarg sie in der goldenen Kapsel an ihren Herzen. Dann ging sie eilfertig den Berg hinab zu der kleinen Bucht, wo sie bald das runde Wasserloch, dunkel abgezeichnet in der weißen Schneeflur, erblickte. Sie ging darauf zu, sprach ein kurzes Gebet und die Hand aufs Herz gedrückt, wo ihr kostbarer Schatz ruhte, sprang sie mutig in die Tiefe. Das Wasser spritzte hoch auf und schlug über ihr zusammen. Eine Weile wogte und walte es noch, bis es bald wieder glatt und blank da lag, als ein Nichts geschehen. Ringsum war alles still und einsam, nur ein kleiner Zaunkönig saß in dem Wipfel einer Eiche im Sonnenschein und sang ein kleines fröhliches Lied trotz Schnee und Eis und Winterkälte. Als Gertrud auf dem Grunde des Sees anlangte, empfand sie kaum, dass sie sich im Wasser bewegte. Nur fühlte sie, dass sein Element sie umschloss, schwerer und kühler als die Luft. Sie sah einen weißen, gewundenen Sandweg vor sich, der allmählich in die Tiefe führte. Sie schritt so schnell, sie konnte auf ihm dahin. Zur Seite wuchsen auf dem Grunde gefiederte Wasserpflanzen, die ihre feinen Blätter leise bewegten, wenn ein Fisch vorüberschwamm. Sie sah dies alles erst, nachdem sich ihre Augen, die aus der blendenden Helle kamen, daran gewöhnt hatten, denn, weil Schnee auf der Eisdecke lag, herrschte unten eine trübe Dämmerung. Zuweilen kam eine ganze Schar kleiner Fische angeschwommen und schoss schnell an ihr vorüber, oder sie warteten, bis Gertrud vorbei war und stierten indessen mit dummen Augen auf sie hin. Manchmal erschreckte sie ein riesiger Hecht, der raubgierig zwischen den Wasserpflanzen kauerte und sie tückisch anglotzte. Einmal kam auch ein ungeheurer Wild, um dessen breites Maul die schmalen Bartfäden spielten. Es schwamm eine Weile neben mir her und schien sich gewaltig zu wundern. Dann blieb er träge zurück und legte sich auf den Grund. Mächtige Aale glitten wie Schlangen über den Weg und Krebse schnellten eilig zurück ins Kraut, wenn sie vorüber kamen. Endlich gelangte sie an einen Ort, der so aussah wie eine große grüne Wiese, und hier erblickte sie eine Gestalt, die in einiger Entfernung stand und auf sie hinblickte. Ein freudiger Schreck durchrieselte sie beim Näherkommen, denn sie sah, dass es Konrad war. Er stand dort mit einer Gärte in der Hand und hütete eine große Herde von alten, bemoosten Karpfen, die so fett waren wie Schweine. Sie lief eilig auf ihn zu, ergriff seine Hand und rief, Konrad, komm mit mir, ich will dich retten, ich habe die Blume des Lebens. Der Knabe zog seine Hand aus der Ihren, sah sie fremd an und sprach, deine Hand ist so warm, ich kenne dich nicht. Da fiel es ihr erst auf, dass er sich anfühlte, kalt wie Eis. In seinen Augen war ein leerer Glanz, wenn er sie anblickte, und sie sah mit einem Mal, dass er keine Seele mehr hatte. Das Mädchen brach in Tränen aus, und eine von ihnen fiel zufällig auf Konrads Hand. Da kam es plötzlich wie ein warmer Schein in seine Augen. Es war einen Augenblick, als ob er sie erkenne, allein sofort erlosch es wieder, und er blickte so gleichgültig wie zuvor. Ich darf hier nicht fortgehen, sagte er dann. Ich muss die Karpfen hüten, wenn ich nicht gut aufpasse, wird der Wassermann mich beißen, er hat so spitze grüne Zähne. Traurig schritt Gertrud weiter und gelangte bald an einen Ort, wo der Garten des Wassermanns seinen Anfang nahm. Die seltsamsten Pflanzen wuchsen um sie her mit feinem goldenen und silbernem Blätterwerk wie Fischschuppen anzuschauen. Andere trugen wieder große blaue oder rote durchscheinende Blätter und wogten und schlängelten sich, als seien sie lebendig. Dazwischen schwammen Fische von unerhört seltsamen Form. Manche waren durchsichtig wie Glas und andere leuchteten in allen Farben wie Edelsteine. Dann dämmerte auch das Schloss des Wassermanns vor ihr auf und als sie ans Tor kamen, schossen plötzlich zwei riesengroße Hechte, die dort Wache hielten, auf sie zu und zeigten grimmig ihre spitzen Zähne. Aber plötzlich verspürten sie die Wirkung der Blume des Lebens, fuhren eilig wieder zurück und glotzten nun von Ferne auf sie hin. Gertrud trat in das Schloss ein und gelangte in einen großen Muschelsaal, in dessen Fußboden allerlei Fische mit kostbaren Steinen künstlich ausgelegt waren. Da saß der Wassermann hinter einem Tisch mit köstlichen Gerichten ganz allein und aß und trank blutroten Wein dazu. Er stierte mit tückischen Augen auf sie hin, fletschte seine grünen spitzen Zähne und schrie »Was willst du hier erden, Worm?« »Du sollst mir Konrad wiedergeben«, sagte Gertrud unerschrocken. Der Wassermann lachte hässlich. »Der muss die Karpfen hüten, den kann ich nicht missen«, sagte er. »Auch, hat er eine so unschuldige kleine Seele, die mir wohl gefällt. Du hast ja die Blume des Lebens, sieh zu, was du damit machen kannst. Dann lachte er wieder höhnisch, jedoch bald verzerrte er sein Gesicht zu einem freundlichen Grinsen und sagte »Doch, du bist nun mein Gast, Kind, komm her und ich«. Damit schob er die schönsten Speisen zu ihr hin und füllte einen goldenen Becher mit Wein. Gertrud war hungrig, sie hatte den ganzen Tag noch nichts gegessen und die Gerichte des Wassermannes dufteten sehr verführerisch. Allein sie hatte die Warnung der Großmutter nicht vergessen. Deshalb dankte sie, zog ein Stück Brot aus der Tasche und verzehrte es. Der Wassermann sah sie boshaft lauernd an. »Der kleine Teufel ist gewitzigt«, murmelte er zwischen den Zähnen. Dann dachte er weiter, ob er auch das Letzte weiß. Ich will das Mädchen hinhalten, bis nach drei Tagen der Duft ihrer Blume erloschen ist. Dann soll es meine Krauschen auf die Weide treiben. Er stellte sich nun sehr freundlich und führte Gertrud überall umher, zeigte ja alle seine Schätze und Kostbarkeiten, nur das Zimmer mit den Flaschen nicht. Auch konnte Gertrud, so viel sie auch spähte, keine Spur davon entdecken. So kam die Nacht heran, ohne dass sie Konrad wieder sah, denn der arme kleine Karpfenhüter schlief bei seiner Herde. Am Morgen des nächsten Tages war der Wassermann fort, denn über Nacht war starkes Tauwetter mit Regen eingetreten und er hatte sich in den Fluss begeben, da dort eine Überschwemmung bevorstand, woran er immer eine große Freude hatte. Den ganzen Tag suchte Gertrud nach dem verborgenen Zimmer, allein sie fand es nicht. Am Abend zog sie die goldene Kapsel mit der Blume hervor und fand, dass ihr Duft schon weit schwächer geworden war. Hätte sie gewusst, dass ihre Kraft mit Sonnenuntergang wäre ihre Angst groß gewesen. Am Morgen war sie wieder früh heraus und suchte. Alle Türen im Hause hatte sie wohl schon zehnmal geöffnet und alle Wände mit prüfenden Augen betrachtet allein, sie konnte nicht die geringste Spur des Geheimzimmers entdecken. Da, als sie gerade hinter einem Vorhang hervortreten wollte, sah sie plötzlich den Wassermann den Gang entlang huschen. Er trug eine Flasche in der Hand und sah sich vorsichtig um. Dann trat er an eine glatte Wand und drückte auf einen kleinen goldenen Fisch, der in dieser eingelassen war, worauf sich die Wand leise auftat. Der Wassermann ging hinein und kehrte nach einer kurzen Weile wieder ohne die Flasche zurück. Dann schritt er den Gang entlang und ging in den Muschelsaal. Gertrud blieb noch eine Weile mit pochendem Herzen hinter dem Vorhang. Dann schlich sie leise dem Wassermann nach und spähte durch eine Tür spalte in den Saal. Dort sah sie, wie er einen mächtigen Becher Wein leerte, sich auf ein Polster legte und einschlief. Als ihr sein gewaltiges Schnarchen vernehmlich ward, ging sie eilig wieder zurück und drückte ebenfalls auf den goldenen Fisch. Die Wand tat sich auf, und Gertrud trat in ein kleines dämmeriges Zimmer, dessen Fenster stark vergittert waren. Dort standen aber sehr viele Flaschen, und ihr sank mit einem Mal der Mut, denn wie sollte sie die, die Konrads Seele enthielt, herausfinden? Als sie ganz verzagt die Blicke über alle die Flaschen gleiten ließ, fiel ihr ein kleines Schränkchen ins Auge, das sie vorhin übersehen hatte. Es war aber verschlossen. Sie nahm die Kapsel mit der Blume des Lebens hervor und hielt sie ans Schlüsselloch. Da sprang die Tür auf, und es zeigte sich, dass dieser Schrank nur eine einzige gefüllte und eine leere Flasche enthielt. Gertrud holte die erste hervor und als sie sie aufmerksam betrachtete, plätscherte es deutlich darin und es war ihr, als ob ihr Konrads blaue Augen aus der spiegelnden Fläche entgegenschauten. Sie steckte die Flasche zu sich und öffnete dann nach der Reihe alle anderen, die dort auch noch standen. Mit leisem singendem Getön wie Bienensum zum fanden die befreiten Seelen davon. Dann eilte Gertrud schnell weiter, füllte ihre Taschen im Vorübergehen mit so viel Perlen und Edelgestein als hineinging und lief davon, um Konrad zu suchen. Aber sie konnte ihn nicht finden. Eine entsetzliche Angst überfiel sie, denn der Mittag war schon vorüber und noch immer war Konrad nicht zu sehen. Endlich traf sie auf seine Karpfenherde und als sie ringsum alles absuchte, fand sie ihn, wie in einer kleinen Bodensenkung lag und schlief. Sie teilte die Blume des Lebens, die nur noch sehr wenig Duft besaß, in zwei Teile und steckte den einen dem schlafenden Konrad in die Westentasche. Den anderen behielt sie. Dann öffnete sie vorsichtig dicht vor seinem Munde die mitgebrachte Flasche. Sein Gesicht rötete sich plötzlich, warmes Leben rieselte durch seine Glieder, er schlug verwundert die Augen auf und wusste nicht, wo er sich befand. Aber Gertrud ließ ihm keine Zeit, sich zu besinnen, sie ergriff seine Hand und zog ihn mit sich fort. Sie fand den Weg wieder, der sie hergeführt hatte, und nach einer Weile standen sie unter dem Loche des Wassermannes, das sich in hellerem Schein gegen das Eis abzeichnete. Aber wie sollten sie da hinaufkommen, noch dazu mit der Last von Perlen und Edelgesteinen, die Gertrud zur Hälfte dem Knaben übergeben hatte? Schon wollte sie diese Schätze zurücklassen, und Konrad, der schwimmen konnte, wollte Gertrud mit emporheben, als sie plötzlich Schritte auf der Eisfläche vernahm und sich dunkle Schatten dort bewegen sahen. Es war der Fischer und sein Nachbar, der Bauer, die noch einmal versuchen wollten, ob es ihnen nicht glücken würde, die Leichen ihrer versunkenen Kinder unter dem Eise aufzufinden. Plötzlich tauchte dann eine lange Stange mit einem Haken daran auf den Grund und war tastend umherbewegt. Sofort klammerten sich beide Kinder daran fest. Als man oben den Widerstand bemerkte, war die Stange sofort emporgezogen, und wer beschreibt das Erstaunen und die Freude der beiden Väter, als ihre Kinder frisch und gesund aus der Flut hervortauchten. Kaum hatten sich alle eine Strecke von dem Loch entfernt, da entstand ein Brausen und Sausen unter der Eisdecke und plötzlich tauchte der Wassermann mit halbem Leibe hervor. Er schüttelte drohend seine haarigen Arme, fletschte die Zähne und heulte vor Wut. Allein es half ihm nichts mehr. Die beiden Väter zogen mit ihren Kindern fröhlich nach Hause und bald herrschte Jubel und Freude im ganzen Dorf über deren wunderbare Errettung. Mit den Reichtümern, die Gertrud dem Schatz des Wassermannes entnommen hatte, kauften die Väter große Güter in einer anderen Gegend, wo die Nachkommen von Konrad und Gertrud noch heute leben und gedeihen. Das Märchen von Maruf dem Schuhflicker In Kahira lebte einst ein Schuhflicker mit dem Namen Maruf, der eine sehr böse und schlechte Frau hatte, die ihn auf alle mögliche Weise kränkte. Er ließ sich alles gefallen, um öffentliche Szenen zu vermeiden, wurde aber auch immer ärmer, weil er, um Frieden zu haben, alles, was er verdiente, für seine Frau ausgeben musste. Eines Tages sagte ihm Fatma, so hieß diese böse Frau, heute muss ich einen Honigkuchen von Bienenhonig haben. Er antwortete, Gott gebe mir die Mittel dazu, so will ich ihn dir verschaffen. Im Augenblick besitze ich aber keinen Drachmen, doch Gott wird mir helfen. Ich lasse mich nicht auf solche Redensarten ein, erwiderte Fatma, Bringst du mir diesen Abend keinen Honigkuchen? So erwarte dich eine bittere Nacht. Gott ist gnädig, sagte Maruf tief seufzend. Dann betete er das Morgengebet, ging in seine Boutique und flehte Gott um Arbeit an, dass er in den Stand gesetzt werde, seiner Frau einen Honigkuchen zu kaufen. Aber sein Gebet blieb unerhört. Er saß bis mittags in seiner Boutique, ohne dass ihm die geringste Arbeit gebracht wurde, so dass er nicht einmal Brot, viel weniger Kuchen kaufen konnte. Mit Tränen in den Augen schloss er seine Boutique und machte sich auf den Weg nach Hause. Da winkte ihm ein Kuchenbäcker, den sein betrübtes Aussehen rührte und fragte ihn, was ihm zugestoßen sei. Ich fürchte mich von meiner Frau, antwortete Maruf, denn ich soll ihr einen Honigkuchen bringen und habe nicht einmal Geld zu Brot. Beruhige dich, sagte der Kuchenbäcker, wie viel Pfund willst du? Fünf Pfund, antwortete Maruf. Aber schon gut, sagte der Bäcker, ich habe Butter und Honig, zwar nicht von Bienen, jedoch von Zuckerrohr, der besser als Bienenhonig ist, ich will dir einen Kuchen backen, der wert wäre, Königin vorgelegt zu werden. Willst du nicht auch etwas Brot und Käse? Nimm nur, was du bedarfst, ich borge dir einige Tage, bis Gott dir hilft. Hier hast du auch noch etwas Geld, gehe dafür ins Bad und bringe dann einen vergnügten Abend bei deiner Frau zu. Maruf ging, dem Kuchenbäcker und Gott für diese Gnade dankend, mit Kuchen, Brot und Käse nach Hause und brachte alles seiner Frau. Als Jabba sah, dass der Kuchen nicht von Bienen, sondern von Zuckerrohr Honig gemacht war, fragte sie ihn, warum handelst du gegen meinen Willen? Habe ich nicht einen Kuchen von Bienenhonig begehrt? Maruf entschuldigte sich damit, dass er ihn nicht für bares Geld kaufen und da auch nicht lange wählen konnte, aber Fatma kehrte sich nicht an seine Worte, sondern geriet in heftigen Zorn, schmähte ihn und schlug ihm einige Zähne aus. Als er hierauf seinen Zorn nicht länger bemeistern konnte und auch ihr eine Urfeige gab, fasste sie ihn am Bad und schrie so laut, dass alle Nachbarn herbeialten, um den Frieden wieder herzustellen. Sobald sie wieder allein waren, schwor sie, sie werde nichts vom Kuchen essen. Maruf aber, den sie erhungerte, aß davon. Da sagte sie, möchte der Kuchen doch zu Gift in deinem Leib werden. Er ließ sie aber fluchen und erwiderte lachend, du hast geschworen, den Kuchen nicht zu berühren, so muss ich ihn wohl allein essen. Ein andermal bringe ich dir einen Kuchen von Bienenhonig, den magst du dann allein verzehren. Am folgenden Tag saß Maruf in seiner Boutique, da kamen auf einmal zwei Gerichtsdiener auf ihn zu und luden ihn vor den Kadhi. Hier fand er seine Frau mit verbundenem Arm und blutigem Schleier und die Augen mit Tränen gefüllt. Der Kadhi sagte ihm, fürchtest du Gott nicht, dass du deine Frau so misshandelst. Da erzählte ihm Maruf die Ursache ihres Streites und berief sich auf das Zeugnis seiner Nachbarn. Der Kadhi, welcher ein sehr guter Mann war, schenkte ihm ein Viertels Dinar und sagte ihm, kaufe dafür einen Kuchen von Bienenhonig und lebe in Frieden mit ihr. Maruf bat den Kadhi, das Geld seiner Frau zu geben und hoffte nun wieder einige Ruhe vor ihr zu haben. Aber kaum war in seine Boutique zurückgekehrt, da kamen die Gerichtsdiener und forderten ihren Lohn für die Vorladung. Maruf sagte ihnen, der Kadhi hat mir ja nicht einmal etwas abgenommen. Ja, er hat meiner Frau sogar noch Geld geschenkt. Wie soll ich euch etwas geben? Der Kadhi mag tun, was er will, erwiderten die Gerichtsdiener, wir müssen unseren Lohn haben und wenn du ihn uns nicht gibst, so werden wir ihn schon nehmen. Hierauf schleppten sie ihn auf die Straße und nötigten ihn, die Geräte seiner Boutique zu verkaufen. Er saß jetzt trostlos in seiner Boutique und dachte mit Schaudern daran, dass ihm nunmehr kein Mittel mehr bliebe, etwas zu verdienen. Da kamen wieder die Gerichtsdiener und forderten ihn vor Gericht wegen Misshandlungen, die er sich gegen seine Frau zu Schulden hatte kommen lassen. Aber der Kadhi hat ja den Frieden zwischen uns hergestellt und mich entlassen, sagte Maruf. Wir sind die Diener eines anderen Kadhi, erwiderten sie, bei dem dich deine Frau von neuem anklagt, folge uns also. Maruf ging mit ihnen und erzählte dem Kadhi den ganzen Vorfall im Hause und von dem ersten Kadhi. Fatma behauptete aber, er habe sie nachher wieder geschlagen. Indessen wurde Maruf doch wieder entlassen. Aber auch diese Diener musste er bezahlen, so dass ihm von dem Geld, das er für seine Gerätschaften gelöst hatte, nur noch einige Pfennige übrig blieben. Er ging dann wieder in seine Boutique und saß ganz vom Sinn wie ein Betrunkener da, als einer seiner Bekannten ihm zurief, flüchte dich so schnell du kannst, denn deine Frau hat bei der hohen Pforte eine Klage gegen dich erhoben. Maruf schloss schnell die Boutique, kaufte für sein übriges Geld etwas Brot und Käse und flüchtete sich in ein verfallenes Gebäude, das ihm auch gegen den wie aus Schläuchen herabstürzenden Regen einigen Schutz gewährte. Hier weinte er bitter und rief, wo finde ich Ruhe vor meiner verruchten Frau, der mich in ein fernes Land bringt, wohin sie keinen Weg findet. Bei diesen Worten spaltete sich die Mauer und ein sehr langer Genius trat heraus von schauderhaftem Aussehen und sagte ihm, Was störst du mich in meiner Ruhe? Ich wohne nun schon zweihundert Jahre hier und bin von keinem Menschen beunruhigt worden. Doch sage mir, was du begehrst, denn du flößest mir Mitleid ein. Maru verzielte ihm, wie er von seiner Frau stets gepeinigt werde und dass er sich nichts sehnlicher wünsche, als irgendwo hingebracht zu werden, wo sie ihn nicht verfolgen könne. Der Genius nahm ihn auf seinen Rücken und flog mit ihm die ganze Nacht durch. Beim Anbruch der Morgenröte setzte er ihn auf dem Gipfel eines Berges ab und sagte ihm, am Fuß dieses Berges findest du eine Stadt. Gehe hinein, du bist darin sicher vor den Verfolgungen deiner Frau. Maruf blieb über seine Lage mit Erstaun nachdenkend auf dem Berg liegen, bis die Sonne aufging. Dann stieg er den Berg hinab, um in die Stadt zu gehen. Er fand sie außerordentlich schön, von hohen Mauern umgeben und mit zahlreichen Palästen geschmückt, so dass ihr Anblick jedes Herz erfreuen musste. Er regt aber so großes Aufsehen in der Stadt, dass viele Leute sich um ihn versammelten, um seine Kleidung, welche von der ihrigen ganz verschieden war, zu bewundern. Ihr seid fremd hier, sagte ihm einer von den Bewohnern der Stadt. Woher seid ihr? Ich bin aus Kaira. Und wann habt ihr eure Hauptstadt verlassen? Gestern Abend. Ich glaube, ihr seid verrückt. Wie wollt ihr gestern Abend noch in Kahira gewesen sein, während man von Kahira hierher ein ganzes Jahr zu reisen hat? Ihr seid verrückt, nicht ich. Ich sage die Wahrheit, ihr könnt ihr noch Brot sehen, das sich gestern in Kahira gekauft. Er zeigte ihnen hierauf das Brot, das er in der Tasche hatte. Alle Leute drängten sich heran, um es zu sehen, denn es glich dem ihrigen gar nicht. andere indessen hielten ihn für einen Lügner und verspotteten ihn. Während nun die Leute so miteinander über Maruf stritten, kam ein Kaufmann von zwei Sklaven begleitet auf einem Maulesel herbeigeritten, trieb die Leute auseinander und machte ihnen Vorwürfe, dass sie einen fremden Menschen so zum Gegenstand ihres Spottes machten. Er nahm dann Maruf mit nach Hause und ließ ihm sogleich schöne Kleider reichen, in denen er wie der oberste der Kaufleute aussah. Dann ließ er ihm die köstlichsten Speisen und Getränke vorstellen. Erst als sie gegessen und getrunken hatten, fragte der Kaufmann seinen Gast nach seinem Namen, Stand und Heimat. Als Maruf über alles Auskunft gegeben hatte, fragte der Kaufmann, aus welchem Quartier Cahiras seid ihr? Seid ihr denn in Kahira bekannt? Ich bin da selbst geboren. Nun, ich bin aus dem roten Quartier. Kennt ihr den Drugisten Ahmed? Allerdings, er ist mein Nachbar, sein Haus steht dicht neben dem meinigen. Befindet er sich wohl? Oh ja, es geht ihm recht gut. Wie viele Kinder hat er und was ist aus ihnen geworden? Er hat drei Söhne, der eine heißt Mustafa, der andere Mohammed und der dritte Ali. Mustafa ist Professor geworden, Mohammed Drogist und Ali, der als Knabe mit mir in den Kirchen herumlief, um die Bücher der Christen zu stehlen und zu verkaufen, ist vor zwanzig Jahren aus Kahira entflohen, weil er einmal von den Christen ertappt wurde und sein Vater ihn deshalb gar zu arg prügelte. Seither hat kein Mensch mehr etwas von ihm gehört. Der Kaufmann erwiderte, nun, Maruf, ich bin dein Jugendfreund Ali, Sohn des Drogisten Ahmed. Sei mir willkommen und erzähle mir, wie du so hierher gekommen bist. Maruf erzählte ihm hierauf die ganze Geschichte seiner Frau bis zu seiner Flucht vor das Siegestor. Dann, wie ein Genius seinen Wunsch an einen Ort gebracht zu werden, wo Fatma ihn nicht finden könne, erfüllte und ihn auf dem Gipfel des Berges vor der Stadt absetzte. Dann bat er Ali, ihm nun auch zu sagen, wie er hier gekommen, wie diese Stadt heiße und wie er zu so großen Reichtümern gelangte. Meine Reise hierher, antwortete Ali, ging nicht so schnell. Ich trieb mich seit meinem siebten Jahr in der Welt umher, bis ich hierher kam. Hier beschloss ich, mich anzusiedeln, weil ich bald sah, dass die Bewohner dieser Stadt, welche Ichtian Al-Khuta heißt, sehr gute rechtschaffende und mildtätige Leute sind. Auch bemerkte ich, dass man hier gar nichts von einer Lüge weiß. Ich gab mich daher für einen fremden Kaufmann aus und bat einen der hiesigen Kaufleute, mir tausend Dinare zu leihen, bis meine Waren ankommen würden. Für dieses Geld kaufte ich Waren, mietete mir einen Laden und fing an zu handeln, bis ich wurdest, denn man würde dich nur verspotten und diejenigen, welche es glauben, würden sich vor dir als einem verhexten Menschen fürchten und deine Nähe scheuen. Morgen will ich dir tausend Dinare geben und einen Maulesel mit einem meiner Diener leihen. Du reisest dann auf den Bazar, wo ich dich erwarten und mit vieler Auszeichnung aufnehmen will. Ich werde dich nach allerlei Waren fragen, worauf du stets antwortest, du erwartest sie demnächst. Die Kaufleute werden mich dann fragen, wer du seist, da will ich ihnen viel Gutes und Schönes von dir erzählen und dir ein geräumiges Magazin für deine Waren verschaffen. Stelle dich nur recht reich. Wenn ein Bettler zu dir kommt, so gib ihm recht viel Almosen, damit man meinen Worten glaube. Ich werde dann dir zu Ehren eine große Mahlzeit geben, die angesehensten Kaufleute einladen und sie mit dir bekannt machen. Du kannst nach Belieben handeln, denn du findest überall Kredit und in kurzer Zeit kannst du ebenso reich sein wie ich. Am folgenden Morgen benahm sich Maruf so, wie Ali mit ihm verabredet hatte und dieser nannte Maruf den ersten Kaufmann der Welt und sagte von ihm, er habe Handelshäuser in Ägypten, in Indien, in Arabien und China und besitze so viele Waren, dass kein Feuer sie verzehren könne. Neben ihm, sagte Ali, bin ich ein ganz untergeordneter Krämer. Als die Kaufleute Ali so sprechen hörten, fassten sie eine hohe Meinung von Maruf und boten ihm alle ihre Waren an. Auch warteten sie ihm einer nach dem anderen mit allerlei Kuchen und Sorbetten auf. Während Maruf sich mit dem obersten der Kaufleute unterhielt, kam ein Bettler vor Alis Laden und bat um ein Almosen. Die Kaufleute gaben ihm einige Pfennige. Maruf aber griff in die Tasche und reichte ihm eine ganze Handvoll Dinare hin, was den Kaufleuten noch eine höhere Meinung von seinen Reichtümern beibrachte. Bald kamen aber so viele Bettler, dass Maruf, der einem jeden eine Handvoll Geld schenkte, nichts mehr von den Tausend Dinaren übrig blieb. Da schlug er die Hände zusammen und sagte, wie es scheint, gibt es hier viele Arme. Hätte ich das gewusst, so hätte ich einen ganzen Sack voll Dinare mitgebracht. Was soll ich nun tun, wenn ein Armer mich um etwas bittet, da ich kein Geld mehr bei mir habe? Sorge ihm, Gott stehe nicht, versetzte Maruf, willst du mir nicht für die Armen tausend Dinare leihen, bis meine Waren ankommen? Recht gern, antwortete der Vorsteher und schickte sogleich einen seiner Diener nach Hause, um das Geld zu holen. Maruf verteilte auch dieses Geld wieder unter die Armen, welche vor der Moschee, wo er sein Mittagsgebet verrichtete, sich um ihn drängten. Er ließ sich dann von einem anderen Kaufmann wieder tausend Dinare leihen, die er bei dem Nachmittagsgebet austeilte. Dasselbe tat er beim Abend- und Nachtgebete, so dass er an diesem Tag fünftausend Dinare verschenkte. Ali sah ihm mit Bewunderung zu, dürfte aber, ohne sich selbst zum Lügner zu machen, nichts sagen. Des Nachts war eine große Mahlzeit bei Ali, während welcher Maruf nicht aufhörte, von seinen vielen Waren und Edelsteinen zu reden. Am folgenden Tag wendete er sich wieder an andere Kaufleute und fuhr so fort, bis er sechzig tausend Dinare entlehnt hatte. Als aber noch immer keine Waren ankamen, verloren doch die Kaufleute ihr Vertrauen zu ihm und fragten Ali, warum denn Marufs Waren so lange ausblieben. Ali wusste ihnen nichts zu sagen als »Habt Geduld, Sie werden bald ankommen! Als er aber allein mit Maruf war, machte er ihm Vorwürfe darüber, dass er so viele Schulden mache, die er nie zu zahlen imstande wäre, da er nichts besitze, noch etwas durch Handel zu erwerben suche. »Was sind 60.000 Dinare?« erwiderte Maruf. »Wenn meine Waren kommen, so lasse ich meinen Gläubigern die Wahl, ob sie Geld oder Waren wollen.« Ali nannte ihn einen Lügner und drohte ihm, ihn vor allen Leuten zu Schande zu machen. Indes konnte er, ohne sich selbst zum Lügner zu stempeln, nichts gegen ihn sagen, denn das Sprichwort lautet, wer jemanden lobt, dann schmäht, der lügt zweimal. Als daher die Kaufleute wieder zu ihm kamen, sagte er ihnen, »Ich wage es, nicht Maruf etwas zu sagen, weil er mir selbst auch 1.000 Dinare schuldig ist. Übrigens habe ich euch keineswegs geraten, ihm Geld zu leihen. Wollt ihr also die Ankunft seiner Karawane nicht abwarten, so klagt ihn bei dem König an. Die Kaufleute begaben sich hierauf in den Divan und trugen dem König ihre Klage vor. Als aber der König hörte, dass Maruf alles entlehnte Geld wieder an Arme verschenkt habe, dachte er, »Dieser Mann ist kein Gauner, er ist gewiss außerordentlich reich und erwartet die kostbarsten Waren, die es nur gibt. Darum will ich ihn mir zum Freund machen, so dass seine Schätze mir und nicht diesen Kaufleuten, die schon reich genug »Übrigens will ich einmal an einer Perle, die ich besitze, sehen, ob er dergleichen wertvolle Gegenstände zu schätzen weiß.« Der König ließ also Maruf zu sich rufen. Dieser bestätigte die Aussage der Kaufleute und erklärte, er würde bei Ankunft der Karawane einen jeden nach Wunsch mit Geld oder Waren befriedigen. Der König zeigte ihm hierauf eine Perle so groß wie eine Haselnuss, die er für tausend Dinare gekauft hatte, und fragte ihn, wie viel sie wert sei. Maruf nahm sie zwischen seine Finger, zerdrückte sie und sagte lachend, »Das ist keine Perle. Was nicht so groß als eine Nuss ist, verdient den Namen Perle nicht. Doch ihr seid arme Leute, darum schlagt ihr auch so eine Perle hoch an. Bei uns aber gibt es Perlen, welche siebzig tausend Dinare wert sind. Das Königs Habsucht wurde dadurch noch mehr gereizt und er fragte Maruf, ob er solche Perlen erwarte und ob sie im Fall sein werden. »Ich erwarte deren eine große Anzahl, erwiderte Maruf, und werde dir mit Vergnügen einige davon zum Geschenk machen.« Der König entließ dann die Kaufleute mit dem Befehl, die Ankunft der Karawane abzuwarten und beauftragte den Visier, Maruf die Prinzessin anzutragen. »Denn auf diese Weise, dachte er, gelange ich am sichersten zum Besitz aller seiner Kostbarkeiten.« Der Visier versuchte vergebens, Maruf als Gauner darzustellen. Der König hörte ihn nicht an, weil er glaubte, er möchte lieber die Prinzessin seinem eigenen Sohn zur Frau geben. So musste denn der Visier zu Maruf gehen und ihm die Tochter des Königs als Gattin antragen. Maruf nahm die Heiratsvorschläge an, sagte jedoch, er wolle mit der Hochzeit bis zur Ankunft der Karawane warten, denn er brauche 5000 Beutel zur Morgengabe, 1000 Beutel für die Armen in der Hochzeitsnacht, ebenso viel für die Frauen der Prinzessin und auch müsse er 100 Perlen für die Königin haben und ebenso viel für die Sklavinnen der Prinzessin. Auch wolle er wenigstens 1000 Arme kleiden und das alles könne er erst nach Ankunft der Karawane. Als der Vizier mit dieser Antwort zum König zurückkehrte, bat er ihn nochmals vorsichtig zu sein und dergleichen Windbeutelein nicht zu glauben. Der König aber wurde immer begieriger nach Marufs Reichtümern, drohte dem Vizier mit dem Tod, wenn er noch etwas gegen Maruf verlauten lasse und befahl ihn, ihn zu holen. Der König sagte ihm dann, deine Gründe, die Hochzeit mit der Prinzessin zu verschieben, sind nicht triftig genug. Hier hast du den Schlüssel zu meiner gefüllten Schatzkammer, nimm daraus so viel Geld, als du brauchst. Wenn die Karawane anlangt, kannst du mir ja alles ersetzen. Der König ließ dann den Großmufti holen und den Ehekontrakt schreiben. Die Festlichkeiten begann, die Stadt war geschmückt und die öffentlichen Schauspiele, den Maruf auf einem hohen Thron beiwohnte, belustigten die ganze Stadt. Maruf warf händevoll Geld unter die Ringer, Taschenspieler und Musiker und verschenkte so viel an Arme, dass der Schatzmeister zum großen Ärger des Viziers gar nicht genug Geld herbeischaffen konnte. Diese Festlichkeiten dauerten 40 Tage lang. Am 41. Tag wurde erst die Hochzeit mit erstaunlicher Pracht gefeiert. Als Maruf des Nachts allein bei der Prinzessin war, schlug er die Hände übereinander und rief, es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer bei Gott dem Erhabenen. Was hast du, rief die Prinzessin, warum seufzest du so? Dein Vater, antwortete Maruf, hat unsere Hochzeit so übereilt. Ich wollte warten, bis die Karawane ankommt, da wäre ich auch imstande gewesen, dir deine würdige Geschenke zu machen. Aber so schäme ich mich vor dir und deinen Sklavinnen, denen ich auch, um dadurch dich zu ehren, von meinen Perlen schenken wollte. Gräme dich nicht darüber, erwiderte die Prinzessin, du bist niemandem etwas schuldig und was du geben willst, wird später ebenso angenehm sein. Lass uns deshalb die Freuden der Hochzeitsnacht nicht vergessen. Maruf setzte noch zwanzig Tage lang sein bisheriges Leben fort und verschenkte, was die Schatzkammer an Geld und Ehrenkleidern enthielt. Am einundzwanzigsten Tag, als der König allein mit seinem Visier war, trat der Schatzmeister zu ihm herein und meldete ihm, dass die Schatzkammer bald erschöpft wäre. Der Visier benutzte diese Veranlassung wieder, um Maruf als einen Abenteurer darzustellen, so dass der König, wegen des allzu langen Ausbleibens der Karawane, selbst argwöhnisch zum Visier sagte, wie fangen wir es an, um endlich einmal Gewissheit über den wahren Zustand Marufs zu erhalten? Das Beste ist, antwortete der Visier, du bittest deine Tochter in Maruf zu dringen, dass er dir die Wahrheit über seinen früheren Stand gestehe, denn selten kann ein Mann lange seiner Frau ein Geheimnis vorenthalten. Das soll geschehen, versetzte der König, und ist er ein Lügner, so soll er den schlimmsten Tod sterben. Er ließ sogleich seine Tochter rufen, und der Visier, den nur ein Vorhang von ihr trennte, belehrte sie, wie sie es anzufangen habe, um hinter die Wahrheit zu kommen. Die Prinzessin, welche selbst der vielen Prahlereien und Versprechungen ihres Gatten müde war, erbot sich, alles aufzubieten, um ihm sein Geheimnis zu entreißen. Als sie des Abends nach Hause kam, trat sie ihm mit vielen Liebkosungen entgegen und sagte ihm Worte süßer als Honig. Geliebter, redete sie ihn an, Freude meiner Augen, Frucht meines Herzens, möge das Schicksal uns nie trennen, denn mein Herz ist so voll Liebe von dir zu erfüllt, dass ich ohne dich nicht mehr leben könnte. Aber ich bitte dich, fahre nicht länger fort, meinen Vater in Bezug auf deine Reichtümer zu täuschen, wird einmal die Wahrheit erfahren und dann im Zorn Maßregeln gegen dich ergreifen, die wir nicht mehr verhindern können. Gestehe mir lieber alles, ich werde dann schon Mittel finden, dich außer aller Verlegenheit zu bringen. Nun, sagte Maruf zu seiner Gattin, wenn du die Wahrheit hören willst, so wisse, dass ich kein reicher Kaufmann, sondern ein armer Schuhflicker aus Kahira bin. Und hierauf erzählte er ihr seine ganze Geschichte. Du bist ein gewandter Lügner, sagte die Prinzessin, und hast es ziemlich weit mit deinen Lügen gebracht. Indessen hielt dich der Vizier immer für einen Abenteurer und auf seinen Rat hat alles aufzubieten, um dir dein Geheimnis zu entlocken. Ich werde mich aber wohl hüten, es ihm mitzuteilen, er würde dich mit dem Tod bestrafen. Ich gelte in der Welt als die Witwe eines Schuhflickers und würde gezwungen werden, ein zweites Mal zu heiraten. Darum folge meinem Rat. Hier sind 50.000 Dinare. Kleide dich als Mameluk, nimm ein gutes Pferd aus dem königlichen Stall, reite in ein Land, das nicht mehr meinem Vater untertan ist, und lasse dich da selbst als Kaufmann nieder. Gib mir dann Nachricht von dir, damit ich dir schicke, was ich für dich bleibst du, bis mein Vater stirbt, dann lasse ich dich sogleich wieder hierher rufen. Stirbt aber einer von uns zuerst nun, so wird der Tag der Auferstehung uns vereinen. Maruf nahm zärtlich Abschied von seiner Gattin und machte sich vor Tagesanbruch auf den Weg. Einige Stunden darauf ließ der König seine Tochter kommen, um zu hören, was sie von Maruf entlocken konnte. Gott schwärze das Angesicht deines Viziers, sagte die Prinzessin. Als gestern Nacht mein Gatte bei mir war, trat mein Eunuche mit einem Brief herein und sagte, zehn Marmelucken, welche vor dem Schlosse stehen, haben ihn gebrocht. Ich öffnete den Brief und siehe da, er war von den 500 Marmelucken, welche meines Gatten Karawane begleiten. Sie meldeten ihm, dass sie von Arabern angegriffen worden und in einem langen Kampf 200 Lasttiere verloren haben. Sie seien darum so lange ausgeblieben, weil sie, um ihre Ladungen wiederzuerlangen, mehrere Angriffe auf die Räuber gemacht hätten. Mein Gatte rief dann, Gott verdamme meine Marmelucken, war es wohl der Mühe wert, wegen 200 Ladungen mich so lange in Verlegenheit zu lassen? Das macht ja höchstens 7000 Dinare. Aber ich will mich schnell aufmachen und ihnen entgegen gehen, damit sie sogleich kommen. Hierauf verließ er mich, ohne im mindesten über den erlittenen Verlust betrübt zu sein, und ritt mit zehn Marmelucken davon, welche schöner waren als der Mond und deren jeder ein Kleid anhatte, das wenigstens 2000 Dinare wert war. Ich danke Gott, ihm noch keinen Zweifel über seine Reichtümer gemacht zu haben, er würde sonst mich und dich verspotten. So wurde der Visier abermals zum Schweigen gebracht und vom König mit Vorwürfen überhäuft. Maruf ritt indessen, von herbem Schmerz gefoltert, immer vorwärts bis gegen Mittag. Da fand er in der Nähe eines kleinen Dorfes einen Bauern und seinem Pflug. Er grüßte ihn und bat ihn, ihm etwas zu essen zu verschaffen. Der Bauer, welcher ihn für an Mamelucken des Königs hielt, lud ihn ein, abzusteigen und sein Gast zu sein. Du hast ja selber nichts, sagte Maruf. Steige nur ab, erwiderte der Bauer, ich eule ins Dorf und hole dir zu essen. Aber ich kann ja selbst ins Dorf gehen, versetzte Maruf, und mir etwas zu essen auf dem Markt kaufen. Darauf antwortete der Bauer, das Dorf ist so klein, dass es einen Markt gibt. Darum warte lieber hier, ich gehe schnell und hole dir etwas. Während nun der Bauer ins Dorf lief, dachte Maruf, ich will einstweilen weiter pflügen, damit der arme Mann keine Zeit verliere. Als er aber die Ochsen antrieb, stieß der Pflug auf etwas Hartes und das Vieh konnte ihn nicht vom Platz bringen. Da er sehen wollte, was den Pflug aufhalte, fand er einen goldenen Ring an einer marmorne Tafel befestigt. Er räumte die Erde weg, hob die Platte auf und entdeckte eine Treppe, die in ein unterirdisches Gemach so groß wie ein Badesalon führte, welches ganz mit Gold, Maragden, Perlen, Rubinen und anderen Edelsteinen gefüllt war. Er sah unter anderem auf einem kristallenen Koffer, welcher mit Perlen von der Größe einer Nuss gefüllt war, ein kleines goldenes Kästchen, dessen feine Arbeit seine Aufmerksamkeit ganz besonders auf sich zog. Er öffnete es und fand einen goldenen Siegelring darin mit allerlei Talisman beschrieben, so klein wie Ameisenfüße. Als er an dem Ring ein bisschen rieb, ließ sich eine Stimme hören. Was beliebt, was beliebt, mein Herr, fordere nur, es wird dir alles gewährt. Soll ich ein Land blühend machen? Soll ich eine Stadt verwüsten, einen König töten oder einen Sturm aus der Erde hervorrufen? Der Schöpfer des Tages und der Nacht erlaubt mir, alle eure Befehle zu vollziehen. Wer bist du denn? fragte Maruf. Ich bin der Diener dieses Ringes und gehorche dem, der ihn besitzt. Mir ist alles möglich, denn ich gebiete über alle Genienhäupter und meine Armee besteht aus unzählbaren Geistern jeder Gattung. Reibe nur den Ring, so oft du mir etwas zu befehlen hast und fordere von mir, was dir Freude macht. Reibe den Ring aber nie zweimal nacheinander, sonst bin ich sohn Arz und du befindest dich in seiner Schatzkammer, wo er mich aufbewahrte. Kannst du, fragte Maruf, diese Schätze auf die Oberfläche der Erde bringen? Nichts leichter als dies, antwortete Abu Sadat. Auf seinen Wink spaltete sich die Erde und nach einer kleinen Weile erschienen hübsche junge Burschen, es waren die Söhne Abu Sardats, mit goldenen Tragkörben und trugen alles, auf die Oberfläche der Erde. Nachdem die Söhne Abu Sadat diese Arbeit verrichtet hatten, fragte dieser seinen Herrn, was er nun weiter befehle. Jetzt, sagte Maruf, bringe mir Kisten und Maulesel, lege alle diese Schätze in Kisten und lade sie den Mauleseln auf. Abu Sadat stieß seinen Schrei aus und sogleich erschien seine 800 Söhne, von denen die die Gestalt von Mauleseln und die anderen die von Treibern und Knechten annahm. Letztere brachten dann Kisten herbei und die Schätze waren so zahlreich, dass sie 300 Maulesel damit beluden. Maru forderte dann noch hundert Ladungen von den feinsten Stoffen Ägyptens, Syriens, Griechenlands, Persiens und Indiens. Abu Sadat versprach, bis zum folgenden Morgen alles zu liefern und sandte sogleich Genien nach allen diesen Ländern aus, um die gewünschten Waren zu holen. Maru verbahrt sich hierauf ein Zelt, um die Nacht darunter zu zu bringen. Abusa, Dats Söhne, schlugen ein schönes Zelt auf und brachten ihm auch einen Tisch mit Speisen beladen. In diesem Augenblick kam der Bauer mit einer Schüssel voll Linsen aus dem Dorf zurück und wollte sie Maruf anbieten. Als er ihn aber in einem königlichen Zelt von Marmelukken umgeben sah, hielt er ihn für den Sultan und dachte, hätte ich doch ein paar Hühner geschlachtet und gebacken. Er wollte schon wieder umkehren, um dies zu tun. Da rief ihn Maruf zu sich und fragte ihn, was er in der Hand habe. Ich habe nur Linsen, antwortete der Bauer verlegen, und ein bisschen Gerste für dein Pferd. Ich glaubte nicht, dass der Sultan hierher kommen würde, sonst hätte ich Hühner geschlachtet. Gib sie her, versetzte Maruf. Da du ohne mich zu kennen mich bewirten wolltest, so will ich auch dein Gericht nicht verschmähen. Indessen bin ich nicht der Sultan, sondern sein Schwiegersohn. Ich habe ihn nach einem Wortwechsel plötzlich verlassen, nun schickt er mir aber seine Mameluken nach, um sich wieder mit mir zu versöhnen, ich reise daher wieder zur Hauptstadt zurück. Er aß dann die Linsen, füllte die Schüssel, in der sie waren, mit Gold und lud den Bauer ein, ihnen der Stadt zu besuchen. Der Bauer kehrte glückselig mit seinem Gespann in sein Dorf zurück und Maruf brachte die Nacht in fröhlicher Gesellschaft von Genientöchtern zu. Am folgenden Morgen rückten die Genien mit den fremden Stoffen heran, Abu Sadat ritt als Karawan führer voraus und meldete Maruf, dass alles zum Aufbruch bereit sei. Maruf schrieb dem König einen Brief, in welchem er ihm seine Ankunft an der Spitze der Karawane meldete und ihn bat, ihm mit einigen Truppen entgegen zu kommen. Diesen Brief befahl er Abu Sadat durch einen Genius in Gestalt eines Boten voraus zum König der Stadt zu schicken. Der König war eben im Gespräch mit dem Visier, welcher behauptete, Maruf sei entflohen, um nicht zu schanden zu werden, als Marufs Brief anlangte. Der König machte dem Visier neue Vorwürfe, sobald er den Brief gelesen hatte, gab Befehle, die Stadt festlich zu schmücken und ging zu seiner Tochter, um ihr die erhaltene Nachricht mitzuteilen. Die Prinzessin war außer sich vor Freude und dachte bei sich selbst, gewiss hat Maruf mich nur prüfen wollen. Gott lobt, ich so verfuhr. Nicht minder als die Prinzessin war Ali erstaunt, als er die Vorbereitung zur Ausschmuckung der Stadt sah und hörte, sie gelte der Rückkehr Marufs mit einer großen Karawane. Diese bestieg, sobald der Bote zurück war, eine Sänfte und ließ nicht anhalten, bis er dem König mit seinen Truppen begegnete. Dann zogen sie zusammen mit großem Pomp in die Stadt, wo alle Kaufleute ihn zu begrüßen kamen. Auch Ali stellte sich ein, und da er glaubte, das Ganze sei nur eine List der Prinzessin, sagte er, willkommen, Abenteurer, du hast deine Sache gut gemacht. Maruf lachte. Als er in den Palast kam, ließ er die Maultiere abladen, die Lasten Gold in die Schatzkammer seines Schwiegervaters tragen, die kostbaren Stoffe, Perlen und Edelsteine, aber vor sich bringen. Er ließ dann die Kisten öffnen und nahm die schönsten Stoffe und Edelsteine heraus für die Frauen und Diener des Königs, und mit den übrigen bezahlte er die Kaufleute und beschenkte alle Armen der Stadt. Dann griff er zu den Smaragden, Rubinen und anderen Edelsteinen und verteilte sie unter die Truppen. Vergebens rief ihm der König zu, es ist genug, mein Sohn, es bleiben ja nur wenige Lasten für dich übrig. Er verschenkte aber immer fort und sagte, ich habe noch viel und in der Tat brachte ihm sein Diener so viel er wollte. Niemand wagte es mehr, nach dem soeben vorgefallenen an Marufs Worten zu zweifeln, umso weniger, als gerade der Schatzmeister hereintrat und dem König sagte, die Schatzkammer sei voll und noch bleibe viel Gold übrig, er möchte ihm doch einen anderen Platz dafür anweisen. Maruf begab sich dann zu seiner Frau, welche ihm lachend entgegenkam und er bat sich von Abu Saadat für sie ein prächtiges Kleid, und eine Halskette von vierzig Solitärperlen nebst äußerst wertvollen Armbändern, Ohrringen und Gürteln. Sie wurde fast närrisch vor Freude, als sie dies alles sah, und sagte zu Maruf, ich will dieses Kleid und diesen Schmuck für Festtage aufbewahren. Das ist nicht notwendig, versetzte Maruf, denn ich habe deren noch viele. Als er wieder allein war, bestellte er bei Abu Saadat hundert Kleider mit Schmuck für die Sklaven in seiner Gattin. Sie zogen sich an und leuchteten wie die Sterne um die Prinzessin, welche dem Mond glich. Der König wusste nicht mehr, was er von all diesen Schätzen denken sollte, und als er den Vizier um seine Ansicht darüber fragte, sagte dieser, König der Zeit, dein Kaufmann ist weder so freigiebig noch so reich als dein Schwiegersohn, selbst Könige sind selten beides in einem so hohen Grad, hier liegt gewiss irgendein Geheimnis verborgen. Folge daher meinem Rat und lade Maruf mit mir zu einem Spaziergang in deine Gärten ein, dort stellst du uns Wein vor und wir geben ihm so viel zu trinken, dass er die Besinnung verliert und sein Geheimnis offenbart. Wir ergreifen dann die nötigen Maßregeln für deine Sicherheit, denn ein so reicher Mann könnte dir gefährlich werden. Der König fand diesen Rat gut und beschloss ihn am folgenden Tag auszuführen. Sein Entschluss war noch fester, als am folgenden Morgen seine Diener ihm das Verschwinden der Maulesel und der Mamelukken, die mit Maruf gekommen meldeten und dieser dazu lachte, als wäre ein Verlust von tausend Mauleseln und fünfhundert Mamelukken gar nicht anzuschlagen. Maruf wurde daher zum verabredeten Spaziergang eingeladen und im Pavillon des Gartens wurde er so lange zum Trinken beredet, bis er nicht mehr wusste, was er sagte. Jetzt bat ihn der König, er möchte ihn doch mit den näheren Umständen seines Lebens bekannt machen, denn weder seine Schätze noch seine Freigebigkeit seien die eines Kaufmanns. Gewüss, sagte der König, bist du irgendein Sultan oder ein Prinz? Ich bin keines von beiden, erwiderte Maruf und erzählte hierauf seine ganze Geschichte von Anfang bis zu Ende. Da sagte der Vizier, zeige mir doch einmal diesen Ring. Maruf zog ihn aus und gab ihn dem Visier. Dieser rieb sogleich daran und als Abusa dat erschien, sagte er zu ihm, trage diesen Mann in eine öde Wüste, wo er weder Trank noch Nahrung findet und keinem Menschen begegnet. Abusa dat nahm ihn auf den Rücken, erhob sich mit ihm, trug ihn in das unbewohnte Viertel der Welt und sagte zu ihm, du verdienst noch Schlimmeres, weil du einen solchen Talisman so leichtsinnig hergabst. Siehst du, sagte der Visier zum König, dass ich doch recht hatte, als ich Maru für einen Gauner hielt. Du hast recht, Visier, antwortete der König. Gott erhalte dich, zeige mir auch einmal den Ring. Blödsinniger Mensch, versetzte der Visier ganz zornig. Jetzt bin ich Herr, glaubst du wohl, ich werde dir den Ring geben, um wieder dein Diener zu werden? Er rieb hierauf wieder an dem Ring und befahl dem Diener des Ringes, den König zu seinem Schwiegersohn zu tragen. Der Visier versammelte dann die Häupter seiner Truppen, erzählte ihnen alles, was zwischen ihm, dem König und Maru vorgefallen und sagte ihnen, wollt ihr mich nun als König anerkennen? Gut, wo nicht, so befehle ich dem Diener des Ringes, euch alle in öde Wüste zu bringen, wo ihr vor Hunger und Durst sterben müsst. Tut uns nichts zu leide, riefen alle, wir wollen dir gerne huldigen und allen deinen Befehlen gehorchen. Er schickte dann zur Prinzessin und ließ ihr sagen, sie möchte sich auf diesen Abend zu seinem Besuch vorbereiten. Sie ließ ihn bitten, doch wenigstens die gesetzlich bestimmte Frist für eine Frau, die ihren Mann verloren, ablaufen zu lassen. Er antwortete aber, er wisse nichts von gesetzlicher Frist noch von Ehekontrakt, sie müsse ihn diesen Abend empfangen. Die listige Prinzessin zog des Abends ihre schönsten Kleider an, empfing den Visier mit heiterem Gesicht und war so freundlich und zuvorkommend gegen ihn, dass er vor Liebe und Leidenschaft ganz außer sich sie umarmen wollte. Da sagte sie, siehst du nicht den Mann, der uns beobachtet? Ich beschwöre dich bei Gott, entferne ihn. Wo ist ein Mann, der uns zusieht? fragte der Visier erstaunt. Er steckt seinen Kopf aus dem Stein des Siegelringes hervor, antwortete die Prinzessin. Lege ihn doch ab, denn ich fürchte mich vor Genien. Der Visier, welcher sie siehe wirklich den Diener des Ringes, legte ihn auf das Kissen und näherte sich ihr wieder. Sie stieß ihn aber zurück, dass er ohnmächtig hinfiel, rief ihre Diener herbei und ließ ihn festnehmen. Unterdessen rieb sie an dem Ring und befahl Abu Saadat, den Visier in das schwärzeste Gefängnis zu sperren und ihren Vater und ihren Gatten zu ihr zu bringen. Sie setzte Ersteren wieder zum König ein und ließ Letzteren zum Großvisier nennen, den Ring gab sie aber nicht mehr aus der Hand. Am folgenden Tag war diese neue Wendung der Dinge den Häuptern der Truppen und Staatsräten mitgeteilt, die sich außerordentlich freuten, von einem gottlosen Mann wie der Visier war, befreit zu sein und ihn zum Tode verurteilt zu wissen. Nach fünf Jahren starb der König. Da folgte ihm Maruf auf dem Thron, den Ring aber gab ihm seine Gattin erst nach anderen fünf Jahren, als sie auf dem Sterbebett lag, und empfahl ihm denselben so angelegentlichst wie ihren Sohn, der damals fünf Jahre alt war. Eines Nachts, einniederlegte, fühlte er schon halbschlafend jemanden neben sich liegen. Er schlug erschrocken die Augen auf und rief Gottes Schutz gegen die Teufel an, und siehe da, seine Frau Fatma lag neben ihm, noch viel hässlicher, als Verdruss gemacht zu haben. Auch sah ich ein, was ich an dir besessen hatte, denn seit deiner Abreise musste ich um jedes Stückchen Brot betteln. Gestern ging ich auch lange auf den Straßen bettelnd umher, und niemand gab mir etwas, manche beschimpften mich sogar, sodass ich hungrig nach Hause ging und weinte. Da erschien mir ein Geist und fragte mich, warum weinst du so? Ich antwortete, weil ich nicht weiß, wo mein Gatte hingekommen ist, der, solange er bei mir war, mich mit allem Nötigen versorgte. Dein Gatte, sagte der Geist, ist jetzt Sultan der Stadt Ichdian, wenn du willst, so trage ich dich zu ihm. Ich bat ihn, es zu tun, und er nahm mich auf seinen Rücken, flog mit mir eine Weile in der Luft zwischen Erde und Himmel, dann setzte er mich in diesem Schloss ab, bezeichnete mir dein Schlafzimmer und sagte, hier liegt dein Gatte. So ging ich dann herein in der Hoffnung, du werdest mich nicht verstoßen. Sie bat dann so lange um Erlaubnis bei ihm zu bleiben, bis sie ihren Wunsch erfüllte. Jedoch drohte er ihr mit dem Tod bei der ersten Bosheit, die sie wieder gegen ihn Klagen nicht, denn ich besitze einen Ring, mittels welchem ich nur Gott zu fürchten habe, sobald ich daran reibe, erscheint mir ein Geist, der alle meine Befehle vollzieht. Ich lasse dir die Wahl, ob du nach Hause zurückkehren willst, da sollst du so viel Geld haben, dass du bis zum Tod im Überfluss leben kannst, oder ob du bei mir zu bleiben wünschst. Da räume ich dir eine herrlich möblierte Wohnung im Schloss ein, schenke dir 20 Sklavinnen zu deiner Bedienung und verschaffe dir die schönsten Kleider und die schmackhaftesten Speisen und Getränke. Fatma wünschte bei ihm zu bleiben und lebte einige Zeit wie eine Königin. Bald hatte sie aber großes Missfallen an Marufs Sohn und noch größeren Ärger über Maruf selbst, der bei aller Fürsorge jedoch nicht mehr als Gatte mit ihr lebte, denn sie war alt und hatte ihn zu tief gekränkt. Sie ließ sich daher vom Teufel die Idee eingeben, sich des Ringes zu bemächtigen, ihn zu töten und selbst den Thron zu besteigen. So schlich sie eines Nachts aus ihrem Gemach in das Marufs im Augenblick, wo er herausging und sie wohl wusste, dass sie gesehen und es war ihm aufgefallen, dass seine Stiefmutter zu einer ganz ungewöhnlichen Stunde in seines Vaters Schlafzimmer gehe. Er folgte ihr daher leise mit einem Schwert umgürtet, das er schon als Kind trug und als er sah, dass sie den Ring nahm, sich damit freute und schon daran reiben wolle, zog er sein Schwert und schlug ihr den Hals ab. Maruf umarmte seinen Sohn und verspottete ihn nicht mehr wegen seines Schwertes. Am folgenden Tag ließ er Fatma beerdigen und bald darauf heiratete er die Tochter des Bauern, der ihn auf seiner Flucht bewirtet hatte und ernannte seinen Schwiegervater zu seinem Großvisier. So lebte er nun viele glückliche Jahre, bis der allen Freuden ein endemachende Tod ihn heimsuchte. sei der ewig dauernde. Die Gefangenen Seelen Jack Doherty war ein Fischer wie sein Vater und Großvater vor ihm. Wie diese lebte auch er ganz allein mit seiner Frau in seinem Häuschen am Meeresstrande in der Grafschaft Clare. Die Leute wunderten sich, dass die Familie Doherty sich dieses weltentlegene rings von steilen Felsen umgebene Wogen umrauschte Plätzchen zum Wohnsitz ausgesucht hatten. Aber die Doherty's wussten wohl warum. Dunby Bay war der einzige Ort an der ganzen Küste, wo es sich gut wohnte. Es war eine kleine Bucht, in welcher ein Boot so geschützt liegen konnte, wie ein Vogel in seinem Nest. Und aus dem Hintergrunde streckte sich eine Felsplatte in die See hinaus. Wenn nun, was nicht selten geschah, ein Sturm auf dem Atlantischen Ozean wütete und an der Küste sich starker Westwind erhob, dann zerschellte manch reich beladenes Schiff an diesen Felsen. Und was kam dann nicht 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 ans Land. Ganze Ballen mit schöner Baumwolle und Tabak, Fässer groß und kleine mit Wein, Rum, Kognak und Wacholder Brandwein gefüllt. Kurz, ein Dorthy lebte in dieser Bucht wie ein Edelmann auf seinem Gut. Die Dorthys waren freundlich und hilfreich, wenn es einmal einem schiffbrüchigen Matrosen glückte, das Land zu erreichen. Oft zog auch Jack auf seiner kleinen Zille hinaus und half der Mannschaft eines gescheiterten Schiffes an Land. Wenn aber das Schiff zerschellt und die Bemannung ertrunken war, wer möchte Jack tadeln, dass er Heimtrog was er fand? Und wer wird dadurch auch benachteiligt, pflegte Jack zu sagen. Der König, Gott segne ihn, ist doch wahrlich reich genug und braucht nicht noch das, was die Sehmir beschert. Trotzdem Jack das Leben meines Einsiedlers führte, war ein gutherziger, munterer Bursche. Einem anderen wäre es auch schwerlich gelungen, Middy Mahoney zu überreden, das behagliche, schmucke Haus ihres Vaters in der Mitte der Stadt Ennis zu verlassen und fortan, so viele Meilen entfernt, mitten mitten unter den Felsen zu leben, wo Robben und Seemöwen ihre einzigen Nachbarn waren. Aber Biddy wusste sehr wohl, dass Jack der richtige Mann war, mit dem eine Frau glücklich und behaglich leben konnte. Denn er versah die meisten Herrenhäuser des umliegenden Landes nicht nur mit Fischen, die in die Bucht geschwemmt wurden. Und sie hatte ihre Wahl nicht zu bereuen, denn keine Frau aß und trank besser, keine Frau war sonntags in der Kirche besser gekleidet als Frau Doherty. Es war nur natürlich, dass Jack mancherlei seltsame Dinge zu sehen und zu hören bekam, aber er kannte keine Furcht. Ja, es war sogar der sehnlichste Wunsch seines Herzens, einmal mit einem Nix zusammen zu treffen. Jack hatte gehört, dass sie ein menschenfreundliches Volk wären und dass seine Bekanntschaft mit ihnen immer Glück bringe. So oft er in der Ferne auf der Oberfläche des Meeres die Meermänner in ihren nebligen Gewändern zu sehen glaubte, da ruderte er spornstreichs auf sie los. Wie oft schallte ihn Biddy in ihrer sanften Weise, wenn er den ganzen Tag draußen auf dem Meere gewesen war, ohne einen Fisch heim zu bringen. Wenn Biddy gewusst hätte, auf was für Gefangsein sinngerichtet war. Jack ärgerte sich oft, dass er nie ein Nix ordentlich zu Gesicht bekam, und sie waren doch an der Küste so häufig wie Hummern. Er ärgerte sich umso mehr, als sein Vater und Großvater sehr oft Nixen gesehen hatten. Ja, er erinnerte sich sogar, als Kind gehört zu haben, dass sein Großvater, der sich als erster der Familie in Dunbi Bay niedergelassen hatte, mit einem Nix geradezu vertraut gewesen war. Und so lieb war ihm der Nix gewesen, dass er sich nur aus Furcht vor dem Priester davon abhalten ließ, ihn bei einem seiner Kinder gevatter stehen zu lassen. Endlich schien Jack das Glück hold zu sein und ihm nicht versagen zu wollen, was es seinem Vater und Großvater vor ihm gewährt hatte. Als er nämlich eines Tages weiter als sonst die Küste entlang geschlendert war, sah er, gerade als er umkehren wollte, etwas auf einem Felsen hocken, was er nie zuvor gesehen hatte. Der Körper war, so viel er aus der Entfernung sehen konnte, grün und er hätte schwören können, dass das Ding einen Dreispitz in der Hand hielt. Jack stand eine gute halbe Stunde da und betrachtete es mit gespannter Aufmerksamkeit. Die ganze Zeit überrührte es sich nicht vom Fleck. Endlich war Jacks Geduld zu Ende. Er tat einen lauten Pfiff und einen Ruf, als der Nächsten ein solcher war es, in die Höhe fuhr, den Dreispitz aufsetzte und kopfüber von den Felsen in die Flucht tauchte. Jacks Neugierde war auf das Höchste gestiegen und er ging geradewegs auf die Stelle zu, doch es war nichts mehr von dem Nix mit dem Dreispitz zu sehen. Jack dachte so viel darüber nach, dass er sich zuletzt einbildete, er habe alles nur geträumt. An einem sehr stürmischen Tage, als die See haushohe Wellen warf, beschloss Jack einen Blick auf den Nixenfelsen zu werfen. Sonst war immer nur an schönen Tagen dort gewesen. Als er hinkam, sah er richtig den Nix. Er schlug Purzelbäume auf dem Felsen, tauchte in die Flut, kam wieder empor und tauchte wieder unter. Von nun ab konnte Jack den Nix sehen, so oft es ihm beliebte. Er brauchte nur einen recht windigen Tag zu wählen. Aber das befriedigte ihn auf Dauer nicht. Wenn man einem einen Finger reicht, ja, der will die ganze Hand. Er wollte die Bekanntschaft des Nixes machen. Und es gelang ihm. Eines Tages ging er wieder zu der Stelle, von wo er einen guten Ausblick auf den Nixen Felsen hatte. Da erhob sich ein so furchtbarer Sturm, dass er in einer Höhle, deren es sehr viele an der Küste gab, Schutz suchen musste. Als er eintrat, sah er zu seiner Verwunderung den Nix dort sitzen. Er hatte einen Fischschwanz, Schuppen auf den Beinen und flossen an den Arm, grünes Haar, lange grüne Zähne, eine rote Nase und Schweinzeuglein. Er trug keine Kleider, hielt den Dreispitz unter dem Arm und schienen ernste Gedanken vertieft. Jack war trotz allen Mutes ein wenig eingeschüchtert, aber jetzt oder nie, dachte er. So ging er denn kühn auf den in Gedanken versunkenen Nix zu, nahm sein Hut ab und machte eine tiefe Verbeugung. Euer Diener, mein Herr, sagte Jack. Der Deine, Jack Doherty, erwiderte der Nix. Wie, Euer Gnadenwissen meinen Namen? rief Jack aus. Sollte ich ihn etwa nicht wissen, Jack Doherty? Ich Ich Deinen Großvater gekannt, mein Lieber, lange bevor er Judy Reagan, Deine Großmutter, zur Frau nahm. Ach, Jack, lieber Jack, wie gern habe ich Deinen Großvater gehabt. War das ein prächtiger Herr. Nie habe ich vorher oder nachher über oder unter dem Wasser seinesgleichen in der edlen Kunst des Zechens gesehen. Ich hoffe, mein Junge, fügte er mit einem lustigen Augenblinzeln hinzu, ich hoffe, du bist ein würdiger Enkel. Es kommt auf einen Versuch an, sagte Jack. Nun, es freut mich, dich so wacker sprechen zu hören. Wir müssen besser miteinander bekannt werden und wäre es nur um deines Großvaters willen. Aber dein Vater, Jack, mit dem war nichts anzufangen. Ich kann mir wohl denken, sagte Jack, dass ihr manch mächtigen Zug tut, um da unten in der kühlen nassen Flut euer Blut bei einiger Wärme zu halten. Aber darf ich so frei sein, zu fragen, wo ihr den Stoff hernehmt? Wo nimmst du ihn denn her, Jack? fragte der Nix und zupfte mit Daumen und Zeigefinger an seiner roten Nase. Rief Jack, jetzt geht mir ein Licht auf. Ich hoffe nur, euer Gnaden haben unten einen guten trockenen Keller, wo ihr ihn aufbewahrt. Verlass dich auf mich, sagte der Nix mit schlauem Zwinkern seines linken Auges. Es verlohnt sich gewiss sehr, den Keller anzusehen, fuhr Jack fort. Du hast recht, Jack, sagte der Nix, und wenn du mich am folgenden Montag um dieselbe Zeit hier treffen willst, dann werden wir weiter über die Sache sprechen. Jack und der Nix schieden als die besten Freunde von der Welt. Am folgenden Montag trafen sie wieder zusammen und zum Erstaunen Jacks hatte der Nix zwei Dreispitze mit, unter jedem Arm ein. Darf ich mir die Freiheit nehmen zu fragen, sagte Jack, warum euer Gnaden heute zwei Hüte mithaben? Ihr wollt mir doch nicht vielleicht gar einen davon schenken, damit ich ihn der Seltenheit wegen mit nach Hause nehme? Nein, Jack, erwiderte er, ich komme nicht so leicht zu meinen Hüten, dass ich mich so rasch davon trennen könnte, aber ich will, dass du mit mir hinunter kommst und mit mir zum Mittag speist und zu dem Zwecke habe ich dir den Hut mitgebracht. Der Herr bewahre und beschütze uns, rief Jack erstaunt aus, ihr wollt doch nicht, dass ich zum Meeresgrund hinunter fahre, ich würde doch sicher in dem Salzwasser ertrinken, was würde die arme Biddy anfangen, was würde sie dazu sagen? Ach, was liegt daran, was sie sagt, du Tropf? Wer kehrt sich an ihrem Zetern? Dein Großvater hätte nicht solche Einwendung gemacht. Wie oft hat er sich diesen selben Hut aufgesetzt und ist mit mir mutig in die Tiefe gefolgt? Wie oft haben wir zusammengespeist und manche Muschel voll Brandwein dort unten auf dem Grunde des Wassers miteinander geleert? Ist das euer Ernst? fragte Jack. Wohlan denn, hol mich der und jener, wenn ich meinem eigenen Großvater nachstehen will? Hier ist meine Hand. Ich gebe mich ganz in eure Gewalt. Es gilt Leben oder Tod. Jetzt bist du der Großvater, wie er leibt und lebt, sagte der alte Meermann. Komm also und folge meinem Beispiel. Sie verließen die Höhle, gingen in die Flut hinein und schwammen dann ein Stück, bis sie zu dem Felsen gelangten. Der Nix kletterte auf den Gipfel desselben und Jack folgte ihm. Auf der anderen Seite fiel der Felsen so jäh ab wie eine Mauer und die See sah so tief aus, dass Jack einiges Zagen empfand. Nun Jack, sagte der Nix, setze den Hut auf und halte nur ja die Augen ganz offen. Halte dich an meinem Schweif fest und folge mir, dann wirst du was zu sehen bekommen. Er sprang hinein und Jack folgte ihm mutig nach. Sie fuhren eine lange Zeit dahin und Jack glaubte, es würde kein Ende nehmen. Manchmal wünschte er, mit Biddy gemütlich am Kamin zu sitzen. Aber was nützte der Wunsch jetzt, da er sich so viele, viele Meilen unter den Wogen des Atlantischen Ozeans wähnte? Er hielt sich fest an dem Schweif des Meermannes, so schlüpfrig er auch war. Endlich kamen sie aus dem Wasser heraus und waren zum großen Erstaunen Jacks auf trockenem Lande auf dem Grunde der See. Sie landeten vor einem hübschen Haus, das sehr nett mit Austern Schalen gedeckt war. Der Nix wendete sich zu Jack um und hieß ihn willkommen. Halb vor Verwunderung, halb außer Atem nach der schnellen Fahrt durch das Wasser, war Jack kaum im Stande zu sprechen. Er blickte sich um und sah kein lebendes Wesen außer Krabben und Hummern, die gemächlich auf dem Sande spazieren gingen. Über ihm wölbte sich das Meer wie der Himmel und die Fische bewegten sich darin wie Vögel in der Luft. Warum so stumm, Jack? fragte der Nix. Du hattest wohl keine Ahnung, dass ich Bist du erstickt oder ertrunken oder grämst du dich um Biddy? Hä? Oh nein, erwiderte Jack lachend und zeigte seine blanken Zähne. Aber wer in aller Welt hätte sie auch so etwas gedacht? Komm Jack, wir wollen jetzt sehen, was wir zu essen bekommen. Jack verspürte wirklich großen Hunger und er war nicht wenig erfreut, als er aus dem Kamin eine Rauchsäule aufsteigen sah, die verriet, was drin vorging. Er folgte demnächst ins Haus und in die schöne Küche. Sie war reichlich mit allem Nötigen ausgestattet. Ein großer Anrichtetisch war da und eine Menge Pfannen und Töpfe und zwei junge Meermänner kochten. Dann führte ihn sein Wirt in das Zimmer. Das war freilich ziemlich schäbig. Es war weder Tisch noch Stuhl darin, Bretter und Holzblöcke versahen ihre Stelle. Doch brannte ein gutes Feuer im Kamin und Jack fühlte sich bei dem Anblick desselben ganz behaglich. Jetzt komm, sagte der Nix, ich werde dir zeigen, wo ich die ... du weißt schon, was ich meine aufbewahre. Und er warf ihm meinen schlauen Blick zu. Dann öffnete er eine kleine Türe und führte Jack in einen schönen Keller, der war mit Fässern aller Art von unten bis oben gefüllt. Was sagst du dazu, Jack Doherty? Glaubst du nun, dass man sich's auch unter dem Wasser behaglich einrichten kann? Ich zweifle nicht daran, erwiderte Jack, und das Wasser lief ihm im Munde zusammen. Als sie in das Zimmer zurückkehrten, war das Essen bereit. Es war freilich kein Tischtuch da, aber was schadete das? Jack hatte auch zu Hause nicht immer eins. Die feinste Familie im Lande hätte sich dieses Mittagessens an einem Festtage nicht zu schämen brauchen. Es gab natürlich die besten Fische, Steinbutt, Stör, Seezunge, Hummer, Austern, und viele andere kamen mit den allerbesten ausländischen Schnäpsen zugleich auf den Tisch. Die Weine, sagte der alte Meermann, seien ihm für seinen Magen zu kalt. Jack aß und trank, bis er nicht mehr weiter konnte. Dann ergriff er eine Muschel voll Kognak und sagte, auf eure Gesundheit, euer Gnaden. Euren Namen weiß ich merkwürdigerweise noch nicht, trotzdem wir doch jetzt schon so lange miteinander bekannt sind. Das ist wahr, Jack, ich habe nie daran gedacht, aber spät ist besser als gar nichts. Mein Name ist Kumera. Was für ein schöner Name, rief Jack aus und füllte seine Muschel von Neuem. Auf euer Wohl also, Kumera, mögt ihr euch noch fünfzig Jahre eures Daseins freuen. Fünfzig Jahre, wiederholte Kumera, ich bin ja wirklich sehr verbunden. Wenn du fünfhundert gesagt hättest, das wäre doch wenigstens der Mühe wert gewesen. Auf Ehre, rief Jack aus, ihr erreicht ein hohes Alter hier unten. Ihr habt meinen Großvater gekannt, der ist nun seit sechzig Jahren tot. Es ist wohl ein gesundes Wohnen hier? Gewiss, gewiss, Jack, bediene dich. Sie lehrten eine Muschel nach der anderen und Jack fand zu seiner ungeheuren Überraschung, dass die Getränke ihm nicht zu Kopfe stießen. Offenbar war die Wasserfläche über ihn die Ursache, dass sie kühle Köpfe behielten. Der alte Kumera fühlte sich immer behaglicher und sang mehrere Lieder. Aber Jack konnte sich nur an den Schluss eines einzigen Liedes erinnern. Endlich sagte der Nix zu Jack, nun, mein Lieber, werde ich dir meine Sammlung von Merkwürdigkeiten zeigen. Komm mit. Er öffnete eine kleine Türe und führte Jack in ein großes Zimmer, wo diese eine Menge Krimskrams sah, den Kumera im Laufe der Jahre gesammelt hatte. Was aber Jacks Aufmerksamkeit am meisten erregte, waren Hummerbüchsen, die auf dem Boden die Wand entlang aufgestellt waren. Nun, Jack, wie gefallen dir meine Merkwürdigkeiten? fragte der alte Meermann. Auf Ehre, sehr sehenswert, sagte Jack, aber dürfte ich mir die Frage erlauben, was die Hummerbüchsen da bedeuten? Ach, du meinst die Seelenkäfige. Äh, was, euer Gnaden? Die Dinger, in denen ich die Seelen aufbewahre. Ja, was für Seelen denn, euer Gnaden? fragte Jack höchlich erstaunt. Die Fische haben doch keine Seelen? Oh nein, erwiderte Kumara ganz ruhig. Die nicht, das sind die Seelen von ertrunkenen Matrosen. Der Herr beschütze und bewahre uns vor allem bösen, murmelte Jack. Wie in aller Welt seid ihr dazu gekommen? Einfach genug, wenn ich sehe, dass ein tüchtiger Sturm im Anzuge ist, so brauche ich nur zwei Dutzend von diesen Büchsen aufzustellen. Sobald dann die Matrosen ertrunken sind und ihre Seelen herauskommen, so sind die armen Dinger, die doch an die Kälte hier unten nicht gewöhnt sind, fast erfroren. Da suchen sie in meinen Büchsen Schutz. Ich sperre sie dann zu und bringe sie hierher ins Trockene. Tut es den war so erstaunt, dass er nicht wusste, was er sagen sollte. Er schwieg also. Sie gingen in das Speisezimmer zurück und tranken noch ein wenig von dem ausgezeichneten Kognak. Dann dachte Jack, es sei schon spät und Biddy würde ängstlich werden. Er stand also auf und meinte, es sei nun Zeit, dass er sich auf den Weg mache. Ganz wie du willst, Jack, sagte Kumara, aber annimm noch einen Abschiedstrunk bevor du gehst, denn du hast eine kalte Reise vor dir. Jack war viel zu höflich, als dass er den Abschiedstrunk abgelehnt hätte. Werd ich wohl, sagte er dann zu dem Meermann, meinen Weg nach Hause finden? Ach, was kann dir geschehen, erwiderte sein Wirt, wenn ich ihn dir zeige. Sie gingen hinaus und Kumara setzte Jack einen Dreispitz auf, aber verkehrt. Dann hob er ihn auf seine Schulter, um ihn von Stapel zu lassen. So, sagte er und gab ihm einen tüchtigen Schub, du wirst genau an derselben Stelle hinaus kommen, von der wir hereingekommen sind. Vergiss nur ja nicht Jack, mir den Hut wieder herunter zu werfen. Damit schoss er Jack wie eine Blase in die Höhe, so bis er zu dem Felsen kam, von welchem er hinabgesprungen war. Dann war für den Dreispitz ins Meer. Der sank unter wie ein Stein. Es war ein schöner Sommertag. Die Sonne ging gerade unter. Einsam funkelte ein Stern an dem wolkenlosen Firmament, die Wogen des Atlantischen Ozeans erstrahlten im Meer in einem goldigen Licht. Als Jack sah, dass es schon so spät war, machte er sich auf den Heimweg. Doch sagte er Biddy kein Wort davon, wo er den Tag zugebracht hatte. Jack musste viel an die armen Seelen denken, die in den Hummerbüchsen eingesperrt waren, und der Gedanke, wie er sie erlösen könnte, beschäftigte ihn unausgesetzt. Anfangs wollte er mit dem Pfarrer über die Sache sprechen, aber was hätte der tun können, und was kümmerte sich der nix um den Pfarrer. Kumara war übrigens ein guter Karl und wusste nicht, dass er etwas Unrechtes tat. Überdies hätte sich Jack selbst damit geschadet, wenn man erfahren hätte, dass er mit mehrmännern zum Mittag speiste. Er fasste also den Plan, Kumara zum Mittagessen einzuladen und alles aufzubieten, damit er sich einen Rausch antrinkte. Dann wollte er den Dreispitz nehmen, in die Tiefe tauchen und die Seelen aus den Hummerbüchsen befreien. In allererster Reihe war es nötig, Biddy fernzuhalten, denn Jack war klug genug, seine Absicht zu verbergen. Jack wurde also mit einem Male sehr fromm und sagte Biddy, es wäre wohl beider Seelen heil zuträglich, wenn sie zum Johannesbrunnen in der Nähe von Ennis eine kleine Wallfahrt Unternehme. Biddy war derselben Ansicht und so machte sie sich denn an einem schönen Morgen bei Tagesanbruch auf den Weg, nachdem sie Jack noch strenger aufgetragen hatte, das Haus zu hüten. Als die Luft rein war, ging Jack zu dem Felsen hinüber und gab Kumara das verabredete Zeichen, das heißt, er warf einen großen Stein in das Wasser. Sofort tauchte der Nix empor. Guten was willst du von mir? Es ist nicht der Rede wert, euer Gnaden, erwiderte Jack. Ich nehme mir nur die Freiheit, euch zum Mittagessen einzuladen. Ich komme sehr gern, Jack. Um welche Stunde speisest du? Wie es euch am besten passt, euer Gnaden, vielleicht um ein Uhr, damit ihr noch bei Tageslicht nach Hause könnt? Gut, ich komme. Du kannst bestimmt auf mich rechnen. Jack ging nach Hause und richtete ein feines Mittagessen her. Dann brachte er Kognak in solcher Menge, dass sich zwanzig Männer daran hätten betrinken können. Zur Minute kam Kumara seinen Dreispitz unter dem Arm. Das Mittagessen war bereit, sie setzten sich zu Tische und aßen und tranken wacker drauf los. Jack gedachte der Armseelen unten in den Hummerbüchsen und tat Kumara beim Kognak tüchtig Bescheid. Er spornte ihn auch an zu singen, weil er ihn so unter den Tisch zu bringen hoffte. Aber er vergaß, dass sie nicht die See über ihren Köpfen hatten. Kumara taumelte nach Hause, während Jack stumm wie ein Stockfisch am Karfreitag unter dem Tische lag. Er wachte erst am folgenden Morgen und da befand er sich in einem traurigen Zustande. Es ist vergebens, sagte Jack, so ist dem alten Zecher nicht beizukommen. Wie in aller Welt kann ich den armen Seelen aus den Hummerbüchsen helfen. Nachdem er fast den ganzen Tag darüber nachgedacht hatte, kam ihm plötzlich ein Gedanke. Ich hab's, rief er und schlug sich in seiner Freude aufs Knie. Ich hab's, ich möchte darauf schwören, dass er, so alt er auch ist, noch nie einen Tropfen echten Bergtauses gesehen hat. Der wird seine Wirkung nicht verfehlen. Wie gut, dass Biddy noch zwei Tage fortbleibt. Da kann ich es ein zweites Mal mit ihm versuchen. Er lud den Nix wieder ein und der lachte ihn aus, dass er so wenig vertrug und er sagte ihm, dass er seinen Großvater nie erreichen würde. Versucht es nur noch einmal, erwiderte Jack, und ich bürge euch dafür, dass ich euch unter den Tisch trinke. Ich tue dir gern einen Gefallen, wenn es in meiner Macht steht, sagte Kumara. Diesmal wässerte Jack seinen eigenen Kognak tüchtig. Dem Meermann aber gab er den stärksten Kognak, den er besaß. Endlich sagte er, mich beteuer Gnaden, habt ihr jemals einen echten Bergtau getrunken? Nein, antwortete der Nix, was ist das und woher kommt es? Oh, das ist ein Geheimnis, sagte Jack, aber es ist der rechte Stoff. Wenn er nicht fünfzig Mal besser ist als Kognak oder Rum, so könnt ihr mich einen Lügner schimpfen. Biddys Bruder hat mir gerade für ein Festchen Kognak ein wenig davon geschickt und da ihr ein alter Freund meiner Familie seid, so habe ich ihn aufgehoben, um euch damit aufzuwarten. Na, lass mal sehen, was es ist, sagte Kumara. Der Whisky, den Jack seinem Gaste einschenkte, war ganz ausgezeichnet und Kumara war entzückt. Er trank und trank und sang und lachte und tanzte, bis er auf den Boden fiel. Bald war fest eingeschlafen. Da griff Jack, der ganz nüchtern geblieben war, nach dem Dreispitz, rannte zum Felsen, sprang hinein und erreichte Bald Kumaras Haus. Alles war so still wie ein Kirchhof um Mitternacht. Kein nix, weder alt noch jung war zu sehen. Er ging hinein und stürzte die Hummerbüchsen um, aber er sah nichts. Nur ein leises Pfeifen und Zirpen ward hörbar, als er die Büchsen in die Höhe hob. Er war überrascht, doch er erinnerte sich, dass die Pfarrer oft gesagt hatten, kein lebendes Wesen könne die Seelen sehen, gerade so wenig wie den Wind oder die Luft. Nachdem er nun alles für sie getan hatte, was in seiner Macht stand, setzte er die Hummerbüchsen wieder so hin, wie er sie gefunden hatte, und dann sprach ein Gebet für die Armseelen. Nun dachte Jack an den Rückweg. Er setzte sich den Hut verkehrt auf, wie es sich gehörte. Aber als er draußen war, fand er, dass das Wasser so hoch über seinem Kopf stand, dass er keine Hoffnung hatte, je hinein zu gelangen, denn nun war Kummerer nicht da, um ihn, wie sonst, auf seine Schulter zu heben. Er schaute sich überall nach einer Leiter um, konnte aber keine finden, und es war auch weit und breit kein Felsen zu sehen. Endlich kam es ihm vor, dass die See an einer Stelle tiefer herabhinge als überall sonst. Er entschloss sich also, dort einen Versuch zu machen. Gerade als er hinkam, sei den Schweif eines großen Stockfisches vor sich. Da sprang er in die Höhe und ergriff den Schweif und der erstaunte Stockfisch schnellte empor und zog Jack mit hinauf. In dem Augenblick, da der Dreispitz das Wasser berührte, schoss Jack auch schon wie ein Kork in die Höhe. In kurzer Zeit erreichte er den Felsen und eilte, ohne sich einen Augenblick aufzuhalten, nach Hause, hoch erfreut über das fromme Werk, das er vollbracht hatte. Inzwischen ging es zu Hause schön zu, denn kaum hatte Jack das Haus verlassen, um sich den Seelen zu begeben, als Biddy von der Wallfahrt heimkam. Als sie in das Haus eintrat, sah sie auf dem Tische alles durcheinander liegen. Das ist eine nette Geschichte, sagte sie, der Lump, ich Unglückliche, während ich für seinen Seelenheilbete, hat er sich irgendeinen Vagabunden aufgelesen und mit ihm zusammen den ganzen Bergtau, den ihm mein Bruder geschenkt hat und alle Schnäpse, die an die Edelleute verkaufen sollte, ausgetrunken. Da hörte sie ein seltsames Grunzen. Sie blickte zu Boden und da sah sie den Nix unterm Tisch liegen. Heilige Jungfrau, beschütze mich, rief sie aus, er liegt da wie ein Tier. Ja, das Trinken, das macht den Menschen zum Tier. Oh, weh, weh, Jack, liebster Schatz, was soll ich mit dir anfangen, oder, oder vielmehr, was soll ich ohne dich anfangen? Unter solchen Klagen ging Biddy hinaus, sie wusste selbst nicht wohin, als sie plötzlich die wohlbekannte Stimme Jacks hörte, die ein lustiges Lied sang. Wie froh war Biddy, ihn frisch und gesund wiederzusehen und nicht in ein Tier verwandelt, das weder Fisch noch Fleisch war. Jack musste ihr nun alles erzählen, und obwohl Biddy ihm eigentlich böse sein wollte, weil er nicht schon früher alles gestanden hatte, so musste sie doch zugeben, dass er den armen Seelen einen großen Dienst erwiesen hatte. Hand in Hand kehrten sie versöhnt ins Haus zurück. Hand in Hand kehrten sie versöhnt ins Haus zurück. Jack weckte Kumara auf. Als er sah, dass der Nix ein wenig missgestimmt war, bat er ihn, sich nichts daraus zu machen, denn das sei schon so manchem braven Manne passiert. Er sagte ihm ferner, das käme nur daher, dass er an den Bergtau nicht gewöhnt sei, und empfahl ihm, das Gift durch Gegengift zu vertreiben. Aber der Meermann schien der Meinung, dass er genug getrunken hatte. Übelgelaunt stand er auf. Er besaß nicht einmal so viel Lebensart, Jack ein höfliches Wort zu erwidern, sondern schlich sich davon, um sich durch einen Sprung in das Salzwasser abzukühlen. Der Nix erfuhr niemals, dass die Seelen nicht mehr in seinem Besitze waren. Er und Jack waren weiter die besten Freunde von der Welt. Was aber die Befreiung der Seelen aus ewiger Verdammnis betrifft, so hat es darin noch kein Mensch Jack je gleich getan. Er fand immer neue Ausflüchte, um ohne Wissen Kumaras in dessen Haus zu gelangen. Dann wendete er die Hummerbüchsen um und ließ die Seelen entfliehen. Nur eines ärgerte ihn, dass er sie niemals sehen konnte. Aber da er wusste, dass das unmöglich war, so musste er sich endlich zufrieden geben. Sein Verkehr mit dem Meermann dauerte noch einige Jahre. Eines Morgens aber, als Jack wie gewöhnlich einen Stein ins Wasser warf, bekam er keine Antwort. Er warf einen Stein nach dem anderen hinein, aber keine Antwort folgte. Er ging fort und kam am nächsten Morgen wieder, aber es half nichts. Da er keinen Dreispitz hatte, so konnte er nicht nachsehen, was aus dem alten Kumara geworden war. Vermutlich war der Alte mittlerweile gestorben oder in eine andere Gegend gezogen. Das Geheimnis des alten Stadttores Erstes Kapitel Der alte Turm und seine Bewohner In vergangenen Zeiten hatte die alte Mauer die kleine Stadt liebevoll in ihre Arme geschlossen. Nun stand von ihr in der ursprünglichen trutzigen Form nur noch ein mächtiger Torbau. Auf der einen Seite schmickte sich an ihn ein halb verfallener Mauerrest, der sich als kümmerlicher Zeuge einer längst versunkenen Pracht seines Daseins zu schämen schien und mehr und mehr in sich zusammenbrach. Drüben aber stieg wie ein echter Emporkömmling der stattliche Neubau des städtischen Krankenhauses in die Höhe und blickte aus seinen langen Fensterreihen hochmütig auf den alten Turmnachbar, der nur mit einem einzigen Auge, dicht unter der Zinne, die Welt draußen vor dem Städtlein anschaute. Und welche Fülle von Luft und Licht und Sonne war dort zu holen! Verließ man durch das alte Tor die kleine Stadt, so konnte sich das steinmüde Auge kaum satt trinken an dem weichen Grün, das Wiese und Wald verschwenderisch gaben. Ganz stolz auf ihren Wetter eiferspiegelten sich die beiden in dem klaren Weiher, der in wiederen hellen Sonntagen als Gegenruß das blaue Himmelsauge strahlen ließ. Doch nur selten durchschritt ein Mensch das alte Stadttor mit seinem merkwürdig verschnörkelten Turmbau, auf dessen Zimmer ein zerbrochenes Rad den Hochsitz eines Ritters Langbein kündete, der just seinen Flug nach dem Lande des Nil beendet haben mochte. Die Bewohner der Stadt wählten die freien Ausgänge zu Wiese und Wald, und nur selten kam ein Wanderer seines Weges, den durchs alte Tor am frühen Morgen zum Städtlein führte. Dann konnte er das einzige Fenster des Turmes im Gruß der aufgehenden Sonne leuchten sehen. Wie ein Brennglas sammelte es die Strahlen, und es erschien wie ein geheimnisvoll glühender Rubin in grauer, unscheinbarer Fassung. War aber einer aus der Stadt des Abends noch draußen und wollte geradewegs heimkehren, so sputete er sich, damit er der Nacht mit ihren dunklen Schatten zuvor käme. Denn diese huschten in dem Torgang gleich unheimlichen Gespenstern hin und her. War es doch statt bekannt, dass es in dem alten Turm spuke? Gab es in dem ganzen Ort ein Männlein oder Weiblein, das nicht die schauderhaftesten Geschichten davon zu erzählen wusste? In Einzelheiten gingen sie zwar oft auseinander, je nachdem sie von dem Großvater stammten, der schon seit einem halben Jahrhundert im kleinen Friedhof schlummerte, oder von einer alten Mume, die sie von ihrem Vater wusste und mit allerlei grausem Zierrad verschnörkelt hätte. Der Kern, um den die Schauer mehr in ihren Tanz schlangen, war jedenfalls der gleiche, feste, unverrückbare. Im Turm lag ein unermesslich reicher Schatz vergraben. Zur Zeit der Schwedenkriege hat es einer getan, dem es bange werden mochte um seine schweren Geldsäcke. Weil er aber niemand auf Erden traute als sich selbst, so wusste keines Menschen Seele von seinem Geheimnis. Und eines Nachts holte ihn einer Uhr plötzlich von seinem Lager und führte ihn in ein Land, in dem nicht nach Geld und Gut gefragt wird und von wann es auch keine Heimkehr mehr gibt. So lag der Schatz seit uralten Zeiten im Turm. Und wie oft man auch Versuche machte, ihn zu heben, er ließ sich nicht finden. Wenn darüber auch die Bewohner des Städtleins sich schon lange beruhigt hatten, einem ließ er keine Ruhe noch rast. Und das war eben der, der ihn vergraben hatte. In mondhellen Nächten und zu bestimmten Stunden kam er in den verschiedensten Gestalten zu dem alten Tor und schaute nach, ob der Schatz noch unversehrt an seinem Platze wäre. Viele hatten den unheimlichen Gesellen schon gesehen, aber mochte sie die Angst und das Grausen verwirrt haben, ihre Schilderungen wichen himmelweit voneinander ab. Die einen glaubten, feurige Augen zu sehen, die denen einer Eule ähnlich waren. Die anderen meinten, eine kleine Gestalt erblickt zu haben, die gleich einer Fledermaus einen schwarzen Mantel um sich schlang. Wieder einer wollte ein schreckliches Geschrei gehört haben, das an den unheimlichen Ruf eines Kauzes erinnerte, während ein anderer ganz leise, heimliche Geigentöne vernahm, als würde der Geist seinem Schatze ein seltsames Schlummerlied spielen. War es da ein Wunder, wenn niemand das prächtige, weite Turmgemach bewohnen mochte, das sich in dem alten Bau erstaunlich gut gehalten hatte? Nicht bewohnen wollte trotz der gemütlichen, warmen Holzverkleidung bis zur halben Wandhöhe, trotz der reichverzierten Täfelung der Decke, trotz des mächtigen Kachelofens mit seinen zwei großen, offenen Durchsichten. Einmal, es war vor ungefähr 60 Jahren gewesen, hatte der Turm vor kurze Zeit einen Bewohner gehabt. Ein wunderlicher alter Kauz, als Sonderling im Städtchen bekannt und gemieden. Denn, obgleich er schwer reich war, seine Hand blieb stets verschlossen. Man wusste von ihm gar viel zu erzählen, dass sein Geiz sein Weib in den Tod getrieben und dass der einzige Sohn sich vom Vater gekehrt hätte, nach Amerika ausgewandert und dort verdorben oder gestorben sei. Wenn man den Leuten glauben wollte, so war der Alte nur in den Turm gezogen, um dort mit seinem Gelde ungestört zu sein. Eines Tages aber durchlief das Städtlein die Kunde, dass der wunderliche Kauz unter Zurücklassung seiner Zimmereinrichtung verschwunden sei. Die einen meinten, er sei übers große Wasser gefahren, um nach seinem Sohn zu suchen, weil ihm das Gewissen keine Ruhe lasse. Die Gründlicheren, und das war die Mehrzahl, wussten mit Bestimmtheit zu sagen, dass der Leibhaftige selbst ihn geholt habe. Seitdem, wie es wolle genug, der Alte Joachim Kroner kam nicht mehr zurück ins Städtlein. Seine Mobiliarschaft wurde versteigert, und er erlöst den Stadtarm überwiesen. Nur ein alter, riesiger Kleiderschrank, der auf dem Speicher stand und den wegen seines Umfanges niemand wollte, blieb als einzige Erinnerung an den Turmbewohner stehen. Seit der Alte Kroner den Stadtturm verlassen hatte, war es trotz der eifrigsten Bemühungen nicht mehr gelungen, einen neuen Mieter zu finden. Die würdigen Stadtväter ärgerten sich weitlich über den schier unglaublichen Widerstand der Einwohner, wenn sie in öffentlicher Sitzung Jahr für Jahr den Ausfall der Mietsumme buchen mussten. Daheim aber, im stillen Kämmerlein, gestanden sie es sich ehrlich ein, dass ihr eigenes Heldentum auch nicht auf stärkeren Beinen daher schritt. So wurde es denn mit einem einzigen Freudenschrei begrüßt, als vor mehr als zwei Jahren wie ein Lauffeuer die Nachricht durchs Städtlein flog, dass der alte Turm einen Bewohner gefunden habe, noch dazu einen, der mit großem Behagen übergesiedelt sei. Und alle kannten ihn, obwohl er selbst den Leuten aus dem Weg zu gehen pflegte. Es war der alte Jörg, ein weißhaariger Invalide aus dem Krieg 1870-71, von dem er zwar viele Ehrenzeichen, aber leider nur ein einziges Bein mit heimgebracht hatte. Seit dieser Zeit hauste er in dem kleinen Häuslein gegenüber dem Krankenhaus und lebte zuerst mit seiner Tochter und nach deren Tode mit dem einzigen Tochterkind zusammen. Vor zehn Jahren hatte das junge Ding geheiratet und da schien das Haus für die drei Menschen zu eng zu werden, besonders, als sich bald auch Raum für eine Wiege finden musste. Aber je kleiner das Häuslein für seine Bewohner wurde, umso schwerer vermochte sich der alte Jörg von seinem kleinen Urenkel zu trennen. So erschien es als ein Glück, dass das Torzimmer wieder einmal versuchsweise in all seinen wirklichen und eingebildeten Reizen in dem einzigen Stadtblättlein geschildert und zur Vermietung ausgeschrieben wurde. Der Alte war rasch entschlossen. Dort drüben stand er niemand im Wege und konnte doch, so oft er wollte, seine kleine Annemarie um sich haben, die mit ihrem jungen, erst aufgeschlossenen Leben die stärksten Fäden um das zu Ende gehende des Urgroßvaters schlug. Der Alte Jörg aber wurde oft ob seines Mutes sogar von der Stadtjugend bewundert, die sonst nicht mit der Tugend der Ehrfurcht sonderlich beschwert war. Sein Gesicht, das seinem frisch gepflügten Ackerglich auf dem Raureif lag, überflog ein Lächeln, wenn er die Kappen sah, die flugs vom Kopf verfuhren, sobald ein Junge ihm über den Weg lief. In die Stadt selbst ging der Alte nur selten, meist nur dann, wenn er sich im Lebzelder Gästlein seinen Tabak holte. Denn neben seinem Enkelkind war die Pfeife seine beste und treuste Freundin, die ihn Tag und Nacht nicht verließ, die bereits in seinem Mundwinkel so tiefe Furchen gegraben hatte, dass sie da sicher und fest lag, auch wenn sie schon lange kalt geworden war. Die alte Hollerfrau vom Armenhaus, die das Turmzimmer allwöchentlich mit viel Wasser und wenig Liebe reinigte, erzählte, dass Jörg in seinem Testament aufgeschrieben habe, dass seine Pfeife einmal mit in seinen Sarg kommen müsse. Sonst stiege er mitsamt dem alten Turmgeist wieder aus dem Grabe. Wenn der aber den Schwedenschatz in all den Jahren noch nicht entdeckt habe, er würde seine Pfeife bald gefunden haben. Um all das, was man im Städtlein über das alte Stadttor und seiner einzigen Bewohner plauderte, kümmerte sich dieser nicht im Geringsten. Sommers saß an dem Fenster, das Wiese, Wald und Weiher umschloss, und kehrte der Stadt den Rücken. Winters aber rückte er seinen Lehnstuhl an den Ofen. Wenn dann die Glut in diesem zu Fingen begann, bis die ganze Stube in ein undurchdringliches Nebelmeer gehüllt war. Dies waren die Stunden der wachen Träume. Sie flogen zurück in längst vergangene Tage, da er noch jung war, und trugen ihn hinüber in das Land der unbekannten Zukunft. Da spannen seine Gedanken und halbwachen Sinne prächtige Luftschlösser, in denen seine kleine Annemarie als holde Königin herrschte und die samt und sonders aus Gold und Edelsteinen erbaut waren. Das Geld dazu? Ach, doch eine Kleinigkeit! Wozu war er der Hüter des unermesslich großen Schwedenschatzes? Der musste gehoben werden, und der Anteil des ehrlichen Finders reichte wohl aus, seine Baupläne in die Wirklichkeit zu setzen. Konnte man doch von dem Schatze die ganze Stadt kaufen. Und warum sollte es nicht gelingen? War er nicht ein Sonntagskind und hatte bis zur Stunde auf das große Glück gewartet? Verstand er nicht die Sprache der Tiere und allerlei Zeichen zu deuten? Warte nur, kleine Annemarie, dein junges Leben und das Geheimnis des alten Stadttores klingen wunderlich zusammen in den Träumen deines alten Großvaters. Zweites Kapitel Die Eule Ludmilla und die Verschwörung Zwei Jahre waren so über dem Städtlein dahingegangen, seit der alte Jörg von dem Turmzimmer Besitz ergriffen hatte. Ein Sommertag ging wieder einmal schlafen. Im grauen Gewand flog die Dämmerung über die Stadt. Jörgs Zimmer war bereits dunkel. Er saß in seinem Lehnstuhl, und die Pfeife lag in der Rinne des rechten Mundwinkels an ihrem gewohnten Platz. Über dem Gesicht ruhte eine schwere Wetterwolke, die Furchen schien tiefer zu sein, als ob sie der Sturm aufgewühlt hätte. Seine Gedanken waren drüben im kleinen Häuslein, und er sah voll Grauen einen umherschleichen und auf lebliche Beute lauern. Langsam stieg hinter dem Walde der Mond auf. Da wurde es auf der Turmzinne lebendig. In einem Winkel stand der schmucklose Rest eines seit langem unbenützten Taubenschlages. Aus diesem schlüpfte eben lautlos und geisterhaft eine seltsame Erscheinung. Auf hohen Beinen stand die schlanke Gestalt, umhüllt von einem weiten, bauschigen Kleide und spähte mit scharfen Augen über den Rand des Gemäuers in die Nacht. Es war Ludmilla, die Eule. Der Schleier, den sie herzförmig übers Gesicht gezogen hatte, warf bald da, bald dort Falten, so dass man nicht wusste, ob sie lachen oder weinen wollte. Sie erwartete eben den Besuch Tills des Kauzes, den sie zu einer geheimen Besprechung eingeladen hatte. Da ertönte schon sein Gruß. Till setzte sich neben die Eule und begann mit lebhaftem Ton die Unterhaltung. Nun, verehrte Freundin, wie haben Sie den Tag verbracht? Mit Denken, Träumen und Schlafen? Ist der Plan der Turmverschwörung schon fix und fertig? Welche Rolle habt ihr in eurer Weisheit im Meer zugedacht? Die Fragen hatten sich wie tolle Purzelbäume überstürzt. Ludmilla blies ihren Schleier auf, um besser zu hören, aber sie sah dadurch etwas hochmütig aus. Nur nicht zu viel Fragen auf einmal, lieber Freund, mahnte sie. Der Weise wartet auf Antwort, bevor er ein neues Rätsel erforschen will. Also eins nach dem anderen. Den Tag verbrachte ich mit Denken und Träumen, was sollte ich auch anders tun? Meine Augen ertragen nun einmal das helle Licht nicht, ein Erbübel unserer Familie. Dadurch lernen wir aber mehr als andere Tiergeschlechter das Nachbleben der Menschen kennen. Was bei ihnen das Tageslicht scheut, wird uns offenbar. Ja, ja, lachte Till. Dadurch ist ja eure Familie in das famose Turmgeheimnis eingeweiht worden. So ist es, antwortete Ludmilla. Und meine Ahnfrau hat es weitergegeben, von Geschlecht zu Geschlecht bis... Bis wann, Verehrte? warf der Kauz ein, der seine Neugier nicht verbergen konnte. Bis wir eben das Sonntagskind finden, dem der Schatz gehören soll, sagte ernst und beinahe feierlich die Eule. Und der Glückliche ist ja nun gefunden. So ist es, sprach Ludmilla. Wir sind endlich im Klaren. Nach allem, was ich selbst erkundet und von den übrigen Turmbewohnern erfahren habe, kann nur der alte Jörg das Erbe bekommen. Er ist ein echtes Sonntagskind und versteht unsere Sprache. Herrlich, wunderbar, schrie ganz begeistert der Kauz. Ruhig, ruhig, lieber Till, sagte Ludmilla. Noch ist es Sommer und wir müssen den jungen Lenz abwarten. Dann erst, wenn alle Knospen aufbrechen, darf das Geheimnis sich enthöhnen. Bis dahin gibt es noch Arbeit, die Fülle. Und was für einen Anteil habt ihr mir zugedacht? fragte ungeduldig der Kauz. Das sollt ihr später erfahren, wenn Frau Isidora, die Kreuzspinne, den ganzen Plan bis in die feinsten Fäden ausgesponnen hat. Ein Kunstwerk will seine Zeit haben, aber ihr sollt schon vorher eine Rolle erhalten. Vorerst schweigen, mahnte bedeutungsvoll die Eule. Und euren Ruf vor dem Häuslein drüben unterlassen. Dort liegt das Enkelkind unseres Freundes todkrank. Ihr versteht mich doch? Nicht ganz, antwortete der Kauz. Holte mir eben drüben eine kleine Vespa. Kaum fängt es zu dämmern an, brennt dort schon die Lampe und ihr wisst. Ja, ja, lieber Freund, das Licht lockt allerlei leichtsinnig Folgern, Mücken und Schnaken und Käfern an. Da tanzt dann das Gesindel in dem hellen Ballsaal, als gäbe es auf der Welt nichts als Lust und Narretei. Nun, dem Tanz war schnell ein Ende gemacht, lachte der Kauz lustig auf. Wie ein Polizist fahre ich zwischen das Gesindel und packe es am Kragen. Kurze Hand, nennen die gescheiten Mensch dies Verfahren. Schmerzvoll verzog Ludmilla ihr Gesicht. Mitten aus Lust und Freude in den Tod, just wie bei den Menschen. Auch beim Sonnenkinde drüben im Häuslein muss ich's fürchten. Der Tod schleicht um die Mauern und möchte sich das Blümlein holen. Darf er nicht, schrie zornig der Kauz, dann wäre der ganze Turmschatz beim Kuckuck. Just um des Dörnleins willen freut mich die ganze Geschichte und der alte Jörg hält die Erbschaft für ein Plunder, wenn er sie nicht den paar Menschen hinterlassen kann, die er mehr liebt als sein Leben. Ganz recht, lieber Freund, das blonde Kind darf nicht sterben. Unsere Turmverschwörung wäre sonst nutzlos. Darum müsst ihr vor dem Häuslein schweigen. Die Menschen sind allzu schwach. Hört euch die Mutter rufen, so meint sie, der schwarze Tod hätte dem Kinde die Botschaft gebracht, ihm zu folgen. Dann hat sie keine Kraft mehr mit ihm, um das blonde Ding zu kämpfen. Weiß, weiß, flüsterte der Kauz in traurigem Tone, und dann ist der Tod der Stärkere. Verstehe aber wirklich die dummen Menschen manchmal gar nicht. Sie sind so abergläubisch, dass sich unsereinem die Federn sträuben können. In meiner Freude über den guten Fang habe ich dem leichtsinnigen Käfervolk zugerufen, kui mit, kui mit. Dachte wirklich nichts Schlimmes, würde mich ja schämen, mein Knecht des Schwarzen zu sein. Liegt meiner lustigen Weltanschauung auch nicht. Drum schlug die Frau plötzlich den Laden zu. Ach, mir geht ein Licht auf, das meinen Augen und meinem Herzen wehtut. Räume unter den Feinden der Menschen auf, und zum Dank nennen sie mich Totenvogel. Ach, ach. Daran ist nichts zu ändern, warf tröstend die Eule ein. Wenn alle Menschen so klug wären wie unser alter Turmherr, und wenn sie unsere Sprache verstünden, würde es wohl anders sein. Alles Unglück in der Welt kommt davon her, dass man sich nicht versteht. Darüber habe ich schon oft und oft den ganzen Tag nachgedacht. Darum geltet ihr auch als die Königin der Weisheit, schmeichelte Till. Wären die Menschen nur halb so klug wie ihr, dann hätten sie schon längst den Turmschatz gefunden. Nun, sprach Ludmilla, freuen wir uns, dass wir mitarbeiten dürfen, und den würdigsten damit zu belohnen. Till knurrte plötzlich der Magen. Und auf diese Freude wollen wir nun gleich fröhlich anstoßen. Gemeinsam mit euch zu speisen und dabei Näheres über eure Pläne zu hören, wird mir ein Vergnilgen sein. Die Eule war einverstanden. In der Nähe ist eine feine Herberge, lieber Freund, allerbester Spitzmausbraten zu jeder Tageszeit frisch zu haben. Mein Leibgericht! Till schüttelte sich in komischem Grausen. Danke vielmals, gnädigste. Neidlos Ihnen überlassen. Nicht nach meinem Geschmack. Ich liebe das einfache Hausmannskost. Schon meine Mutter hatte wieder Willen gegen Spitzmausbraten, während sie Hausmäuse in jeder Zubereitung lebte. Ja, ja, stimmte Ludmilla gedankenvoll zu. Die Vererbung zeigt sich auch bei unseren Mägen. Der Enkel frisst, was seine Ahne fraß. Eine feine Weisheit, sprach Till bewundernd. Eure Kinder können sich glücklich preisen, eine solche Mutter zu besitzen. Wie geht es übrigens den herzigen Kleinen? Stecken wohl warm und weich in ihren Federn? Danke, sagte gerührt Ludmilla. Es war heuer ein reicher Kindersegen. Ihr kennt doch unseren Familienspruch. Gutes Mäusejahr, viele Eulenkinder. Man hat sein Nachkommen gegenüber doch auch Pflichten. Wenn ich an den Kuckuck denke, empört sich mein Eulenherz. Hat man ein reiches Einkommen wie dieses Jahr, so kann man ein paar Bruten verantworten. Sie sind alle wohlgeraten, und einem schmeckt die Kost besser als dem anderen. Man hat seine Freude an den Kindern. Klugweise wie selten eine Frau und ein mütterlich Herz, lobte der Kauz. Schmeichler, rief Frau Ludmilla abwehrend, indem sie an ihrem Schleier zog, dass es wie ein Lachen über ihre Züge ging. Wir wollen nun zu unserem Nachtmahl fliegen. Mit leerem Magen ist schlecht beraten. Lautlos flogen die beiden Gestalten in die dunkle Nacht. Drittes Kapitel Aurelia und Zervas bei einer fröhlichen Jagd Es war am anderen Morgen. Der alte Jörg ging in seinen Keller, um dort etwas Ordnung zu schaffen. Er musste seiner finsteren Gedanken, die immer um das Häusland drüben zogen, Herr werden. Aber nicht lange hielt er es aus. Leise vor sich hinsprechend stieg er die Treppe wieder empor und schritt über die Gasse hinüber. Sollte sein Liebling wirklich dem Tode verfallen sein? Im Hausgang trat ihm die Enkeltochter entgegen. Das Fieber will nicht weg und wenn es nach dem Doktor geht, wird es nicht mehr lange dauern. Und der Totenvogel hat auch gestern gerufen. Das hat mir ein Stich ins Herz gegeben. Ein fast grimmiges Lächeln flog über das faltige Gesicht Jörgs. Unsinn, Weibergeschwätz, brummte er. Da aber beides für unheilbar hielt, schwieg er und warf nur einen kurzen Blick auf das Bettlein an der gegenüberliegenden Wand. Da sah er ein rotglühendes Kinderköpfchen, das sich voller Unruhe auf dem Kissen hin und her war. Kann schon auch werden, tröstete er die Mutter und sich selbst. Kämpft mit dem Schwarzen. Jungblut wird mit allem fertig, auch mit dem Tod. Gib dem Kind nur fleißig sein kühles Tränklein und lass am Abend, wenn's gewittert hat, viel frische Luft ins Zimmer. Dann ging er mit traurigen Augen in sein einsames Turmzimmer zurück. Sein Besuch im Keller hatte dort große Aufregung hervorgerufen, die sich entlud, als die Dämmerung auf leisen Sohlen in den Raum schlich. Unter einem Stein, der losgelöst in eine Ecke des Kellers lag, trat Aurelie hervor, die Kröte. Ganz aufgedunsen von ihrem Nachmittagsschlaf blinzelte sie nun mit ihren großen Augen vergnügt in ihre Welt hinein. Hübsch war die Erscheinung Aurelias nicht. Dazu war ihre Gestalt so plump und ihr Kleid so unscheinbar. Die Warzen trugen auch nicht zu ihrer Verschönerung bei. Aber sie wusste als kluge Frau, dass es nicht aufs Gewand, sondern auf den Verstand ankomme, und von diesem besaß sie nach ihrer Ansicht mehr als genug. Aurelia wollte mit ihrem Vetter Servas im Nachbargärtlein sprechen. So machte sie den gleichen Weg, den heute der alte Jagd wiederholt zurückgelegt hatte. Auf dem Gartenweg kam ihr Servas entgegen. Das Zusammentreffen war aber durchaus nicht freundschaftlich, sondern echt krötenhaft. In beider Seelen kroch hässlicher grüner Futterneid empor. Als sie sich ganz nahe waren, setzten sie sich aufrecht und schauten sich scharf an, wie zwei Gegner, die vor dem Zweikampf ihre Kräfte messen wollen. Der Zorn blies beide so auf, dass sie giftgeschwollenen Kugeln glichen, die nur auf einen Stoß warteten, um ins Rollen zu kommen. Und nun wurde der Streit ausgetragen. Sie schlugen aber nicht aufeinander los. Das wäre gegen allen Krötenbrauch gewesen und Frau Aurelia, wie ihr Vetter Servas, hielten fest zu den Sitten ihrer Väter. Sie schlägten ihren grimmigen Zorn am Körper des Gegners kräftig ab und damit war jeglicher Zwist wie ausgelöscht. Friedlich gingen sie zu gemeinsamer Mahlzeit. Der warme Sommerregen hatte ja überreicht die tollpatschigen Würmer aus der nassen Erde gelockt, so dass die beiden in ihrer Esslust sich keinerlei Zwang anzutun brauchten. Das war ein fröhlich Kämpfen und Siegen. Die Zungen schossen hervor wie frisch geschliffene Schwerter. Trafen sie ihr Opfer, so half kein Zappeln und Wehren. Wie angeleimt am Zungenschwert war's unrettbar dem dunklen Schlund verfallen. Heute war aber Aurelia trotz der reichen Magenstärkung in großer Erregung. Musste sie doch Nachricht über das Befinden der kleinen Annemarie erhalten. Seit der alte Jörg im Keller war und sie seine sorgenvollen Worte vernommen hatte, konnte sie ihren Kummerschieren nicht mehr bewältigen. So fragte sie dann unvermittelt, »Was macht unser krankes Kind?« Servaz schritt ein Stück näher und blieb dann wieder stehen. So war es seine Gewohnheit, der auch in den ernstesten Augenblicken treu blieb. »Danke der Nachfrage. Hoffe, dass das kleine Herzlein standhält. Wir sind zwar immer noch in großer Sorge, trotzdem lasse ich die Hoffnung nicht sinken.« Dabei traten seine Augen weit heraus, da er seine Tränen mannhaft zu unterdrücken suchte. Frau Aurelia sprach teilnehmend, »Wenn man dem lieben Kind nur helfen könnte. Die Menschen werden von Geschlecht zu Geschlecht immer dümmer und hochmütiger. Als meine alte Mume noch lebte, nahm sie noch Zuflucht zu uns und fanden Heilung in tausend Krankheiten.« »Nicht möglich«, suchte Servaz, zweifelnd einzuwerfen. »Nicht möglich, hört, nicht möglich«, zischte Aurelia in zornig gekränktem Tone. »Warum nicht möglich, mein junger, unerfahrener Herr? Wir Kröten trugen sogar unsere Haut zu Magde, um ein krankes Menschenherz wieder gesund zu machen. Es ist so, Vetter, aus unserer Haut bereitete man kostbare Seiden, dafür schimpfen sie uns nun zum Dank giftige Kröten.« »Doch nicht alle«, entschuldigte Servaz die angegriffenen Menschen. »Eure Mume muss eine kluge Frau gewesen sein?« »Ach ja«, sprach in wehmütiger Erinnerung Frau Aurelia, »sie fand ein allzu frühes Ende.« Bei einem nächtlichen Ausgang zog sie sich eine heftige Erkältung zu. Ein langes Siegtum stand ihr bevor, da erlöste sie Herr Stelzbein mit einem kurzen, schmerzlosen Griff von ihrer Krankheit. Unsere Familientrauer war groß und tief.« Servaz hatte die Eigentümlichkeit immer Hunger zu verspüren, wenn er gerührt wurde. So legte sich ihm auch der teilnehmende Schmerz um Aurelias Mume auf den Magen. Er dachte an die niedlichen Kellerschnecken im Tor drüben und fragte Aurelia, ob ihr das Geleite auf dem Heimweg geben dürfe. Sie habe ihm ohnehin noch nicht das große Loch gezeigt, in dem man vor langer Zeit den geheimnisvollen Schatz vermutet, aber vergebens gesucht hatte. Langsam humpelten die beiden durch den Garten, über die Gasse und die Treppe hinab zum Keller. Die Augen des Vetters suchten den Boden ab. Da sah ein paar kleine, graue Schifflein, die bedächtig und geräuschlos vorwärts schwammen. Wie im Wasser fuhren die Flöße dahin. Seht nur, flüsterte Aurelia, ich könnte die jungen Damen um ihre leichten, zierlichen Bewegungen beneiden. Und wie sie sich zu helfen wissen, damit ihr zarter Körper den Boden nicht zu berühren braucht, spritzen sie einfach das nötige Schwimmwasser selbst aus und fahren dann darüber wie ein Schifflein im Teich. Wunderbar in der Tat, ein merkwürdig Erbstück ihrer Ahnen. Entgegnete ebenso leise Servas. Und doch schützt es sie nicht vor uns, die wir neben ihnen schwerfällige Spießbürger sind. Der Körper allein tut es eben nicht, Hauptsache ist immer und überall der Geist. Damit schnappte Aurelia die eine Kellerschnecke, während sie die andere großmütig dem Vetter überließ. Da und dort glänzte es wie schimmernd Eis auf dem Boden und an den Wänden. Frau Aurelia machte Servas auf die silbernen Bänder aufmerksam. Seht ihr das glänzende Eis? Das ist zurückgebliebenes Schwimmwasser, das unbenutzt sofort trocknet und fest wird. Auf diesen Spuren verfolgen wir unser Wild. Das Krötenpaar leistete ihnen dieser Nacht sein Möglichstes. Sie kletterten um die Wette empor und wenn die Spitzen der Zehen den schweren Körper an der Kellerwand nicht mehr zu halten vermochten, so drückten sie sich fest an und leimten sich mit der steilen Wand zusammen. Aurelia kannte jeden Spalt in dem Gemäuer und hatte schon manch einen Stein gelockert, der ihr verdächtig schien. Mit Rat und Tat war sie dem Schatzgräber beigestanden. Servas schien der gleiche Gedanke zu bewegen, denn er fragte plötzlich, wie steht es denn mit dem Trommschatz? Sucht der Alte noch oder hat der Alte jetzt keinen Sinn dafür, seit das Kind todkrank ist? Aurelia machte ein gar wichtiges Gesicht und drehte ihre Augen heraus. Die Geschichte wird wohl bald zum Klappen kommen, wir helfen alle zusammen, wie ein Mann, sagte sie leise, in geheimnisvollem Tone. Dass übrigens der Schatz nicht bei uns im Keller ist, weiß Jörg. Alle Verstecke und Schlupfwinkel habe ich ihm gezeigt. Der Schatz muss an einem anderen Ort vergraben sein. Aber wo, wo, fragte Lauerns Herr Vars. Auf der Spur sind wir, antwortete triumphierend Aurelia. Wir vermuten, dass er oben im Speicherraum dicht unter der Turnzinne liegt. Alle Zeichen sprechen dafür und Hans Jakob, der Trotzkopf, der Klopfkäfer, warf schreibt, fragte zweifelnd Servas. Na, das ist doch sehr einfach, belehrte Aurelia, sein Geschlecht haust doch schon seit alten Zeiten dort, so dass er jeden Winkel seiner Burg kennt. Ich glaube, er weiß mehr, als er uns schon gesagt hat. Jedenfalls arbeitet er tüchtig an der Entdeckung des geheimnisvollen Schatzes, darüber sind wir uns alle klar. Merkwürdig ist eine solche Geschichte seltsam, wunderbar, ganz aufgeregt bin ich. Dann nehmt rasch euer Sitzbad im Teich, sagte etwas spöttisch Aurelia. Damit schlüpfte sie in ihr Schlafzimmer. Servas aber stolperte die Treppe hinauf, zum Tor hinaus und erquickte sich noch im kühlen Wasser. Im Nachbarhause lag das blonde Kind. Die roten Rosen auf den Wangen hatten sich unter der weichen Hand des erfrischenden Abendwindes, der durchs offene Fenster strömte, in Weiße gewandelt. Viertes Kapitel Die Kreuzspinne Isidora spinnt den Plan Im alten Turm war es kühl, trotz der sommerlichen Schwüle draußen. Das dicke Mauerwerk, an dem die alte Zeit nie gespart hatte, wehrte dem Einfall der Hitze. Zudem tat heute die Hollerfrau ihr Übriges bei ihrem großen Reinigungswerk. Die ganze Turmtreppe schwamm im Wasser. Jörg war in den Keller geflüchtet, bis die Luft in seiner Stube wieder rein war. Sein erster Blick galt der Ecke dicht beim Fenster. Richtig, das Spinnennetz war zerstört, wie immer. Dummes Weib, brummte der Alte, nicht das geringste Kunstverständnis. Mein armes Tierlein muss wieder die Arbeit von vorne beginnen. Er rückte sich aufseufzend den Stuhl ans offene Fenster, legte die Bibel auf den inneren Sims und war bald ins Buch Jesus Sirach vertieft. Die fliegenden Kreise, die aus seiner Pfeife zum Fenster hinaustanzten, wurden mählich schwächer und langsamer. Ein friedliches Schnarchen war das einzige Geräusch, das sich in der Stille hören ließ. Da flog durchs offene Fenster Max Brummer aus dem Geschlecht der Schmeißer. In großer Erregung kam er geradewegs aus der Küche des Krankenhauses. Nur sein rascher Entschlussreiß auszunehmen, hatte ihn vor einem frühen Tode bewahrt. Und wie gerne wäre er doch da noch drüben geblieben. Das Spülmädchen hatte gerade von dem Schwedenschatz im alten Turm erzählt, und die Köchin meinte, der Jörg werde ihn schon heben, denn er verstünde sich doch gar gut mit den höllischen Geistern, und des zum Beweise berichtete sie die schauerlichsten Geschichten, dass sich sogar Max die Haare sträubten. Dabei saß er auf einem prächtigen Stück Fleisch wie auf einem weichen Sofa und freute sich des heimlichen Gruselns. Und da musste ihn das Flackauge der Köchin erspähen. Na, warte, alter Jörg, dir will ich heute deine Schatzgräberträume versalten. Damit setzte sich Max keck auf Jörgs Nase. Auf diesem roten Grunde hob sich der glänzend blaue Rock der Schmeißfliege leuchtend ab. Max war nicht nur unbarmherzig, sondern auch ein Quecksilbergeist. Von der Nase des Alten auf die Stirn, von dieser auf die Wange und so rundherum machte er seine Spaziergänger auf dem furchigen Boden über Tal und Höhn. Dabei sang er dem Alten sein höhnes Lied ins Ohr. Der Schatz war für die Katz, die Katze freist den Schatz, willst ihn wirklich haben, so musst du ewig graben, drum grab, grab immer zu, der Schmeißer lässt dir keine Ruhe. Jörg wurde unruhig und schlug nach dem unwillkommenen Besucher. Max aber ließ sich nicht stören, flog und tanzte herum und sang zur Abwechslung eines seiner leichtsinnigen Verslein. Eins, zwei, drei, die Luft ist schnell vorbei, wer dumm ist, denkt und sind, wer kök ist, der gewinnt. Eins, zwei, drei, mir ist es einerlei. Da kroch langsam aus der Ecke des Zimmers dicht beim Fenster Isidora, die Kreuzspinne. Sonst war sie wütend über die Hollerfrau, wenn die sie ihr Netz regelmäßig herunterriss. Heute ertrug sie es mit staunenswerter Ruhe. Mochte es sein, in der Fensterecke war ohnehin nicht mehr ihres Bleibens. So saß Isidora vor ihrem Versteck und überlegte ihre Übersiedlung in die andere Zimmerecke. Im hintersten Winkel der Stube wollte sie ihr Zelt aufschlagen, wie sie es mit Hans Jakob dem Trotzkopf vereinbart hatte. Dicht unter seiner Burg im Speicher war sie dann und konnte sich mit ihrem Verbündeten leicht verständigen. Sie kroch an der Wand entlang und fand bald einen wohnlichen Raum. Und nun hieß es rasch an die Arbeit gehen, denn der freche Schmeißer musste bestraft werden. Wollte sich der unterstehen, ihre Pläne zu stören? Aus weit über tausend Röhrchen spritzte sie die feinsten Strahlen ihres Webstoffes und schmolz sie zu starken Fäden zusammen. Zuerst die Grundlage, sprach die Künstlerin und stellte aus besonders kräftigen Seilen einen Rahmen her. Der Schatz ist sicher im Turm, das pfeifen die Spatzen auf dem Dach und die Mäuse im Keller. Neugierig flog Max näher und begann Keck die Unterhaltung. Gewiss ist der Schatz im Turm, verehrteste, sagte er wichtig und spreizte seine Flügel. Isidora war empört über den dreisten Schwätzer und Nichtstuer. Aber sie meisterte in echter Künstlerschaft nicht nur den Webstuhl, sondern auch den Zorn und sprach mit geringschätzigem Tone Behaltet eure unerfahren Weisheit für euch und lasst mir vor allem den Alten in Ruhe. Es möcht euch sonst geräuen. Ganz giftig kamen die letzten Worte hervor, während sie unermüdlich Webstoff aus ihren Röhren spritzte. Mehr und mehr füllte sich der Rahmen mit Lauf- und Fangfäden. Auf den ehesteren lief Isidora hin und her und arbeitete emsig an dem Gewebe. Mit ihren Kämme gezähnt waren, tanzte sie gleich einer Seiltänzerin auf den trockenen Laufwegen ihres Netzes entlang. Niemals tat sie einen Fehltritt und die glatten Kämmchen verletzten nicht im geringsten das feine Gewebe. Dass der Schatz nicht im Keller ist und nicht im Zimmer des Alten haben die Kundschaft erforscht. Die alten Netze sind zerrissen, die neuen Fäden laufen bald zum Ziele. Isidora diese Worte im leisen Selbstgespräch mehr gedacht als gesprochen. In der Stube waren nur zwei Geräusche zu vernehmen, das Schnarchen des alten Jörg und der Gesang des Brummers. Frau Isidora arbeitete mit Denken und Spinnen ohne Rast und Ruhe weiter, nur ab und zu ein lauernder Blick auf Max werfend. Jetzt trug sie ein besonderen Säckchen Leim herbei. Max nahm an, die Spinne wollte nicht gestört werden und weil es ihm zu langweilig wurde, wollte er eben zum Fenster hinaus fliegen, um draußen ein lustiges Abenteuer zu erleben. Da rief ihm Isidora mit ganz veränderter Stimme zu, Wohin, junger Herr? Bleiben Sie doch noch ein Weilchen. Nach der Arbeit unterhalte ich mich recht gern mit einem Meister im leichten Plauderton. Nur kurze Zeit, dann mache ich Feierabend. Max fühlte sich geschmeichelt, setzte sich auf die Lehne des Stuhles und schaute Frau Isidora neugierig zu. Die ließ nun tausend winzig kleine Leimtröpfchen aus den Säcken ihres Vorrates auf die Fangfäden fallen. Als sie das Letzte aufgesetzt hatte, sagte sie laut, die Sache stimmt, Punkt um. Befriedigt nahm sie in der Mitte ihres Hauses Platz. Es war gut, dass Max die Gedanken seiner Nachbarin nicht lesen konnte. Der Ahnungslose schaute auf die Künstlerin und rief, Herrlich, prächt dich in der Tat, weiß nicht, was ich mehr bewundern soll, euren Palast, ihr so rasch gebaut habt, oder die entschückende Zeichnung eures Gewandes. Solch leuchtend Kreuz sah ich noch bald keiner eurer Art. Freilich waren es nur ganz junge Damen eurer Familie, die ich kennenlernte und ich habe mir sagen lassen, das Goldene Kreuz sei eine Altersauszeichnung, so eine Art Geheimrat oder Ehrenpräsident bei eurem Geschlecht. In Frau Isidoras Spinnseele fing das Gift zu kochen an. Aber sie ließ es nicht überschäumen und sprach sanft und doch bedeutungsvoll, ihr habt völlig recht, Herr Max Bummer, aus dem hochedlen Geschlecht der Schmeißer. Die Fräulein aus meiner Sippe müssen wirklich noch sehr jung gewesen sein, sonst wäre ich um das Vergnügen eurer Bekanntschaft gekommen und das würde ich von Herzen bedauern. Max rieb vergnügt seine Flügel, so entzückt war er über das Entgegenkommen der Spinne. Bedauern wäre ganz auf meiner Seite, gnädigste, hatte immer Verlangen, mit euch zusammen zu treffen, obwohl meine Familie mich davor wagte. Gebe nichts auf solche Ratschläge alter Basen und ängstlicher Tanten, Manns genug mich zu schützen. Unbesorgt, lieber Freund, folgt stets nur eurem eigenen Geist, dann seid ihr am besten beraten. Max kannte in dieser lebenswürdigen Feinfrau gar nicht mehr die garstige Spinne. Dies sollte eine Erbfeindin seines Geschlechtes sein? Unmöglich. Damit flog er auf den Schrank, um Isidora näher zu sein. Er wollte seine weltmännische Gewandtheit zeigen und plauderte unbekümmert darauf los. Verehrte Frau, unsere beiden Familien sollten in Freundschaft sich verbinden, um im Kampf gegen die Bosheit der Menschen doppelt stark zu sein. Er bekam erst heute wieder mehr als eine Probe davon. Erzählt mir doch, lieber Max, euch hört man mit vorne zu. Der Schweißer flog wieder ein Stück näher an das Haus der Spinne und er sprach, kam heute in ein Zimmer, natürlich Appetit vorhanden, noch nicht gefrühstückt. Schaue mich nach allen Seiten um, wo man für mich gedeckt hat. Endlich entdecke ich ein Brett an der Wand, darauf stand ein Glas Wein und daneben lag ein prächtig Stück Torte. Wunderbar, denke ich, und setze mich an die Tafel. Für Süßigkeiten bin ich nun mal besonders empfänglich. Also zuerst Angriff auf die Torte. Pfui, Teufel, entschuldigen Sie, verehrte, diese ungebildeten Ausdrücke, aber ich sage in der Tat so, wisst ihr, was ich das des Zuckers in meinem hungrigen Rüssel hatte? Farbe, abscheuliche, stinkende Farbe. Habt ihr solchen Schwindel schon erlebt? Gefisch, antwortete Isidore in leisem Spott. Wer heißt euch euren Rüsten in ein Kunstwerk hinein zu stecken? Euer Tischlein deckt dich für ein Gemälde, und mit solchen soll sich eben nur der befassen, der Verständnis für Kunst hat. In meiner Familie ist es ja erblich, von eurer habe ich dir gleich noch nicht gehört. Doch erzählt nur weiter. Max trat wieder einen Schritt näher. Er befand sich nun ganz dich vor dem Palast Isidoras. Dann, ja, erlebte ich einen anderen Schrecken. War mir der Erste in den Magen gefahren, so galt es diesmal meinem Kopf. Ein Mensch nahm ein merkwürdig Ding von der Wand und schlug nach mir. Mir zittern noch jetzt die Flüdel am Leibe. Es war wie ein Fallbeil und hätte mir den Schädel zerschlagen, wenn ich Ratsche, warf in erklärendem Tone die Spinne ein. Von euren Abenteuern müsst ihr ja ganz angegriffen sein. Ruht euch doch im Schatten meines Hauses ein wenig aus. Trötet näher, lieber Herr Max. Lieber Herr Max hatte noch niemand so süß gesagt. Der Schmeißer verlor schier die Besinnung. Frau Isidora spielte nun den letzten Trumpf aus. Ihr sprach vorhin auch von dem Turmgeheimnis. Ich möchte euch gerne in unsere Pläne einweihen, auch wenn ihr nicht zu unserem Geheimbunde gehört und wenn auch Hans Jakob der Trotzkopf gewarnt hat, sie eures gleichen mitzuteilen. Oho, rief Max beleidigt, der dumme Trotzkopf, erzählt mir alles, verschwiegen wie das Grab, auf Fliegen Ehre. Damit betrat Max den Vorplatz des Spinnenhauses. Das Haustelefon gerät sofort in und meldete Isidora den Eintritt des Brummers. Ei, ei, Herr Max Brummer, warum seid ihr nicht lieber zum Tanz gepflogen? rief Isidora voll grimmen Hohnes. Max starrte entsetzt auf die so plötzlich wieder veränderte Spinne. Wie ein Schlag mit der Fliegenpatsche traf ihn die Erkenntnis. Reiß aus, also in aller Eile. Schon wollte er der giftigen alten Dame den Rücken drehen und ihr zum Abschied noch eine Grobheit an den Kopf schleudern. Aber oh weh, was war das? Seine Füße waren wie fest gebunden. Er konnte nicht vor, nicht rückwärts. Flieg, Brummer, flieg, lachte spöttisch die Spinne von der Mitte ihres Hauses aus und schaute regungslos auf ihren Gefangenen. Dieser suchte zu entkommen und zappelte aus Leibeskräften, was das Zeug hielt. Aber immer mehr fühlte er sich gefesselt und eine heillose Angst überkam ihn. Er drehte und wälzte sich umsonst. Die Maschen des Netzes schlangen sich um seinen Leib. Frau Isidora sprach nun in strengem Tone, Du hast dich immer in unser Turmgeheimnis eingedrängt, um es dann außen keck und leichtsinnig zu verraten. Du hast unseren Herrn, die wir zu denen uns verschworen haben, Leid und Unruhe gebracht. Auf beide Verbrechen steht die Todesstrafe. Noch eine Gnade darfst du dir erbitten, aber mach schnell, mein Haus muss wieder in Ordnung kommen. Max glaubte, er sei schon vor Schrecken gestorben. So hatte ihn die Angst gelähmt. Er konnte nicht mehr denken, sonst würde er sich als letzte Gunst eine süße Henkers Mahlzeit erbeten haben. Weil ihm aber nichts einfiel, so sagte er aufs gerade wohl, offenbart mir, wo der Turmschatz vergraben liegt. Die Spinne sah ihn lange an. Dann sprach sie, Neugierde ist also bei eurem Geschlecht noch stärker als die Naschsucht. Sei es, du nimmst unser Geheimnis ja mit in den Tod. Drum höre. Hinter der Burg der Trotzköpfe ist der Schatz unversehrt geborgen und im Frühjahr, wenn Schwalbe und steigt zurückkommen, wird er gehoben und nun Schluss. Mit einem Sprunge stürzte Isidora auf den Brummer. Ein giftiger Biss und Max war tot. Dann stopfte sie mit zarten Fäden das Loch im Netze zu und kämmte dieses von allen Unebenheiten rein. Müde kroch sie in ihr neues Versteck und hörte noch wie im Traum ein leises Klopfen von oben. Hans Jakob ist fleißig, bis früher wird es werden, dann mag Anne-Marie lachen. Fünftes Kapitel Der unwillkommene Besucher im Turmkeller Vor dem alten Stadttor wurde bei strömendem Regen Holz abgeladen und der Jörg beeilte sich, seinen Herbst- und Wintervorrat in den Keller zu bringen. Dort schichtete er sorgsam die Scheite auf. Trotz der schweren Arbeit, die mit seinem Stelzfuße doppelt sauer fiel, schauten seine Augen lustig in die Welt und besonders wenn er ins Gärtlein über die Gasse hinüberschaute, leuchteten sie Dort sprang und hüpfte das blonde Kind in neu geschenkter Gesundheit wie ein tolles Füllen umher. Am Abend gab es im Keller eine große Begrüßung. Mit dem nassen Holz war ein neuer Mieter eingezogen und der musste auf Herz und Nieren geprüft werden, ob er in das Geheimnis des Stadttores eingeweiht werden könnte. Unnütze und Schwätzer musste man rücksichtslos ausweisen. Der neue Mieter trat vor und sagte in etwas unbeholfenem Tone Guten Tag meine Freunde ich heiße Alex und bitte um ihr freundliches Wohlwollen. Die Kröte Aurelia nahm den Ankömmling aufs Korn. Sie vertrat im Keller die Interessen des Geheimbundes wie sie von Hans Jakob dem Trotzkopf und Isidora der Kreuzspinne vereinbart waren. Alex der neue Mieter stammte aus der Familie der Feuersalamander und schleppte seinen dicken fetten Körper mit schwerfälligen Bewegungen vorwärts bald nach rechts bald nach links sein Kompliment schwenkend. Was ihm aber an Zierlichkeit des Ganges fehlte ersetzte reichlich sein farbenprächtiges Kleid. In tiefstem Schwarz glänzte sein Samtanzug der mit leuchtend gelber Seide ausgeputzt war. Er brauchte zu seiner Empfehlung eigentlich nichts zu sagen sein Gewand schrie schon laut genug schaut mich an bewundert mich aber auch hütet euch und kommt mir nicht zu nah Aurelia begrüßte den Salamander der sich sofort ihr zuwendete da begegnete ihm schon ein peinliches Missgeschick auf dem Boden lag ein Scheitholz das dem alten Jörg entfallen sein mochte mit den kurzen plumpen Stummelfüßen stolperte Alex über das Hindernis und fiel auf den Rücken Aurelia hatte ein feines Verständnis für körperliche Unbeholfenheit und kam ihm rasch zur Hilfe in aller Ruhe und Gelassenheit richtete er sich auf und stand bald wieder auf eigenen Beinen die Vorstellung mit Aurelia wollte trotzdem nicht beendet werden denn beide Augen wurden wie von einem Magneten abgelenkt betracht betrachtete auch 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 Dasein war rasch ein Ende gemacht nachdem Aurelia und Alex friedlich und schiedlich ihre Magenstärkung erledigt hatten setzten sie ihre Unterhaltung fort vom Wasser sprach sprach Alex am liebsten er erzählte wie er nun lange genug sein Leben in der Zurückgezogenheit verbracht habe in dunklen Erdlöchern fern vom frischen Wasser das einmal sein Element sei Frau Aurelia sagte unser Eins ist mit seinem Schicksal zufrieden und verlangt nicht die Sterne vom Himmel womit habt ihr euch denn immer durchgebracht ach schlecht genug besonders im Vergleich zu meiner Jugendzeit lange konnte ich die zarten saftigen Krebschen nicht vergessen die ich damals in Hülle und Fülle verzehren durfte also ein Schlaraffen Leben warf die Kröte etwas giftig ein Alex wusste aber gar nicht was Schlaraffen sind und machte deshalb ein dummes Gesicht dann besonner sich einige Zeit und erzählte weiter die letzten Jahre seit ich ungeschickter weise meine Wohnung aufs Land verlegt hatte ging es mir herzlich schlecht die allerkleinsten Würmchen und Schnecklein und fast schäme ich mich es einzugestehen sogar mit Blattläusen und derlei Gesindel musste ich mich durchbringen eine Bettelkost ein Schand lieben Nun meinte Aurelia in lauerndem und doch freundschaftlichem Tone hier wird es euch nicht besser gehen bei uns ist Schmalhands Küchenmeister und wenn ihr an die Gründung eines Hausstandes denkt so rate ich euch zur Ansiedlung draußen beim Teich dort seid ihr eurer Heimat auch näher ich will es mir jedenfalls überlegen stimmte der Salamander bei nicht lange besinnen lieber Freund drängte die Kröte wer einmal sein Glück verpasst findet es nicht mehr den Augenblick muss man nützen ich schlage euch einen gemeinsamen Ausflug an den Teich vor das prächtigste Ausgewetter ist es ja für unser eins den Laubfrosch Pankratz muss ich ohnehin um eine Prophezeiung bitten in einer Sache die mein Herz sehr bewegt da heißt es aber sie sputen sonst hat er sich schon die Zipfelhaube aufgesetzt und schläft bald waren die beiden die Kellertreppe unter verschiedenen Atempausen empor geklettert und nach einiger Zeit standen sie vor den Teiche bei ihrer Ankunft sahen Kröte und Salamander frisch und wohlgenährt aus sie hatten allzu oft am Wege Zehrung genommen trotz des Regens war die Luft mild der Teich lag still und nur die Regentropfen tanzten auf seinem Spiegel bis auch sie des Spieles satt wurden und verschwanden und nun schienen sogar die Seerosen zu schlafen so unbeweglich roten sie über dem Wasser auf einer der größten saß Harald der Wasserfrosch und glotzte mit seinen gold eingefassten Augen die zwei Besucher neugierig an als Aurelia erkannte war mit einem Satz am Ufer und begrüßte sie in stürmischer Weise wirklich reizend von dir liebste Frau Base dass du einmal deine Dunkelkammer verlassen hast und uns grün besuchst dein Herz zieht dich natürlich mehr zu den braunen nehme mich nicht übel stehen dir ja einen Grad in der Verwandtschaft näher die Kröte gab darauf keine Antwort sie dachte sich immer der alte schwätzer und stellte die beiden einander vor Harald mein Vetter Herr Alex Salamander ein Gast in unserem Torkeller den Sehnsucht nach seinem Heimatland das heißt Heimatwasser hierher geführt hat Harald nahm sofort die Unterhaltung auf seine Kosten und machte schier den Arm Alex mundtot bei all seiner Gesprächigkeit vergaß aber der Wasserfrosch nicht auf alles zu achten was neben und über ihm vorbeiflog huschte flatterte und schwebte schweb mitten mitten en mitten lebhaftesten mnie plaudern machte er die käcksten waghalsigsten loophole wie ein trapez künstler dabei schleuderte er seine Zunge wohl um das fünffache ihrer gewöhnlichen Länge wie ein Geschoss nach der Beute Eine wunderschöne Libelle wurde verschlungen, und Alex sah voll Bewunderung auf den kühnen Jäger. »Schade, wirklich schade, Herr Alex«, sagte Harald, sich den Mund wischend, »dass eure Jahre euch nicht mehr den Aufenthalt bei uns gestatten. Ihr wäret mit eurem prachtvollen Wams eine Zierde unseres Palastes. Euer Goldschwarz neben dem feinen Grün könnte sich sehen lassen. Kommt doch etwas näher, damit ihr den Nachwuchs eures Geschlechts begrüßt. Aber erst vorhin mit einigen Backfischlein aus eurer Familie gescherzt, sind allerliebste bewegliche Geschöpfe, auch Schmuck in der Kleidung. Werdet nicht lange warten müssen, sie kommen ab und zu herauf auf den Spiegel. »Na ja, man kennt ja die liebe Eitelkeit. Tut zwar, als ob sie nur Luft schöpfen wollte, aber wie bald wird man auch bei ihnen heißen. Fort aus dem Heimatland, hinein ins feindliche Leben.« Der Salamander starrte traurig ins Wasser. Da stiegen auf einmal zwei zierliche Laughlein empor und kamen dicht ans Ufer, wo Alex saß. Auf der Unterseite ihres Gewandes und an den Seiten trugen sie goldene Plättchen, und mit ihren langen Schleppen bewegten sie sich schämisch hin und her. Alex wurde es ganz heiß in seinem armen Salamanderherzen, und er rief leise, »Mümmchen, Bäslein, Lärflein, seid gegrüßt von einem eurer Familie, der lange fern war der geliebten Heimat.« »Kommt zu uns herein,« rief Fini, »das eine Wasserfräulein, erzähl uns von der Fremde.« »Aber schnell, schnell!« sprach Tini, ihre Schwester. Und nun sperrten sie beide ihre Mäulchen auf, als könnten sie gar nicht genug von dem neuen Vetter hören. Der aber blieb stumm, weil er zu tollpatschig war, außer seiner Liebe etwas anderes kundzutun. So schnappten die zierlichen Lärflein tüchtig Luft und warteten der Dinge. Dann schrien sie aus einem Munde, »Eil dich! Schick dich!« Alex blieb aber stumm. Da drehten sie ihm schnippisch den Rücken zu und verschwanden in der Tiefe, während ihre Schleppen zierliche Ringe im Teich bildeten. Als der Salamander enttäuscht über diesen unfreundlichen Abschied vor sich hin starrte, merkte er, dass der flinke Harald mit ein paar kräftigen Stößen durchs Wasser ruderte. Am anderen Ufer saß auf der Wurzel eines Baumes, der seine Zweige im Teich gebadete, einer von der Braunsippe. Es war Blasius, der Grasfrosch. Sein Anzug trug mehr als einen Schmutzflecken, und auch der Platz, auf dem er sich niedergelassen, war nicht allzu sauber. Doch störte ihn dies nicht. Im Gegenteil, er fühlte sich so am wohlsten. Ein bequemer Bursche, er gab nichts aufs Äußere und nannte sein Fetter Harald spöttisch »Herr Baron«. Als diese aber nun mit raschen Stößen angeschwommen kam, wurde ihm doch unheimlich zumute. Eine leise Ahnung sagte ihm, dass Harald nichts Gutes im Schilde führe. Denn trotz der Verwandtschaft bestand zwischen ihm Feindschaft. Wenn Harald der Grüne herübersprang, so war er, der Braune, verloren. Was tun? Er vermochte ein wenig zu klettern, vielleicht konnte er sich dadurch retten. Aber während er noch überlegte, war Harald schon über ihm, und der Todesschrei des armen Blasius gelte weit über den Teich hin. Unterdessen hatte die Kröte Aurelia ihre verschiedenen Bekannten bei der Sippe der Grünen und der Braunen begrüßt. In den Pausen der Unterhaltung dachte sie über Alex, den Salamander, nach und kam zu dem Entschluss, ihn auf keinen Fall mehr mit in den Torkeller zurückkehren zu lassen. Er war ja viel zu tappig und ungeschickt als Bundesgenosse, nicht einmal zu Botengängen war, zu gebrauchen. Einen unnützen Mitwisser und Mitesser schüttelte man am besten so rasch als möglich ab. Da klatschte es im Wasser, und mit einem anmutigen Sprung bewegte sich Pankratz, der Laubfrosch, aus dem Teich aufs Land. In seinem lichtgrünen-gelbgestreiften Ausgierock sah er wirklich nett aus, und man merkte ihm auch an, dass sie sich auf sein schmuckes Gewand nicht wenig einbildete. Frau Aurelia rief Pankratz zu sich und hatte eine längere Aussprache mit ihm. Sie wollte von ihm, dem anerkannten Propheten, erfahren, wann es denn an der Zeit wäre, das Turmgeheimnis zu enthüllen. Wie weit die Mäuse und Ratten in ihrem Forschungseifer schon gekommen wären, was Hans Jakob und sein Geschlecht schon gearbeitet hätten, und was vor allem Isidora, die Kreuzspinne, und Ludmilla, die weiße Eule meinten. Aurelia gab bereitwillig Auskunft. Zuletzt sprang Pankratz in die Höhe, als müsste er sich durch einen Luftsprung die prophetische Eingebung erleichtern. Und er rief feierlich, Eins, zwei, drei, im wunderschönen Mai wird sich das Rätsel lösen, im wunderschönen Mai. Eins, zwei, drei. Beim letzten Wort machte Pankratz wieder einen Luftsprung. Als er herab zur Erde kam, fiel er mitten in eine allgemeine Erregung. Durch die Gesellschaft ringelte sich ein Regenwurm, der harmlos noch ein wenig spazieren gehen wollte. Alex wollte ihn packen, aber er hatte sich verrechnet, wenn er auf den fetten Bissen gezählt. Denn zugleich spürte Fräulein Lini eine Base Aurelias lebhaftes Verlangen nach dem fetten Braten. Fräulein Lini stammte aus der Familie der Unken. Sie fasste mit festem Griff das aus Alexes Munde noch heraushängende Ende der Beute und suchte sie ihm zu entreißen. Ihr Gegner aber gab nicht nach. So zerrten sie sich hin und her. Lange blieb der Zweikampf, dem die anderen mit Teilnahme zusahen, unentschieden. Lini aus dem Unkengeschlecht war die Gewandere und arbeitete zudem mit frauenhafter List. Sie schlug Purzelbaum um Purzelbaum, ohne aber den Bissen dabei fahren zu lassen. Dem armen Salamander verging hören und sehen. Ganz unglücklich war er über sein teppisches, unritterliches Benehmen, noch dazu angesichts des außerlesenen Kreises der Zuschauer. Aber es half alles nichts. Er musste den Wurm freigeben und Fräulein Unke schmatzte ihn zum Spott recht hörbar herunter und wischte sich dann zierlich ab. Alex war in seinem weichen Salamanderherzen tief betrübt. Da sah es auf einmal im Grase schwarz und gelb leuchten. Diese Farben seines Hauses ließen seinen Puls höher schlagen. Er fühlte sich nicht mehr allein und verlassen in dieser erbärmlichen Welt, denn ein ganzes Dutzend seiner Sippe kamen dahergezogen und begrüßte verwandtschaftlich den einsamen Vetter. Sie forderten ihn auf, sich ihn beim Wandern ins Winterquartier anzuschließen. Er überlegte kurz. »Bei meinen Genossen wird es mir schier besser gefallen als in dem traurigen Keller des alten Stadttores, wo man mich doch nur als einen lästigen Störenfried betrachtet.« Der Anführer des Salamanderzuges gab den Ausschlag. Er sprach laut und entschieden. »Warten wir noch lange, dann überfällt uns eines Nachts der eisige Tod. Der Kluge sorgt vor. Vertraut euch mir an, in unserem Bau ist Platz für hundert, ein prächtig warmes Loch. Aber rasch auf die Socken, das Ziel ist noch fern.« Alex hatte sich mit Sissi, einem niedlichen Salamanderfräulein, angefreundet und war nun fest entschlossen, sich mit der Wandergesellschaft zu vereinigen. Bald zogen sie dahin durch den nassen Wald. Das war ein Rauschen und Rauen in den feuchten Blättern, die bereits den Boden deckten. Zwischenhinein hielten sie Rast und benutzten diese zu einer kleinen Magenstärkung. Endlich erreichten sie das Ziel. Eine Höhle, die von Baumwurzeln und überhängenden Steinen wohlgeborgen war. Der Einzug machte sich sehr vergnüglich. Denn, obwohl der Führer wiederholt zur Ruhe und Ordnung mahnte, wollte jedes das Erste sein, um sich den besten Platz aussuchen zu können. So stießen und pufften sie einander, purzelten auch über- und untereinander, so dass die Gesellschaft wie ein wirrer Knäulaus sah, aus dem auf schwarzem Grunde gelbe Flecken auf- und niedertanzten. »Mein Bein! Mein Bein! Wo ist mein Bein?«, schrie einer. »Ich habe meinen Kopf verloren!«, ein anderer. Ein Dritter musste erst seinen Schwanz freimachen und alle anderen lachten fröhlich zu diesem lustigen Einzug. Auch Alex fühlte sich trotz mancher Püffe außerordentlich glücklich. Nun durfte er doch mit seinem Volk den langweiligen Winter verträumen. Aurelia, die Kröte aber, gehte von ihrem Ausflug allein doch voll Gedanken in den Turmkeller zurück. Sie erwartete nun den Weberknecht mit einer Brutschaft von der Kreuzspinne Isidora. Der sollte dann die Prophezeiung des Laubfrosches Pankrats in die oberen Stockwerke des Stadttores bringen. Noch lange saß sie still und unbeweglich an ihrer Haustüre und sann über das Geheimnis und seine glückliche Lösung nach. Sechstes Kapitel Die Verschwörung im Keller Der Winter hat auf den Flügeln des Nordwindes eine weiße Decke über das Land gebreitet und im alten Stadtturm eine wunderliche Schlafhaube aufgestülpt. Viele ihrer Geschöpfe ließ die allgütige Mutter Natur die bittere Zeit der Kälte und der Not in langem Schlafe verträumen. Im Schutze des alten Tores aber regte sich viel warmes Leben. In seinem Turmzimmer dicht am glühenden Ofen saß der alte Jörg und schlitzte und klebte allerlei seltsame Geheimnisse fürs nahende Fest der Weihnachtsfreude. Auf seinem Schoß streckte sich Peter, der Kater. Als Freund der kleinen Annemarie besaß er auch unbeschränktes Hausrecht im alten Tor. Schnurren drängte er seinen Kopf durch die Hände Jörgs und verfolgte mit lebhafter Teilnahme dessen Werk. »Schnurr nur zu, Peter, versteh dich schon. Du bist also einverstanden mit dem, was ich da für unser Kind zusammenbastle. Da hast du mir aber nichts verrätst, hörst du, Alter?« Die letzten Worte waren etwas lauter gesprochen. Peter knurrte zornig. »Benn ich denn so dumm? Kennst mich schlecht. Kann ich auf die Maus vor ihrem Loch stundenlang warten, werd ich's doch auch bei eurem Weihnachtszauber können. Und, alter Jörg, bin ich nicht schlau und listig und selbst ein Freund der Heimlichkeit? Das Einvernehmen der beiden war rasch wiederhergestellt. Jörg schnitt aus und formte sonderbare Gestalten aus Holz und Pappe, die hilflos auf dem Tische lagen, bis sie durch das alten kunstfertige Geschicklichkeit und einen riesigen Leimtopf Hand und Fuß bekamen. Peters Neugier steigerte sich mit dem Fortgang der Arbeit, so, dass er sich auf die Tischplatte schwang und sich dort behaglich niederließ. Da hörte man auf der Wendeltreppe das Klappern von kleinen Schuhen. Dieser harmlose Lärm brachte die friedliche Gesellschaft in der Stube in eine ungeheure Aufregung. Mit einem Satz sprang Peter vom Tisch herab, während Jörg mit einem einzigen Handgriff die bunte Gesellschaft in das Dunkle verließ, der Schublade sperrte. Nur im Leimtopf brodelte die braune Flüssigkeit weiter und sang ein heimliches Lied vom Weihnachtsbaum. Annemarie holte ihren Peter. Der schmiegte sich zärtlich ans blühende Gesicht seiner kleinen Herrin und nach kurzem Abschied von Jörg zogen sie beide ab. Auf der Wendeltreppe aber, beim ersten Absatz, hatte ein junges Geschöpf einige Augenblicke in furchtbarster Todesangst verlebt. Es war Phipps, der älteste Sohn der Mäusefamilie, die im alten Stadttour seit langem schon ihr gemütliches Heim aufgeschlagen hatte. Phipps wollte heute seine erste größere Rundreise vom Keller bis zur Turmzenne unternehmen. Die Begier, die Welt kennenzulernen, hatte ihn in dies erste Abenteuer gebracht, das seine nicht allzu kühne Heldenseele mit bangem Zittern erfüllte. War es feig, dass er sich rasch in den kleinen Mauerspalt zurückzog, als das blonde Menschenkind mit dem Erbfeind seiner Familie auf den Armen daherkam? Nein, gewiss nicht, denn nicht umsonst hatte ihn seine Mutter die Vorsicht als die größte Mäusetugend schon in der Kinderstube gelehrt. Jetzt aber war der erste Schreck überwunden. Die Entdeckungsfahrt konnte fortgesetzt werden. Also zuerst ins unterste Stockwerk, in den Keller. Frau Langschwanz, seine Mutter, die in einem gutbürgerlichen Hause das Licht der Welt erblickt hatte, wusste nicht genug aus ihrer Jugendzeit, den Keller als die Vorratskammer aller möglichen Leckereien zu rühmen. So trippelte denn Phipps vorsichtig die Treppe hinunter. Zwischen der Kellertür und dem Steinboden war ein breiter Spalt, eine bequeme Haustüre für Aurelia und für Phipps also ein Kinderspiel, das ersehnte Paradies zu betreten. War es auf der Treppe noch ziemlich hell, so umfing ihn plötzlich im Keller eine solche Dunkelheit, dass das grau-schwarze Röcklein mit der Nacht im Raume in eins verschmolz. Scheu und ängstlich drückte sich Phipps an die Wand und wagte vorerst nicht weiter in das unbekannte Land einzudringen. Und das? Ja, war sein Glück. Denn urplötzlich tauchten zwei unheimliche Gestalten auf. Wie richtige Strauchdiebe und Wegelagerer mussten sie im Hinterhalt gelegen sein und Phipps sah ihre Einbrecherwerkzeuge durch die Nacht funkeln. Und doch kamen sie ihm schier bekannt vor. Sie ähnelten seiner eigenen Familie, nur größer, viel größer erschienen sie ihm. Vielleicht ein Urgroßvater und eine steinalte Mumme? Phipps war zu unerfahren, aber seine angeborene Furcht gebot ihm das Klügste, was er tun konnte. Unbeweglich und schweigend, das Weitere zu erwarten. Er sollte bald Aufklärung erhalten. Die beiden unheimlichen Gestalten hießen Kasper und Nickel, zwei Wanderratten, die eben aus dem Kanal gekommen und durch ein Loch von der Straße aus in den Torkeller eingebrochen waren. Sie trugen ein bräunlich-graues, unten gelb-weißes Gewand. Wie unser Bäschen Feldmaus sind sie gekleidet, dachte Phipps und spitzte seine Öhrlein, um das Gespräch der beiden zu erlauschen. Die Wanderratten schienen sich erst hier zusammengefunden zu haben. Der größere von den beiden Gesellen, Kasper, drängte sich an Nickel und sagte, »Kamerad, eine Frage. Hat euch auch eine geheimnisvolle Botschaft hierher geführt? Seid ihr gleich mir zu einer Verschwörung gedungen?« Lachte Nickel brushaft auf. »Mit Speck fängt man die dummen Mäuse. Erst das Losungswort, dann können wir weiterreden.« »Alter Jörg«, flüsterte Kasper. »Der vergrabene Schatz«, antwortete Nickel, »es stimmt. Wir sind also zur gleichen Arbeit gerufen. Das Mäusevolk wird mit dem alten Kasten nicht fertig. Ja, ja, in früheren Zeiten hat man nicht an Stein und Holz gespart. Da braucht man unser Eins, wenn ein zukünftiger Einbruch gemacht werden soll. Aber schnell und gründlich«, stimmte Kasper zu, »denn allzu lange mag ich in dem alten Tor nicht bleiben.« Hab's dem Weberknecht, der mir übers Ohr lief und die Botschaft brachte, auch gesagt. »Wir machen's von unten«, sagte Nickel. »Frau Isidora, die Kreuzspinne, hat's mich so wissen lassen.« »Fürs Innere sorgt Herr Jakob, der Trotzkopf, mit seiner ganzen Sippe. Bis zum Lenz will er mit dem Unterminieren fertig werden.« »Schade, dass ich den köstlichen Einfall nicht miterleben kann. Ein paar tüchtige Einfallstore von unten her will ich schaffen, dann fahr wohl, du alte Welt.« »Euch steckt die Wanderlust aber tüchtig im Geblüt«, antwortete Nickel. »Die Luft hier ist dumpf und feucht, so behaglich wie nur möglich. Im Kanal war's natürlich noch schöner.« »Ach, das ist doch überall die gleiche, langweilige, alte Welt, ob Kanal oder Torkeller. Da lobe ich mir die neue Welt. Dort muss es eine Lust zu lieben für uns eins sein. Mit einem Schiffe kamen neulich Verwandte zu uns von drüben. Was wussten die zu erzählen? Kamerad, über dem großen Wasser liegt unser Paradies.« »Dann wollt ihr wohl auch die Seereise nach drüben machen?« fragte Nickel, den auch die Wanderlust packte. »Wir raten, Gefährte«, lachte Kaspar. »Der Mann ist noch jung und möchte auch Abenteuer erleben. Habt ihr Lust, mit mir über den großen Teich zu schwimmen?« »Wann soll die Fahrt losgehen?« fragte Nickel vorsichtig. »Sobald ich mein Gelübde erfüllt habe«, antwortete in geheimnisvollem Tone Kaspar, während seine Augen boshaft funkelten. »Ein Gelübde?« wiederholte neugierig Nickel. »Ich verstehe euch nicht, Kamerad.« »Ihr könnt mit tun, Freund.« »Ist Ehrensache unseres Geschlechtes.« »Also hört.« »Es gilt, den Rest unserer Erbfeinde zu vernichten, die uns das bequeme Leben bei den Menschen streitig machen.« »Ach«, sagte Nickel verstehend, »ir redet von unserer Verwandtschaft, von der Familie der Hausrotten?« »Ja.« »Diese verfluchte Sippschaft«, antwortete in grausamem Tone Kaspar. »Diese heimtückischen Schwarzen müssen mit Stumpf und Stil, mit Haut und Haar ausgerottet werden, wenn wir selbst in die Höhe kommen wollen.« »Es wird ein Kampf ums Dasein, hart, bitter und schwer, aber notwendig. Der Starke muss Recht behalten.« »Die Keller haben sie uns doch schon geräumt«, warf Nickel der Gutmütigere ein. »Damit seid ihr wohl zufrieden, Kamerad?« hündete Kaspar, »sehr bescheiden. Aber ich begnüge mich nichts. Wir wollen das ganze Haus und werden die feige Bande so lange verfolgen, bis sie uns auch die obersten Stockwerke, ja, sogar den Speicher überlässt. Wo wir sind, ist kein Raum für diese Schleicher.« »Aber mit ihrem schwarz-grauen Mantel können sie sich sehr gut verstecken«, meinte Nickel. »Kinderspaß«, lachte Kaspar, »die besten Waffen entscheiden, und die besitzen wir. Wenn nicht jetzt, so doch später gehört uns der Sieg. Unser Geschlecht sorgt gründlich dafür. In unseren Kinderstuben wimmelt es von Sprösslingen, die alle zu Verteidigern unserer gerechten Sache heranwachsen. »Und, wie ist es bei den Hausratten?«, wagte Nickel einzuwerfen. »Da muss ich lachen, wenn ich daran denke«, sagte Kaspar. »An den Fingern kann dort die Mutter ihre Kinder zählen. Die Übermacht ist für alle Fälle bei unserem Geschlecht.« »Also gibt es noch große Schlachten, bevor wir uns in die neue Welt einschiffen. Mir auch recht«, sprach Nickel, der nun schon ganz auf die Gedanken seines Kameraden einzugehen schien. »Ein Mann, ein Wort«, rief fröhlich Kaspar, »das wird eine gute Übung für die neue Welt. Dort braucht man kühnen Geist und große Unternehmungslust, wenn man es zu etwas Tüchtigem bringen will.« »Zuerst müssen wir aber unseren Auftrag erledigen. Unsere Werkzeuge werden doch scharf genug sein«, meinte fragend Nickel. »Kunststück für unser eins«, sprach in höhnischem Tone der andere, »das Meisevolk hat schon verschiedene Mal den Einbruch versucht, aber Pfuscharbeit natürlich. Wir werden es rasch haben. Und wenn der alte Kasten auf den Füßen zu wackeln beginnt, sind wir frei. Keine einzige Pfeile setze ich mehr an, als vereinbart ist. Der alte Trotzkopf, der Hans Jakob, hat noch Zeit bis zum Frühjahr. Bis dorthin wird die ganze Turmgesellschaft die Sache schon fertig bringen. »Sagt einmal, Kamerad«, fuhr Nickel dazwischen, dem es im Magen zu knurren anfing, »ist die Kost da drüben über dem großen Wasser für unser eins auch bekömmlich? Wie alles dort, wunderbar, großartig«, antwortete Kaspar prahlerisch, als hätte er sämtliche Güter der neuen Welt zu verteilen. »Bambus pflanzen, deren Samen so köstlich schmecken, dass meinen Leuten das Wasser im Munde zusammenlief, als sie der Onkel aus Amerika schilderte. Da ziehen sie in großem Scharn hin und bleiben, bis der letzte Kern verzehrt ist.« »Drüben wird's aber auch nicht anders sein als bei uns. Einmal reicht der Tisch, ein andermal leer. Was dann?«, fragte Nickel. »Kinderspaß!« »Ihr seid ein Angsthuber, Kamerad«, meinte Kaspar. »Dann fallen wir in einen Kaffeegarten ein und beißen alle Zweige bis auf den letzten ab.« »Hoch für eine Mahlzeit, von der man dick und fett wird. Auch von Kokospalmen und ihren Nüssen hat ein junger Vetter erzählt. Mir ist nicht bange. Auswahl nach der Karte.« Diese Herrlichkeiten versetzten auch den etwas zurückhaltenden Nickel in einen förmlichen Rausch der Begeisterung. Am liebsten wäre er sofort mit seinem Kameraden zu Schiff gegangen. Sie traten ganz nahe zusammen und flüsterten sich geheime Verschwörerpläne ins Ohr. Dem armen, lauschenden Fips ward es schwarz vor Augen, so zitterte sein Mäuseherz. Auf einmal aber sah er sich allein. Die beiden unheimlichen Burschen waren spurlos verschwunden. Fips würde das Erlebte für einen wüsten Traum gehalten haben, wenn er nicht Wort für Wort des Gespräches gewusst hätte. Ganz eingeschüchtert verließ er den Ort seines Abenteuers und huschte leise die Treppe hinauf. Er war noch so in dem entsetzlichen Erlebnis gefangen, dass er, ohne es zu merken, schon im obersten Bodenraum angekommen war. Da, ein neuer Schrecken, was war das? In einer Ecke des Speichers an dem vorspringenden Ende eines Dachbalkens hing ein sonderbares Geschöpf, den Kopf nach unten. Ein graues Sandkleid, ganz und gar im Mauseschnitt gearbeitet, bedeckte den Körper, sodass Fips das kleine Ding für ein unbekanntes Bäslein ansah. Aber die sonderbare Haltung war ihm ein Rätsel. Wenn die graue Gestalt nicht ganz unbeweglich gewesen wäre, so würde sie Fips für einen Turner gehalten haben, der eben am Reck zu einem Kopfschwung ansetzen wollte. Ganz ratlos war Fips. Mit einigen raschen Sprüngen eilte er hinunter in sein Elternhaus. Mutter wusste sicher Rat. Oh, Fipslein, dein kleines Einmaleins geht wieder nicht. Kennst du nicht einmal die Fledermaus? Warum hängt sie so still und stumm? Ist sie tot? fragte mitleidsvoll der unerfahrene Fips. Nein, nein, mein Sohn, antwortete in mütterlich belehrendem Tone Frau Langschwanz. Die schläft und träumt, bis sie der Frühling aufweckt. Ich kenne sie. Es ist der Mann da. Wenn der Lenz sie anbläst, dann wacht sie wie Prinzessin Donröschen auf und fliegt aus, um das leichtsinnige Käfervolk einzufangen. Fips war ganz ohr. Eine fliegende Maus. Durch die Luftmutter? Oh, wer das auch könnte. Sei bescheiden, Söhnlein, jedem das Seine. Eines schickt sich nicht für alle. Brauchst übrigens Diamanda, um ihren Flug nicht zu beneiden. Wenn sie ausgeschlafen hat, mache ich mit dir Besuch und stelle dich vor. Im Lenz gibt's ja das große Turmfest, wenn der Schatz gefunden und dem alten Jörg übergeben wird. Dann kannst du sehen, wie sie fliegt, ich sage dir, unbeholfen plump, schwerfällig von Zierlichkeit und Anmut, wie sie in deiner Gestalt liegt, keine Spur. Fips schien getröstet, strich sich bei den schmeichelnden Worten der Mutter sein Schnurrbart und pfiff ein lustiges Liedlein. In der Nacht aber träumte Fips von fliegenden Mäusen, von wilden Einbrechern und von einem köstlichen Schatz aus Gold und Edelsteinen, mit dem die blonde Annemarie unter dem Weihnachtsbaum spielte. Siebentes Kapitel Die Botschaft Isidoras ins Grillenhaus Der kurze Tag war zu Ende. Ging's auch mählich auf den Frühling zu, draußen war noch Winternacht und Graus. Die Turmstube aber war warm und heimlich. Der Jörg schnitzte Späne und träumte dabei von alten Zeiten und von Menschen, die längst der grüne Hügel deckte. Frau Isidora saß in ihrem Haus und erwartete Besuch. Die Fäden mussten sich nun bald zum glücklichen Ende zusammenschließen. Das Werk der Turmverschwörung stand vor der Vollendung. Hans Jakob hatte gemeldet, dass seine Stammburg in ihren Grundfesten erschüttert sei, seit Kasper und Nickel solch mächtiger Einfallstor von unten her geschlagen hätten. Was noch zum völligen Zusammenbruch fehle, das werde er mit seiner Sippe bis zur Wiederkehr der Schwalbe und des Storches leisten. Nun musste der alte Jörg auf sein Glück vorbereitet werden. Er allein durfte zur rechten Stunde auf dem rechten Platz stehen, wenn der Schatz zum Heben bereit war. Mit diesem Gedanken hatte sich Ludmilla, die Eule, in nachdenksamen Stunden beschäftigt und Isidora, die Kreuzspinne, spannendes letzte Gewebe. Der Plan war fertig. Wohnte nicht beim Jörg der Künstler Ambross Grille mit seinem wunderbaren Geigenspiel, dem der Turmherr so gerne lauschte? Konnte Ambross nicht in seinen Liedern singen und sagen von dem vergrabenen Schatz, von wann er gekommen und wann und wo er zu heben sei? Ja, so ging es. Die Melodie blieb dem Künstler überlassen. Den Text zu seinen Liedern aber schickte ihm Isidora. Wo blieb denn der Kanker, der langbeinige Weberknecht, der Liebes- und Kampfbote des Stadttores? Endlich kam er mit großen Schritten ins Haus. Den Tag über war er müde in seiner Wohnung draußen am Turm in einem Steinspalt gesessen und hatte seine langen Beine für die nächtliche Arbeit gestärkt. Als er bei Isidora eintrat, stieß er in der Hast unversehens an die Kante des Fensters. »Au«, schrie er und zog ein Bein hoch. Isidora sah sofort, dass es gebrochen war. »Ach, schrecklich, Sepp«, sagte sie mitleidsvoll. »Die Schlankheit deiner Beine ist ein Fluch für dich. Sie sind dein Stolz, deine Schönheit, aber auch dein Verderben. Und doch hast du wieder Glück im Unglück, wie immer. Nur eins ist gebrochen und sieben sind noch heil, also tröste dich.« Der junge Kanker war ein unbesorgter, leichtherziger Geselle, wie es Laufburschen sein müssen. Er nahm nichts auf die Dauer schwer. Deshalb hat er auch im Lernen fast gar keine Fortschritte gemacht. Zum Leidwesen seiner Tante Isidora verstand er von der Webekunst rein gar nichts, weshalb er auch den etwas verächtlichen Familiennamen Weberknecht führte. Er selbst trug ihn aber mit ebenso viel Stolz wie seine acht langen Beine. Eben hatte er mit einem Sprunge, um den ihn eine Katze beneiden konnte, zwei Käfer erhascht, die leichtsinnig einen Abendbummel vor dem Fenster machten. »Siehst du, Tante«, rief Sepp lachend, »es geht auch mit siebeneinhalb Beinen. Nur gut, dass mein Magen nicht so zerbrechlich und dünn ist wie meine Beine.« »Hast recht, Kankerlein«, sagte Isidora, die ihrem Neffen zugetan war. »Du hast eine prächtige Heilhaut. Im Nu wächst dir alles nach. Wie lang wird's dauern, dann springst du wieder auf allen Achten durch die Welt, du Bruder Leichtfuß.« Draußen flog ein Nachtfalter vorbei, zittrig und unbeholfen. Er mochte zu früh aus seinem Winterhäuslern entflohen sein. »Servus«, schrie der lustige Sepp, »komm ins Warme.« Und damit hatte er den Falter verschlungen. Nun aber wollte Frau Isidora den Kanker mit der Botschaft an Ambros Grille beauftragen. »Komm, Kankerlein«, sprach sie zärtlich, »du sollst im Dienste unseres Turmbundes handeln.« »Wir kommt die blonde Annemarie bald ihr Grünlein aufs Haupt?«, fragte Sepp und machte mit seinen siebeneinhalb Beinen einen lustigen Luftsprung. »Wenn Schwalbe und Storch uns wiederkehrt«, sprach ernst und feierlich Isidora. »Und nun setze dich gefälligst einige Augenblicke und höre mir in Ruhe zu. »Kannst du dir einige Ferslein merken?« Sepp kratzte sich mit zwei Beinen hinter den Ohren. »Oh, schwer, schwer, Tante«, seufzte er, »war in der Schule beim Auswendiglernen immer auf der letzten Bank. Wenn es aber für das blonde Kind geht, will ich meinen Mann schon stillen, wenn es meinem Schädel noch so hart fällt. »Hoffentlich reimen sich die Fersle. Die Dichter, die nicht reimen, sind mir in der Seele zuwider seit meiner Schulzeit her.« »Ach, Seppel, du bist und bleibst ohne Kunstverständnis. Aber ich werde dir die Sache so leicht als möglich machen und die Fersle, die Ludmilla die Eule verfasst hat, in deine Sprache umdichten nach dem Rezept, »Reim dich oder ich friss dich.« »Setze dich nun still nieder und höre mir zu.« Der Kanker setzte sich gehorsam neben Isidora und bemühte sich, Auge und Ohr zu sein. Nur in seinen Beinen zuckte die Erregung. Isidora sprach in feierlichem Ton, »Ambros Grille muss sich von morgen an ganz und ungeteilt unserem Turmherrn widmen. Sein Weib Christ Zenz mag die Kinder versorgen, sie werden es auch ohnewiegen Gesang aushalten.« »Der verwöhnt nur die ungebärdige Jugend.« »All sein Singen muss nach unserem Texte gehen. Das sagst du ihm im Auftrage unseres Geheimbundes.« Sepp schaute ernsthaft seine Tante an und fragte leise, »Und den Text, das sind die Verse, die ich merken muss?« »Ja«, antwortete Isidora, »und wenn du guten Willen hast, wirst du sie lernen können.« »Nun höre den ersten Sang.« »Wenn's Schwäblein fliegt zum Nest unterm Tor, dann lausche und höre mit feinem Ohr. Sie kündet den Lenz und das Glück.« »Oh, nicht schwer, Tante, das reimt sich ja ganz fein.« Seppl sprach den Vers tadellos nach. Isidora war befriedigt und fuhr fort. »Nun höre und merke das zweite Lied.« »Wenn der Storch baut auf der Zinne sein Haus, dann treibe im Kasten die Matten flink aus. Sie zeigen den Weg dir zum Schatze.« Kanka sprach nach und zu seiner eigenen Verwunderung blieb er nur einmal stecken. Isidora sagte, »Nur noch ein Verslein, Sepp. Das ist aber das Wichtigste. Da darfst du kein einzig Wort auslassen oder verdrehen. Also merk auf, der Kasten hat eine doppelte Wand. Nur wer den Schatz im Versteck gefand, der hält in den Händen das Glück.« Seppl hatte wirklich einen bewundernswerten Eifer. Und als er die Verse einige Male wiederholt hatte, wobei er mit seinen siebeneinhalb Beinen das Versmaß abklopfte, steckte der Text fest in seinem Kopf. »Aber nun will ich mich sputen«, rief er, weil er seinem Gedächtnis doch nicht allzu viel traute. »Ja«, sagte Isidora, »und halte dich auf dem Wege nicht mit leichtsinnigen Abenteuern auf. Denk an unseren Liebling, die blonde Annemarie.« »Ohne Sorge, Tante.« Mit kurzem Gruß war Sepp verschwunden. Isidora wollte sich nun ausruhen, denn das Umdichten und die Belehrung Kankers hatten sie angestrengt. Sie hielt die Fäden der Verschwörung in festen Händen und setzte ihren Stolz da rein, dass die ganze Angelegenheit überall klappte. Da fuhr sie plötzlich zusammen. Was war das für ein Zerren und Zupfen an ihrem Netz? Schon stand sie auf der Wacht. »Halt, wer da?« klang ihr Ruf durch den Spinnenpalast. Schüchtern und ängstlich nährte sich Damian ihr Gemahl, ein Plauderstündchen mit Isidora zu halten. Endlich wollte er auch einmal klaren Wein über den Turmbund haben. Dazu besaß er doch wohl als Ehemann das Recht. Leise klopfte er in einem der stärksten Glockenzüge an. Aber Isidora hatte keine Lust zur Zwiesprache und tat, als ob sie das Geläute gar nichts anginge. Jetzt wurde Damian zornig und riss zum Zerter an den Fäden zum Telefon. Nun war aber die Geduld Isidoras zu Ende. Der Wüterich würde ihr wohl noch das ganze Haus einwerfen. Sie hatte ihn schon lange zum Fressen gern. Nun sollte es endlich einmal damit ernst werden. Rasend vor Zorn und Wut schüttelte sie ihr eigenes Haus, um den Störenfried zu vertreiben, und zeigte diesem zum Überfluss drohend ihr starkes Gebiss. Damian mochte wohl mit einem zärtlicheren Empfang gerechnet haben. Da er aber wusste, dass seine Frau stärker war als er und keine Lust verspürte, von ihr aufgefressen zu werden, so verließ er enttäuscht und bitter gekränkt die Wohnung. Und merkwürdig, wie in dieser unglücklichen Stimmung sich das Erbteil seiner Ahnen lebendig zeigte. Als Damian, der abgewiesene Spinnenmann im Dunkel verschwand, ruderte und koch er rückwärts wie ein echter gepanzerter Krebsritter. Isidore aber sah noch lange nach, obwohl Sepp seine Botschaft ins Grillenhaus richtig überbracht habe. Von oben klang leise das Klopfen Hans Jakobs, und unter dem heimlichen Tick-Tack schlief sie endlich ein und träumte einen schönen, sanften Spinnentraum. Achtes Kapitel Heimchen bei der Arbeit Der Lenz blinzelte aus den verschlafenen Augen das alte Stadttor an, so dass dieses nicht wusste, woran es sei. Sollte es den schmutzigen Schnee auf der Zähne noch liegen lassen, oder war es Zeit, sich festlich herauszuputzen? Der alte Jörg traute jedenfalls dem jungen Frühling nicht, denn in seiner Stube prasselte am Abend ein lustig Feuer im Ofen. Der Turmherr saß dicht an der Wärme, las und sann. Auf der Diele beim Ofen klaffte ein fingerbreiter Spalt. Dort war die Haustüre der Familie Ambros Grille und Chris Zenz, geborene Heim. Eben fing Ambros mit seinem Geigenspiel an. Er hatte seine Wiegenlieder schier alle verlernt, seit ihm vom Geheimbund der Text zu seinen Liedern vorgeschrieben war. Der Kanker Sepp hatte ihm wortgetreu die Botschaft Isidoras überbracht. Zudem wollte sich zwar sein Künstlerstolz gegen diese Bevormundung auflehnen, aber schließlich siegte die Überlegung, dass die Kunst immer nach Brot gehen müsse. Er aß nun einmal vom Tische des Turmherrn. So war es nicht mehr wie recht und billig, dass er zu seinen Diensten spielte und sang. Sein Lärflein war eben mein neues Gewand angemessen worden. Vor kurzem lagen sie noch in der Wiege, aber sie wuchsen außerordentlich rasch. Während sich Chris Zenz in zartlicher Sorge für ihre Brut nicht genug tun konnte, suchte Ambros durch ein Schlummerlied, sie in den Schlaf zu singen. Er legte dabei seine Flügeldecken kreuzweise übereinander und rieb sie im Takt hin und her. Das Geigen und Flöten klang gar süß in den stillen Abend hinein. Wie ein zartes Kinderstimmchen tönte der Gesang durch das alte Mauerwerk. Ambros hatte das Lied von der Wiederkehr der Schwalbe und des Storches gesungen, heute umso eindringlicher, je mehr in seiner Kinderstube fühlte, dass die beiden Frühlingsboten nicht mehr ferne sein konnten. Noch ein paar Mal müssen die Kinderlein das Gewand wechseln, bis sie dir und mir ähnlich sehen, warf Chris Zenz mitten ins väterliche Konzert. Ihr mütterliches Herz zitterte vor heimlichem Stolz. Nur keine Affenliebe, Chris Zenz, bat Ambros. In ihrem jetzigen Zustand können die Läufelein mein Künstlerarzt nicht befriedigen. Ich werde wohl erst dann Freude an den Kindern haben, wenn sich die Familienzüge zeigen. Sei nicht grausam, Grille, mahnte Chris Zenz. Wenn sie unzufrieden mit ihrem Manne war, nannte sie ihn stets Grille. Er kannte diese Eigenart seiner Frau gar wohl, ging aber großzügig darüber weg und schwieg. Chris Zenz sagte nach einigen Augenblicken, »Du siehst zu viel aufs Äußere, auf den Schein. Ist ja wohl Künstlerbrauch. Die Kinder sind nur äußerlich ungelenk und unschön. In ihrem Innern schlägt ein warmes und weiches Halmchenherz. Und dann bedenke den Spruch, der bei den Menschen auch gilt, »Gastige Wickelkinder, schöne Gassenkinder.« Nun bitte ich dich aber, Senta, um des Himmels willen, rede mir nicht von Gassenkindern. Eine Künstlerfamilie darf keine Gassenkinder großziehen, auch nicht einmal schöne. Wenn Herr Grille seine Frau Senta nannte, so wollte er immer einen Hinweis auf seine vornehme Abstammung geben. Denn während seine Wiege im städtischen Krankenhaus dicht bei der Heizröhre stand, wurde Chris Zenz in der warmen Backstube des Bäckerhauses geboren. Seit Ambros einst einen Fieberkranken in einen traumlosen Schlaf gesungen hatte und deshalb von dem Oberarzt ein echter Künstler genannt wurde, konnte er seinen Stolz nicht mehr unterdrücken. Frau Chris Zenz kannte diese Schwäche ihres Mannes. Er trug sie mit Geduld und wies sie nur manchmal mit dem ernsten Anruf, Grille in die Schranken. Heute schien er wieder von seinen Erinnerungen überwältigt zu werden. Frau Chris Zenz hatte im Anschluss an das Lied von der doppelten Wand über Hans Jakob erzählt und wie dieser so uneigennützig die eigene Stammburg zerstöre und sich und sein ganzes Geschlecht heimatlos mache, nur um dem Turmherrn zu dienen. »Ein wahrhaft ritterlicher Sinn«, meinte Chris Zenz voller Bewunderung. »Hast du denn bei mir jemals eine andere Lebensauffassung gefunden?« fragte vorwurfsvoll Ambros. »Hans Jakob kann auf seine Abstammung nicht stolzer sein, als ich auf die meine.« »Ich weiß, lieber Grille«, sagte Chris Zenz beruhigend, »dass du von einem kühnen Raubrittergeschlecht stammst.« »Aber Senta«, sprach erbittert Grille, »wer wird denn solch hässliche Worte von meinen Ahren reden? Ritter, ja, stolze Tapfere, die auf prächtigen Rossen einheritten und Furcht und Angst unter den Menschen verbreiteten, wenn sie angestürmt kamen. Nicht umsonst nannte man sie Heu-Schrecken. Es lieben ja noch Nachkommen dieses kriegerischen Geschlechts als stark bewährte Herren, während unsere Seitenlinie sich dem stillen, friedlichen Leben im Hause zugewandt hat.« »Ach ja, lieber Ambros, und ich glaube, wir haben das bessere Teil erwählt.« »Meine Großmutter hat mir von den großen Wanderheuschrecken erzählt, die in solchen Scharen dahinzogen, dass sie sogar die Sonne verfinsterten und die Menschen sie als eine schreckliche Plage betrachteten. »Ich kann nicht anders, lieber Grille, ich muss sie Raubritter nennen und wenn es hundertmal unsere Ahnen sind.« »Aber, Jenta, du urteilst wieder oberflächlich wie alle Frauen. Ich gehe auf den Grund. Frage dich doch selbst, was du tun würdest, wenn uns der gute Alte nicht den Tisch hier unten decken würde. Du wandertest fort und suchtest dir ein anderes Obdach. Ist's nicht so? Genau das Gleiche tun unsere Verwandten. Sie besitzen auch einen außerordentlich reichen Kindersegen. Na, viele Mäuler brauchen viel Futter. Sie sind Weideplätze abgegrast, müssen sie eben suchen und wandern. Ein gesunder Naturbetrieb, den du als sorgliche Hausfrau und zärtliche Mutter eigentlich mehr loben müsstest als ich, der Künstler, dessen Sinn nach Höherem als Futterplätzen triebt. Christenz ärgerte sich über ihren Mann, musste ihm aber im Stillen Recht geben. Nun, meinetwegen, aber ich kann eben keinen solchen Stolz auf diese Sippe aufbringen wie du. Und ich bin froh, dass sie nicht in unserer Nähe leben und wir keine verwandtschaftlichen Beziehungen pflegen müssen. Liebe Christenz, sagte Grille belehrend, darin siehst du eben den echten gemeinsamen Familienzug. Grillen lieben Wärme. Weil aber unsere Verwandten sich den ritterlichen Sinn erhielten und für ein frisches, freies Lagerleben sind, so wählten sie sich ihren Wohnsitz dort, wo der Himmelsofen ihn tüchtig einheizt. Ach ja, lieber Ambrus, sprach jetzt fast zärtlich Christenz, die Wärme ist etwas Süßes und der gute Alte liebt sie auch. Willst du ihm nicht ein Dankliedlein geigen? Meinetwegen, antwortete Ambrus. Ich wollte ohnehin noch mal das Bundeslied spielen. Dann hänge ich eben noch einen Vers an. Tschüss, lieber Mann. Deine Reime gefallen mir weit besser als das Lied der Isidora, schmeichelte Christenz. Der Text des Bundesliedes stammt eigentlich von Ludmilla der Eule. Sie ist ja Meisterin der Weisheit. Ein echter Dichter aber braucht schließlich nicht allzu viel Verstand, sondern die Hauptsache ist das Gefühl. Und daran fehlt es dir nicht, liebster Ambrus. Ich weiß dies doch am besten. Also singe Dichte und Geige, dieweil ich nach dem Kleinen und nach dem Abendbrot schaue. Herr Grille stimmte seine Geige und sang erneut den Vers der Frau Isidora. Das musste doch der Jörg verstehen, besonders den letzten Vers, auf den sich Grilles Dichterseele nicht wenig einbildete. Da trat Frau Christenz wieder ein. Die Kinder schliefen sanft. Wo nur die Base bleibt, fragte sie nach einer Weile. Sie wollte uns doch einen Gegenbesuch machen. Ambrus meinte, sie werde vielleicht aufgehalten worden sein. Ein bisschen Abwechslung ist ja wohl zu gönnen, sagte er. Da sitzt sie drüben im Garten unter der Erde, wie ein echter Dunkelmann, nach dem man sie ja auch nennt. Jedes will eben nach seiner eigenen Weise selig werden, antwortete Christenz. Das ist doch einer deiner Leibsprüche. Gewiss, entgegnete Grille. Im Grunde kommt es aber bei allen auf das Gleiche heraus. Wo mir der Tisch gedeckt ist, da ist mein Vaterland. Ein schöner Spruch ist es ja gerade nicht, aber umso wahrer. Bei den Menschen klappt es und bei uns Tieren. Die Base könnte ja auch ein Leben unter Dach und Fach führen. Warum tut sie es nicht? Weil sie ein Leckermaul ist und nicht mit dem Vorlieb nimmt, womit wir uns begnügen. Du hast recht, Ambros, stimmte seine Frau zu. Sie verlangt ihm auch die Werktage einen Braten auf den Tisch. Engerlinge und Würmer frisch zubereitet, kann man in unserer Küche nicht finden. Ja, ja, und zum Fleisch will sie noch feines, junges Gemüse haben, und darum beißt sie die tarten Würzelchen ab. Einen Räuber wirst du nun die gute Base wohl nennen? fragte in neckendem Tone Ambros. Christenz aber verstand den Scherz nicht. Sie fühlte sich an ihrer empfindlichsten Stelle im Mutterherzen getroffen. Ganz gereizt fuhr sie auf. Warum sie aber das tut, verschweigst du, und doch heißt es auch hier, Verstehen ist Verzeihen. Weiß schon, weiß schon, liebe Christenz, erwiderte beruhigend Ambros. Rege dich nicht auf. Natürlich tut's die Base nicht, um den Menschen zu schaden und sie zu ärgern, sondern aus reinster Mutterliebe. Die Kinderlein brauchen in ihrer Wiege viel Wärme. Damit die Sonne mit ihren Strahlen in die Erde findet, müssen die Pflänzlein, die abwehrend ihre Arme steil zum Himmel trecken, entfernt werden. Eine harte Kur aber unabänderlich. Nun also, sagte Schmollen Christenz, Ja, Liebste, so ist es überall in der Welt. Die einen sterben, dass die anderen leben. Tod und Leben reichen sie stets die Hände. Beim Menschengeschlecht ist so und bei den Tieren und Pflanzen. Und alle drei sind wir aufeinander angewiesen und leben und weben zusammen. Dreierlei Melodien, aber überall der gleiche Grundton. Christenz bewunderte im Stillen ihren Mann, der so klug zu reden wusste. Aber zugestanden hätte sie es ihm nicht. Er sollte nicht noch stolzer werden. Der alte Jörg hatte alles gehört und halb träumend, halb wachend dem Heimchen am Herd gelauscht. Ein glücklich Lächeln flog über sein Gesicht, wie die Frühlingssonne über ein winterlich Schneefeld. Es lacht und weint zu gleicher Zeit. Da kam die blonde Annemarie gesprungen. Rat, Großvater, was ich da hab! Ein Blumenscherben hielt sie sorglich und deckte die Hand geheimnisvoll über die Öffnung. Jörg bekannte seine Unwissenheit. Eine Maulwurfsgrille, die Mutter gefangen hat. Frisst uns alle Wurzeln ab, dass wir im Sommer keinen Salat bekommen. Ist sie nicht reizend? Schade, dass sie so dumm war und sich erwischen ließ. Der alte nahm den roten Topf und betrachtete die Maulwurfsgrille. Wie die kurzen Beinchen den schweren, walzigen Körper nur tragen konnten. Und wie sie fest in der Erde graben kann, rief bewundernd Annemarie. Schau doch, diese breiten Schaufeln, sagte Jörg, das sind die reinsten Grabscheite. Der kleine Erdarbeiter hat seine Werkzeuge gleich bei der Hand. »Was fangen wir nun mit dem Gefangenen an? Soll ich ihn töten?« »Nein, nein, Großvater«, wehrte Annemarie entschieden ab. »Nur im Garten darf sie nicht bleiben. Da habe ich sie zu dir gebracht. Dein Heimchen will vielleicht Unterhaltung. Lassen wir sie laufen, ja?« »Mal zu lange wird der Besuch nicht dauern,« lachte Jörg. »Unsere Kost behagt der verwöhnten Dame nichts. Aber ein Anstandsbesuch kann sie ja wohl abstatten. Also...« Jörg setzte die Maulwurfsgrille auf den Boden. Ein leises Zirpen ließ sich hören, und der Gast war in der Haustüre der grillischen Wohnung verschwunden. Ein noch lange dauerndes Konzert sang den alten Jörg in den Schlaf. Neuntes Kapitel Hans Jakob zerstört seine Stammburg Der März war ins Land gekommen. Schmeicheln strich lauer Föhn über den Winterschnee. Von dem Dache des alten Tores tropfte es schwer hernieder, als müsse er im Abschiedsweger bittere Tränen vergießen. Nur auf der Nordseite hielt der schmutzige, graue Gesell noch stand und ließ sich auch durch das lockende Werben des Südwindes nicht rühren, obwohl die alte Wetterfahne auf der Spitze des Tores mit längst verrosteter Stimme ihr eintönig Frühlingslied sang. Kommst auch bald dran, kommst auch bald dran. Durch eine Spalte drang es in den oberen Speicherraum des Tores, wo in einem Winkel das seltsame Geschöpf unbeweglich hing, das die Träume des Mäusejünglings Fipps belebt hatte. Auf einmal rührte sich das kleine Ding im Gauen samt Kleide. Hätte Fipps die bewunderte Unbekannte jetzt gesehen, so würde sein weiches Herz voll Mitleids gewesen sein. Denn das damals so dralle, fest anliegende Kleidchen hing nun in schlotternden Falten um einen abgemagerten Körper. Auch der dickste Fettmantel wird zuletzt aufgelöst. So war Amanda, die Fledermaus, durch den Gruß des Frühlingswindes und den Gesang der Wetterfahne aus ihrem Winterschlafe aufgescheucht worden. Sie strich sich die Ohrmuscheln zurück und gähnte herzhaft. Dabei blitzten ihre Zähne, so dass ihr Maul aussah wie ein weit offenes Waffenlager mit spitzen, blank geschliffenen Dolchen. Nun rieb sie sich auch die Augen, um dem jungen Lennstag besser ins Angesicht schauen zu können. Es war aber umsonst, sie blieb kurzsichtig wie vor dem Winterschlafe. Mit ihrem feinen Sopranstimmchen antwortete sie der Wetterfahne ihrer alten Freundin, Winterschlaf ist nun vorbei, Käfer kommt, fliegt schnell herbei, Winterspeck ist längst verzehrt, frische Kost drum heiß bekehrt. Nicht einmal der alte Jörg hätte den Vers vernommen, auch wenn er dicht neben der Sängerin gestanden wäre. Das Stimmlein war so wunderbar, zart, dass es nur ihre eigene Familie hören konnte. Amanda sang, denn sie freute sich über den neuen Frühling. Plötzlich kam eine Antwort. Von der Einwand des Speichers her, dort, wo der alte Schrank mit Jörgs abgelegten Kleidern stand, tönte ein seltsames Klopfen. Es war, als ob eine kleine Uhr in dem wackeligen Kasten aufgezogen worden wäre und nun ihr heimlich Tick-Tack machte. Amanda heuchte auf, dann lächelte sie und rief, Hans-Jakob, seid ihr der Klopfgeiz, den ich höre? Aus dem Schrank drang ein leises Lachen. Allheil, Amanda, auch schon Kopf oben? Wie habt ihr überwintert, liebe Freundin? Danke, Hans-Jakob, es geht. Matt und elend ein wenig, mein Fettvorrat ist fast zu Ende. Begreife, kicherte der Klopfkäfer. Nach dem langen Fasten kein Wunder, nun dürft ihr euch täglich aufkochen, damit ihr bald zu Kräften kommt. Och, seufzte Amanda, wenn's nur nicht wieder Enttäuschungen gibt. Dem jungen Springinsfeld ist nun mal nicht zu trauen. Kommt ins Land mit Trarie und Trara. Man wacht auf und meint, der ekelhafte Winter sei auf und davon und der Tisch gedeckt. Ja, Prost, Mahlzeit! Hans-Jakob war aus seiner Wohnung in den vordersten Hausflur gegangen, um Amanda näher zu sein. Tja, trau, schau wem! Der kecke Bursche muss ein paar Mal Sturm laufen, bis er den alten Grießkram fortjagen kann. Und seins muss viel Vorsicht und Geduld haben. Ach, vorsichtig, ihr habt gut predigen. Wenn mir das Kleid um den Leib schlottert, nur ein kräftiger Schluck, ein einziger, dann schlafe ich meinetwegen noch einmal ein. Hans-Jakob fühlte warmes Mitleid mit seiner großen Freundin. Er richtete sich in seinem Flur auf, legte Fühler und Vorderbeine dicht an den Körper und schlug mit seinem dicken Kopf gegen die Decke. Dadurch beteuerte Amanda seine herzliche Teilnahme. Schon sank die Dämmerung hernieder. Da flatterten zwei Nachtschmetterlinge durch den halbdunklen Raum. Eben waren sie aus ihrem Winterhäuschen geschlüpft und übten sich im Tanzen. »Hörlich! Wunderbar!« jubelte Flick, der eine. »Großartig! Entzückend!« antwortete Flock, der andere. »Hast du dir das Leben eigentlich so schön vorgestellt?« fragte Flick und machte die verwegensten Luftsprünge. »Nein, niemals, nicht einmal im Traum!« sprach Flock. »Und diese Freiheit, diese tolle, goldene Freiheit!« »Ja, das ist mal etwas anderes als die enge, dumpfe Puppenwege, in der man sich nicht rühren und regen konnte. »Hast du eigentlich viel geträumt?« »Es tut sich,« antwortete Flock, »am meisten träumte ich vom Vogelsein.« »Das war mir auch der liebste Traum, und doch hätte ich nicht gedacht, dass das Fliegen etwas so Entzückendes ist. Immer lustig, Brüderlein!« »Tanz, nur Tanz!« rief Flick. »Wohin geht morgen die Reise?« »Ein neues Leben führen wir, dazu brauchen wir eine neue Welt. Nach Amerika gefällig?« Dabei machte Flick einen Purzelbaum. Dicht an seiner Seite breitete Flock im gleichen Jubel seine Flügel weit aus, als wollte er die ganze Welt umarmen. Hans Jakob hatte sein Klopfen eingestellt, um dem Gespräch der beiden Falter zu lauschen. »Dummer Jung!« sagte er mit leichtem Hohn und ging durch den langen Gang in seine Hinterstube zurück. Amandas feiner Mantel zitterte in der Erregung, die er der Flug der beiden Falter verursacht hatte. Weit breitete sie ihren Mantel aus, sperrte das Maul auf und, Flick und Flock waren tanzend zwischen den aufgepflanzten Bayonetten im Abgrund verschwunden. »Klein, meine Beute, kurz eure Freude!« sang Amanda mit ihrer leisen Stimme und schwang sich wieder auf ihren alten Platz. »Na, hat's geschmeckt?« rief Hans Jakob, dem es in seiner Stube zu schwül geworden war. »Danko!« antwortete die Fledermaus, »armselig, kleinzeug nur, komm, ein Voressen, macht Appetit nach mehr, ist aber noch nicht viel zu haben, dumm. Gute Nacht, Hans Jakob. Ich will noch einmal einen langen Schlaf tun.« Als der Klopfkäfer am nächsten Morgen Ausschau nach dem Weltgeschehen hielt, sah seine Freundin regungslos am Reck hängen, den Kopf tief zur Erde gesenkt. »Gute Nacht noch mal für kurze Zeit, Amanda«, sagte leise Hans Jakob, »und auf ein fröhlich erwachen.« Dann ging er wieder in seine Wohnung, ohne nicht vorher etwas Kehricht vor die Türe geworfen zu haben. Es sah aus wie feines, gelbes Maismehl. Zwei neue Jahreswochen zogen über dem alten Stadttor dahin. Die Sonne grüßte es jeden Tag um einige Minuten früher am Morgen und blitzte die alte Wetterfahne am Abend etwas länger an. Auch begann sie hungrig und mit großem Eifer den Schnee aufzulecken, der in den schattigen Winkeln lag. Das leise Rieseln der fallenden Tropfen klang wie ein heimlich Geläute in die Spalten und Ritzen des alten Bauwerks, und in den tausenden von Kinderwegen wurde es lebendig. Schier nimmer halten ließ sich das kleine Gesindel. Mit Ungestüm riss es die letzten Vorhänge auseinander, die ihm noch die goldene Freiheit versperren wollten. Gleich tollpatschigen Kindern, die ihre ersten Gehversuche machten, schlüpften und krochen und kollerten sie aus ihren heimlichen Bettchen, rieben und putzten sich die Augen, tasteten mit ihren Fühlern in die unbekannte Welt hinein, falteten die Flügel auseinander und schüchtern wieder zusammen, setzten sich auf einen Balken und probierten den ersten Flug. Auf einmal kam zu diesem kleinen Käfergesindel ein prächtiger Falter. Mit vier großen Augen auf seinen Flügeln, die eigentümlich gezackt waren, stellte er sich als Tagpfauenauge vor. Mein Name ist Not Burger, sagte der schöne Falte und drehte sich einmal im Kreise. Ein hübscher Name, sprach Hans Jakob, den auch die laue Frühlingsluft vor seiner Haustüre gelockt hatte. Aber er bedeutet etwas schweres, trauriges. Gestatten Sie, dass ich mich Ihnen gleichfalls vorstelle, Hans Jakob, Ältester des ruhmreichen Geschlechtes der Trotzköpfe. Sehr angenehm, sprach der Falter mit zierlichem Zusammenklappen der Flügel und ließ sich dicht bei Hans Jakob nieder. Sie gehören wohl zu einer alten, langlebigen Familie? Trotzköpfe sind wohl besser zum Kampf ums Dasein ausgerüstet als wir mit unseren zarten, zerbrechlichen Gliedern. Wie lange wir schon hier im alten Tore hausen, erzählte in stolzer Haltung der Käfer, kann ich Ihnen nicht genau sagen, aber lange ist es lange, das dürfen Sie mir glauben. Unsere Lebensaufgabe braucht eben Zeit, viel Zeit. Wir leben nämlich mit den Menschen in Fede und zerstören, was sie bauen. Ist Ihnen das bekannt? Aber nein, Herr Trotzkopf, woher sollte ich dies wissen? Bitte erzählen Sie mir davon, ich bin aufs Äußerste gespannt. Dabei faltete sie weit ihre Flügel auseinander und die Augen darauf schauten wie neugierige Fragezeichen Hans Jakob an. Der berichtete ruhig weiter. Also meine Ohran bewohnten schon diese Burg. Sie sehen hier das Stammschloss meiner Väter, das die Menschen in verächtlichem Tone einen alten, wurmstichigen Schrank zu nennen belieben. Dumm und einfältig, nicht wahr? Sie werden es ja wohl am besten wissen, wie die Menschen sind. Ich habe noch gar keine Erfahrung, warf Notburger schüchtern ein. Bei diesen Worten hatte sie sich dicht in die Nähe des alten Schrankes niedergelassen. Im Allgemeinen taugen die Menschen nicht viel, sagte Hans Jakob und stieß eine Schaufel voll Kehricht aus seinem Haus. Doch keine Regel ohne Ausnahme. Unser Turmherr ist eine solche, dem fiel es niemals ein, sie zum Beispiel aufzuspießen. aufzuspießen, mein Gott, was soll dies bedeuten? fragte heftig zitternd Notburger. Na, Meisterschicksal schöner Falter, hoffe, dass sie davon bewahrt bleiben. Ihr sind sie sicher, unser Turmherr ist nämlich ein Sonntagskind. Werdet wohl wieder nicht wissen, was das ist? Ich habe es mir gedacht, also, Sonntagskinder sind Menschen, die ein Herz und eine Seele auch für uns Tiere haben, und für solche gehen wir durchs Feuer, durchs Wasser und durchs Holz. Euren Turmhahn liebe ich, sagte Notburger, und ihre Flügel bebten vor Erregung. Ist er schön? Ach, dass ihr doch immer am Äußeren hängen bleibt, ihr kurzlebig Volk, sprach Hans Jakob in missbilligendem Tone, immer aufs bunte schillernde los, und wäre es das Verderben. Von außen ist nun unser alter Jörg nicht schön, aber umso schöner im Herzen. Wir alle im Turme dienen ihm und bauen an seinem Glück. Darf ich da nicht mittun? fragte Notburger, ich möchte es so gern. Vielleicht, antwortete Hans Jakob vorsichtig, wenn ihr lang genug lebt, dann kann man euch in unseren geheimen Bund aufnehmen. Wie schön wäre das, lispelte Notburger, ich wäre euch wirklich von Herzen dankbar, ihr seid ein starker König hier in der Welt, das habe ich gleich bemerkt. Ja, sagte der Trotzkäfer, stark und fleißig ist mein Geschlecht unsere Kinder, die mit kräftigen Kinnbacken ausgerüstet sind, die bauen unablässig lange Gänge in unserer Burg, ja, natürlich unter meiner Oberaufsicht und nach vorgezeichnetem Planer. Sind ihre Jungen niedlich? fragte Notburger. Darauf kommt es bei uns nicht an, antwortete Hans Jakob zurechtweisend. Im Übrigen ist es bei uns wie bei den Menschen, auch wir halten unsere eigenen Kinder für die schönsten der Welt. Begreiflich, nicht wahr? Aber ihr Handwerk verstehen unsere Buben und Mädel vortrefflich. Mit ihren sechs Beinen dringen sie stets weiter vor und jedes Hindernis wird von ihnen überwunden. Durch unsere Burg zieht schon eine ganze Menge von Gräben. Ja, fällt sie denn da nicht ein, wenn ihre Kinder sie unterhüllen? warf Notburger ängstlich dazwischen. Gewiss, meine Liebe, sagte der Trotzkopf in unerschütterlicher Ruhe, dann ist eben das Ende da und anstelle unseres schönen Schlosses liegt ein Trümmerhaufen. Eine traurige Ruine. Aber wir freuen uns, denn unser Feind, der Mensch, klagt und trauert über den verfallenen Überresten. Da muss aber ihr Turmherr auch trauern, wenn ihre schöne Burg hier einfällt, fragte der Falter. Damit hat es eine besondere Bewandtnis, sagte Hans Jakob mit listigem Lächeln. In unserer Burg ist ein Geheimnis eingeschlossen und das wird frei, wenn sie in Trümmern liegt. Dies Geheimnis aber wird ein Glück für unseren Turmherrn sein. Mir kann und darf ich Ihnen nicht verraten. Habe ohnehin schon zu viel aus der Schule geplaudert. Sonst ist der alte Kasten für die Menschen nicht viel wert. Da haben wir schon ganz andere Kunstwerke zerstört. Kunstwerke, bei deren Tod ich kluge und gelehrte Menschenkinder weinen, wirklich weinen sah. Wir haben sogar schon einmal die ganze Welt eingeschmissen. Was sagen Sie dazu? Hans Jakob warf stolz den Kopf zurück, um den Eindruck zu beobachten, den seine Worte auf das Pfauenauge gemacht hatten. Unmöglich, sagte diese und zitterte am ganzen Leibe. Wir gehören doch auch zur Welt. Oder sind wir außer der Welt? Erklären Sie es mir, ich verliere rein noch den Verstand. Na, sprach der Trotzkopf, allzu viel hat Ihre Sippe wohl nicht zu verlieren. Ihr Geschlecht ist kurzlebig und besitzt darum wenig Erfahrung, ist auch nicht so gründlich wie unser eins, dem das Forschen und Grübeln und Bohren nun einmal im Blute liegt. Aber nur keine Angst, der alte Hans Jakob erlaubt sich gern ein Späßchen mit jungen Damen. Die Zerstörung der Welt, sie müssen wissen, dass die Menschen Bilder von der Erde machen, große runde Kugeln, bunt bemalt. Komische Vorstellung, nicht wahr? Das muss aber nett aussehen, meinte Notburger. Ja, für sie wäre der Tanz auf der Welt Kugel ein Vergnügen, sagte Hans Jakob, weil sie gerne an der Oberfläche bleiben. Wir wollen in die Tiefe und ziehen das nahrhafte dem Schönen vor. Die Menschen machen diese Kugeln nämlich aus Papier und Kleister. Wissen Sie, wie Kleister schmeckt? Aber nein, entgegnete Notburger, so etwas gab es in unserer Puppenküche nicht. Wenn es aber wie Honig und Blütenduft schmeckt, habe ich wohl eine Ahnung. Dann muss es etwas Gutes sein. Papa, rief Hans Jakob in verächtlichem Tone, unser Eins braucht kräftige Kost. Wie könnten wir sonst unseren ritterlichen Panzer tragen? Also, der Kleister ist nun einmal die Lieblingsspeise in unserer Familie. Da ist es doch ganz natürlich, dass wir uns in einer solchen Weltkugel ansiedeln, finden Sie nicht auch? Gewiss, ich begreife es sehr gut, sagte lächelnd das Pfauenauge. Da bauen Sie dann ihre Gänge und Höhlen mitten in die Welt hinein? Freilich, antwortete Hans Jakob, bis auch hier eines Tages oder nachts. Ach, rief Notburger traurig aus, mir wird schon wieder ganz bange, wenn ich daran denke. Warum denn? Eines Tages kommt der Weltuntergang, dann stürzen die Erdteile ins große Weltmeer und das Liedlein ist aus. Mich wundert nur, sprach der Falter, dass Sie die Menschen so ungestört fühlen lassen oder stellen sie ihnen nach? Kleinigkeit für mich, erwiderte stolz der Käfer. Umsonst heißen wir nicht Trotzköpfe. Unser Schädel ist hart, das haben Sie doch an meinem Klopfe gehört, nicht wahr? Freilich, stimmte Notburger zu, gleich zu Beginn unserer Bekanntschaft bewunderte ich ihren harten Kopf. Nun also, erwiderte Hans Jakob, wissen Sie eigentlich, was ich tue, wenn ich das Unglück habe, in Gefangenschaft zu geraten oder fürchten muss, getötet zu werden? Nein, entgegnete der Schmetterling zitternd, aber ich möchte es sehr gerne erfahren. Da stelle ich mich einfach tot, mausetot, sprach der stolze Trotzkopf. Tod? Das verstehe ich nicht, lispelte Notburger. Doch, sehr einfach tot ist, na, wie soll ich es Ihnen erklären, tot ist, ausgeblasen, zerdrückt, zertreten. Ich liege eben still und gebe keinen Schnaufer von mir. Das ist aber kolossal bewundernswert. So etwas brichte ich nicht fertig, sagte der Falter. Glaube ich, meinte Hans Jakob und richtete sich steil auf. Es ist eine Kunst, die wir auf Kind und Kindeskinder vererben. Tun ihnen dann die Menschen nichts mehr, wenn sie wie ein ausgeblasenes Licht dort liegen? Nein, antwortete der Käfer, aber sie trauen uns nicht und da quälen sie uns, nur um uns zu einem Lebenszeichen zu zwingen. Doch unser Wahlspruch heißt standhaft und trotzig. Man stammt nicht umsonst von einem tapferen Rittergeschlecht ab. Aber dann, wenn sie die Menschen täuschen ließen und sie für echt tot halten, warf Notburger neugierig ein. Nun, dann ernte ich rasch den Lohn für meine Geduld und meine Standhaftigkeit und reite Spornstreichs in ein sicheres Verlies. Ach, sprach aufseufzend das Pfauenauge, das wäre mir doch ein zu aufregendes Leben. Nehmen sie sich in Acht, es würde mir um sie furchtbar leid tun. Unbesorgt, rief Hans Jakob mit übermütiger Stimme, schließlich lebt man überall nur einmal in der Welt. Vorerst aber will und muss ich noch eine Zeit lang leben, denn meine Aufgabe ist noch nicht vollendet, bis Schwalb und Storch uns wiederkehrt, auf alle Fälle. Warum gerade bis dorthin? fragte Notburger rasch. Ach, das betrifft unser Turmgeheimnis. Wenn sie lange genug leben, werden sie es vielleicht noch erfahren, dass ich die aller wichtigste Rolle in unserem Turmschauspiel habe. Schade, dass unser Leben gar so kurz ist, oft nur ein einziger schöner Sommertag. Hans Jakob kannte die Welt im Allgemeinen und das Falterleben im Besonderen. Darum hatte er auch Mitleid mit Notburger. War sie doch erst aus der Kinderstube geschlüpft und stand nun hilflos in der Welt, die einen wunderbaren Sommertag im winterlichen März vorgetäuscht hatte. Wie lange mochte es dauern und der blaue Himmel überzog sich mit einem dunklen Vorhang und statt auf bunten Blüten herunter zu lachen, war verweiße kalte Flocken auf sie nieder. Der Trotzkopf sah mit klaren Augen den frühen Tod des Falters voraus und es tat ihm in seinem Käferherzen ordentlich leid um den schmucken Schmetterling. Endlich sagte er, liebste Freundin, ein kurzes Dasein auf dieser Erde ist nicht das schlechteste los. Sogar die Menschen preisen die glücklich, die in der Blütezeit vollenden und ich sage ihnen, wer jung stirbt, hat doppelt schön gelebt. Wenn sie ein Methusalem werden wollten, dann durften sie ihre Kinderstube nicht so früh verlassen. Vorwitz wird nun einmal nicht alt. Wenn mich nicht alles täuscht, so ist der nichtsnutzige Bengel, der Lenz wieder davon und der alte Grießkram, der Winter, fängt noch einmal zu regieren an. Dann ist mit Blühen und Sonnenschein vorbei und in ihrem leichten Fähnchen muss ihnen ihr Herz erfrieren. Sie sind ihrer Zeit voraus und das ist immer ein Elend. Kennen sie den Vers nicht, der ihr Schicksal besingt? Ach nein, sagte in gespannten Tone Notburger. Was ist das? Ich habe keine Ahnung von einem Verse. Ein Vers, sprach belehrend der Trotzkopf, ist das Wort eines Dichters. Was ist das nun wieder? fragte der Falter und fing an, sich seiner Dummheit zu schämen. Ja, antwortete Hans Jakob und schüttelte den das ist auch für mich schwer zu erklären. Dichter sind eine besondere Sorte von Menschen, schon Menschen, aber eine andere Art, so ähnlich, wie es auch bei uns verschiedene Arten gibt, Mehlkäfer, Mistkäfer, sie verstehen mich doch? Notburger verstand zwar noch nicht, aber sie wagte nicht, es einzugestehen und darum schwieg sie. Hans Jakob fuhr fort, also die Dichter sind besondere Menschen, die ausschauen wie die anderen, auch auf zwei Beinen durch die Welt laufen, aber mit ihrem Kopf ist es nicht ganz richtig, der ist meist wo anders als ihr übriger Körper. Wie ist das nur möglich? sagte Notburger, die regungslos saß und lauschte. Es muss bei ihnen möglich sein, erklärte in bestimmtem Ton der Käfer. Mit ihren Gedanken, die im Kopf wohnen, können sie fliegen, weit, weit. Also haben sie Flügel wie wir? fragte der Falter und hob plötzlich stolz die Seinen empor. Das nun gerade nicht, sprach Hans Jakob, aber trotzdem können sie dicht bis zu den Sternen fliegen und sind sogar so keck, dass sie sich unbekümmert den schönsten herunterholen. Notburger zitterte vor Erregung. Und dann? Dann antwortete der Käfer in trockenstem Tone, dann üben sie eben den Unfug aus, den sie dichten heißen. Sie machen Worte, ich sage ihnen, nichts als Worte, die am Ende aufeinander klappen, wie ihre Flügel verehrte. Das nennen sie dann ein Vers. Ach, flüsterte ergriffen der Falter, wenn ich nur einen solchen hören könnte. Nichts leichter als das, sprach Hans Jakob und warf stolz sein Haupt zurück, so dass es hart an der Wand anschlug. Ich könnte ihnen Verse von unserer Turmdichterin vortragen, aber da es sich um unser Geheimnis handelt, muss ich verschwiegen sein. Äh, doch will ich ihnen den Vers sagen, der von ihnen selbst spricht. Hören sie gut zu, damit sie merken, wie es aufeinander klappt. Also, umsonst sein Flattern in buntem Kleid, umsonst sein Suchen und Lungern, Vorläufer einer neuen Zeit, die müssen gewöhnlich verhungern. Nun, was sagen sie dazu? Haben sie das Zusammenklappen beachtet? Ich glaube, sagte leise und traurig Notburger, aber ich finde diesen Vers entsetzlich ergreifend. Je nun, sprach Hans Jakob und warf eine Schaufel gelben Mehls aus seinem Haustor. So ist es nun einmal im Leben. Der eine sitzt mitten im Speck, der andere nackt am Hungertuch und wir können es nicht ändern. Reichen Sie mal einen Augenblick, ich muss tüchtig klopfen, meine Frau soll wissen, wo ich bin. Bald klang aus der Wohnung des Trotzkopfes ein Gehämmer wie das Schlagen einer alten müden Ohr. Tick tack, tick tack. Da wachte plötzlich Amanda die Fledermaus auf. Noch halb im Traum ließ sie den Balken los und sank auf den Boden. Der Falter, noch ganz unter dem Eindruck des traurigen Liedes, saß mit zusammengelegten Flügeln in der Nähe von Hans Jakobs Wohnung. Plötzlich fuhr erschreckt auf, ihm ahnte Unheil. »Ei, das lobe ich mir«, rief freudig Amanda, »schon ein schmuckes Vöglein. Nun wird es Zeit, dass ich mir den Winterstaub aus dem Rock bürste.« Dabei breitete sie ihre Flughaut auseinander und flatterte in die Höhe. »Ganz entsetzt über den schwarzen Mantel, der immer näher kam«, schrie der Falter, »Was wollen Sie von mir, bitte? Ich heiße Notburger.« »Nur nicht erschrecken, Kindchen«, lachte Amanda und zeigte dabei ihr blankes Gebiss. »Nichts will ich von dir, dich selber.« Im gleichen Augenblick schon war der Lebtag des Falters zu Ende. Zehntes Kapitel Der Schwalben Heimkehr ins alte Stadttor Ein herrlicher Frühlingstag rüßte mit lautem Lüfteschwenken das alte Stadttor und den Teich. Das Wasser dankte dem stürmischen Wandergesellen in zierlichen Wellenbewegungen. Von Süden her schossen schwarz-weiße Punkte wie tanzende Kügelchen durch die Luft. Einer der schnellsten löste sich aus dem Schwarm. Ein zweiter folgte und beide stießen mit einem Kecken Steilsprunge hinab in den Teich. Ein doppeltes Witt Witt klang über das Wasser. Es waren Xaver und Sabine das Rauchschweibenpaar, das aus dem Süden heimkehrte, den Reisestaub abschütteln und sich durch einen frischen Trunk im Teiche stärken wollte. Servus, Frau Sabine, schrie Harald, der von einem Seerosenblatt aufs Ufer sprang. Auch wieder in meinem Revier? Die Schwalbe dankte mit kurzem Witt Witt, gab aber auf seine Frage keine Antwort. Komm, Xaver, sagte sie zu ihrem Manne, muss der Kekeschwätzer der Erste sein, der uns den Heimatgruß entbietet? Als recht, Bienchen, antwortete Xaver, eine aufgeblasene Gesellschaft, diese grünen und braunen, bilden sich wunderwas ein und bringen nichts aus ihrer Kehle als das langweilige Quark, Quark, das nennen sie dann Konzert zum Lachen. Wenn es der Pankratz gewesen wäre, hätte ich mir die Unterhaltung gefallen lassen, denn er ist auch in das Turmgeheimnis eingeweiht und wüsste vielleicht so erzählen, was der Geheimbund während unserer Abwesenheit geleistet hat, meinte Sabine. Nun, das erfahren wir bald aus bester Quelle, antwortete ihr Mann. Wir müssen ja doch so rasch als möglich unsere Antrittsbesuche bei Amanda und Ludmilla und bei Aurelia machen. Wenn wir einigermaßen mit unserer Wohnung in Ordnung sind, sagte Sabine, das ist meine erste Sorge. Vergiss übrigens auch nicht, auf der Zinne nachzusehen, ob die Burg für Freund Dagobert schon zum Einzug bereit ist. Er hat es mir beim Abschied auf dem Schiffe nochmals ans Herz gelegt. Ja, ja, werde es nicht vergessen, versicherte Xaver. Ein komischer Kauz übrigens, mir fast so gravitätisch und würdig. So sind alle Ritter von Langbein, sagte Sabine. Seine Frau, die Isabella, ist gerade so, obwohl sie ein gutes, weiches Herz hat. Aber es liegt ihnen nun einmal im Blute, dass sie etwas hochmütig auf die andere Welt herablicken. Langhalsige und langbeinige Geschlechter haben ihren besonderen Adelsstolz, das merkt man schon an ihrem Wohnsitz, immer zu höchst oben. Wo sich Dagobert wohl noch herumtreibt? Träumt noch des Nachts vom Nil und seinen fetten Fröschen? Na, die Grünen und Braun werden sich darüber trösten, wenn die Storchenburg auf der Turmsinne noch nicht die schwarz-weiße Fahne aufzieht. Nun, bis das Turmgeheimnis enthält wird, muss er ja auf alle Fälle zurückgekehrt sein. Vor dem ersten Mai kommt es wahrscheinlich doch nicht zum Klappen. Ich bin übrigens wirklich neugierig, wie weit Hans Jakob mit seiner Arbeit vorgedrungen ist. Bei gutem Wetter mache ich heute noch im Speicher bei Amanda Besuch. Und regnet's, sagte Xaver, dann sausen wir zu ebener Erde und stellen uns Aurelia als Meinte Sabine, wie man's mit den vielen Besuchen sich einrichten soll. Man will doch niemand beleidigen und keiner mag der Letzte sein. Nach der kleinen Annemarie muss ich mich auch recht bald umschauen. Das Kind wird um ein Hübschstück größer geworden sein seit unserem Abschied im Herbst. Während dieser Unterhaltung waren Sabine und Xaver in Zickzack Flügen, bei denen allerlei vorwitzige Fliegen und Käfer verspeist wurden, ans Unter der Wölbung ganz oben an der Decke wuchs ein dickes Brett aus der Wand heraus. Der Grund unseres Hauses steht, rief jubelnd Xaver und strich in einem einzigen Saus durchs Tor und zwitscherte ein Gruß über das Gärtlein in Annemaries Haus. Grüß Gott Schweblein, rief laut das Kind und klatschte in die Hände, dann zurück ins Haus, Mutter, die Schweiben vom Großvater sind wieder da. Schon war Xaver zurück und saß neben Sabine auf den Grundpfeilern seines Hauses. Diese hatte unterdes zum offenen Torfenster hineingeguckt und dem alten Jörg ihre gesunde Heimkehr gemeldet. Nun zwitscherten Xaver und Sabine Schild, das habe habe bei unserem Turmherrn bemerkt. Sein Gesicht schien mir noch tiefer gepflügt als im Vorjahr und auf seinen Haaren liegt Schnee, viel Schnee. Es wird Zeit, dass ihm die große Freude wird. Nur Geduld, antwortete Xaver, es dauert nicht mehr lange. Auf dieses Turmfest wollen wir uns alle freuen. An diesem Tage der Enthüllung wird Burgfriede befohlen, da muss alle Fede aufgehoben sein. Ein merkwürdiges Erleben für uns und unsere erste Brut. Komisch eigentlich, sagte Xaver und musste laut lachen. Stelle dir einmal Amanda, die Fledermaus und Isidora in traulichem Gespräch zusammen vor. Und Annemarie's Peter, den Hausfreund des alten Jörg, ein Manuett mit Fips, dem Mäusesprössling tanzen. Lieben und nicht fressen dürfen vor Liebe, das wird schwer halten, meinst du nicht, Binnchen? Naja, du Schäker, antwortete seine Frau, nimm du dich nur selbst in Acht, dass du den Burgfrieden nicht brichst. Wenn Eva mag mit ihrer gesamten Mottenbrut ihren Mais Spaziergang macht, musst du die zarten jungen Backfischlein auch ungegrüßt von dir lassen. Kinder leicht soll ich eintätig fasten, sprach Xaver, werde mich am letzten April gründlich anfressen und am nächsten Tage von meinem Specke zehren. Übrigens wollen wir jetzt an unsere Vorbereitungen gehen. Bleibe du ruhig hier und räume die Stube etwas auf. Ich fliege zum Teich und trage Baustoff zu. Es gibt mancherlei zu flicken und auszubessern. Sabine zwitscherte ihr Einverständnis. Als Xaver sich erhob, rief sie ihm noch nach, wenn du Pankratz den Laubfrosch siehst, erkundige dich nach dem Wetterbericht, ich will doch sehen, ob er noch mit unseren eigenen Beobachtungen übereinstimmt. Es handelt sich um unseren guten Ruf beim Kalendermann. Xaver war in wenigen Augenblicken drüben beim Teich, nahm den Schnabel voll weichen Schlammes und flog in raschen Stößen zum Nest zurück. Dort hielt Sabine große Stöberei. Was ihr Mann brachte, mengte sie fleißig mit ihrem Speichel und baute die brüchigen und morschen Stellen ihres Häusleins zierlich auf, wie ein gelernter Maurer, kunstvoll Schicht auf Schicht und dazwischen den Binden Mörtel setzend. Dabei musste sie oft die gewagtesten Stellungen einnehmen, aber ihre zarten Füßchen umklammerten so fest jede Rauigkeit der steilen Wand und ihre Sinne waren so sehr auf das eine Ziel gerichtet, dass es ihr gar nicht einfiel, schwindelig zu werden. Xaver flog unablässig mit Schlamm ab und zu. So, jetzt ist's genug, sagte Sabine zufrieden, nun können wir an die Innenausstattung denken, hole Federchen, Strohhelmchen und was du sonst besorgen kannst. Gehorsam tat Xaver, was ihm seine Frau befohlen hatte, und bald war das Schwalbenheim allerliebst warm und weich ausgepolstert. Die reinste Prinzessinnenwiege, sagte Sabine, als sie stolz ihr Kunstwerk anblickte. Na, wenn erst die Brut drin legt und die weiten Mäulchen aufsperrt, dann heißt es wie der Sturmwind durch die Lüfte sausen. Bis dahin, Xaver, antwortete Sabine, macht ja auch das Käfervölklein seine Frühlingstänze, dann beginnt das reinste Schlaraffenleben. Fliegen und Maul aufsperren, zwei Beschäftigungen, die wir in unserer Kinderstube richtig gelernt haben. Der Apriltag ging langsam und müde zur Ruhe. Im Speicherraum des Turmes richtete Amanda die Fledermaus ihr Samtkleid zum nächtlichen Ausflug. Vor dem kreisrunden Ausschnitt, der ins Freie führte, klang ein freundlich wie der Witt. Ei, der tausend Frau Sabine, rief erfreut Amanda, wieder zurück aus dem sonnigen Süden und gesund und munter wie ich spüre, denn meine Augen sind und bleiben leider schwach und kurzsichtig. Dafür sind die meinen umso schärfer, antwortete Sabine, und die sehen zu meiner großen Freude, dass ihnen der Winterschlaf gut bekommen ist. Auch passt ihnen ihr Kleid schon wieder ganz hübsch. Ach ja, sprach Amanda, ich bin zufrieden. Zwischen unserem alten Tor und dem Teich hast stets ein reger Verkehr. Da fällt unsereins die Kost nicht zu schmal ab. Und wir Verehrte, fuhr Sabine dazwischen, machen ihnen ja keine Geschäftskonkurrenz. Sie räumen mit dem Nachtgesindel auf, wie wir den Tag über den Polizeidienst übernehmen. Friedlich, schädlich, so ist das Losungswort zwischen unseren Familien. Mein Mann hat mir übrigens erzählt, dass am Teich drüben eine wahre Pracht von jungen Nachwuchs zu Tanz und Spiel sich drängt. »Gute Gute Zeiten also, liebste Freundin!« Da fällt mir unser Geheimbund ein. Haben Sie vielleicht schon von Ludmilla Näheres erfahren? Aber nein, Amanda, Sie sind doch die Erste, zu dem mich mein Herz nach unserer Heimkehr gedrängt hat. Mein Mann und ich, wir sind beide außerordentlich gespannt, wie weit alles gediehen ist. Bitte erzählen Sie mir! Also, sprach mit wichtiger Miene die Fledermaus, am ersten Mai ist der große Tag. Isidora hat ihn nun endgültig festgesetzt, es soll mit dem Schulgang des blonden Kindes zusammentreffen. Die Mitglieder der Verschwörung sind ja nun fast alle versammelt, meinte Sabine. Bis auf Ritter Dagobert, stimmte Amanda zu. Er wird sich auf der Heimreise verspätet, vielleicht einmal den rechten Anschluss versäumt haben. Wir trafen uns während der Fahrt auf einer Schiffsstation. Er gab mir den Auftrag, nach seiner Burg zu sehen, meinte Sabine. Die ist in Ordnung, sagte Amanda, dafür hat unser guter Turnherr bereits vor ein paar Wochen gesorgt. Dem Rad fehlte eine Speiche, ist schon eingesetzt. Wir werden uns alle freuen, wenn recht bald die schwarz-weiße Fahne von der Turmzähne flattert. Ambrose Grille hat ja lange genug das Bundeslied dem alten Jörg vorgegeilt. Der wird es wohl auswendig kennen, will sehen, ob alles klappt und jeder seine Rolle gut spielt. Isidore hat den ganzen Plan wirklich aufs Feinste gesponnen. Ich selbst habe ja nur bei den Vorbereitungen mitgewirkt. Nun, es kann nicht jeder eine Hauptrolle besitzen, jeder muss auf seinem Posten eben seine Pflicht tun. Ganz meine Ansicht, verehrteste, zwitscherte Sabine Beifall zu. Hans Jakob leistet ja wohl die Hauptarbeit, wie weit ist er gekommen? Fast fertig, entgegnete Amanda. Isidore erzählte neulich, dass er ihr klipp und klar telefoniert habe, sie hat nämlich ihre Wohnung dicht unter die Hans Jakobsburg verlegt, dass er mit seinen Gängen bis auf eine ganz dünne Wand fertig sei. Die will er aber erst durchbrechen, in der Nacht zum ersten Mal. Oh, fein, wirklich fein, jubelte Sabine, und was hat denn Eva Mark die Motte zu tun? Die muss in der Nacht, wenn der gute Jörg beim Lampenlicht seinen Abendsegen in der Bibel liest, mit ihrer ganzen Sippschaft in die Stube tanzen und bei Festbeleuchtung das berühmte Mottenlied singen. Das soll der Glanzpunkt der Verschwörung sein, der erste Akt in dem großen Schauspiel, wie Ludmilla in ihrer bewundernswerten Eulenweisheit es nannte. Ich verstehe, stimmte die Schwalbe freudig zu, ein reizender Plan. Das Mottenlied treibt die Menschen mit unwiderstehlicher Gewalt zu den Kästen und Schränken, in denen sie ihre Gewänder aufzuheben pflegen, und dann, ja, dann ist der große Augenblick gekommen, wo Hans Jakob, unser unermüdlicher Forscher und Grübler, sein Triumph feiern wird. Das letzte Hindernis stößt er durch und der Kasten mit der doppelten Wand bricht zusammen. Wird es aber unseren guten Jörg nicht recht erschrecken? fragte Sabine in mitleidsvollem Tone. Ach, wie froh, lachte Amanda, solche zerbrechlichen Frauennerven hat ja unser Turnherr zum Glück nicht. Nun ja, antwortete Sabine, dann hüpft ja auch das Gold und Silber aus seinem Versteck. Das Metall hat ein fröhliches Lachen. Nicht immer, liebe Freundin, sagte Ernst die Fledermaus. Für den, der den Schatz vergraben hat, klang das Lachen gar hässlich und es hat ihm die Freude seiner Tage und den Schlaf seiner Nächte gestohlen. Oh, wie traurig, zwitscherte Sabine, davon weiß ich ja nichts, rein gar nichts. Ja, entgegnete Amanda, die Vorgeschichte des Schatzes ist nicht so freundlich und sonnig wie sein Schluss. Deshalb wissen auch nur Ludmilla die Eule, Till der Kauz und ich näheres darüber. Die Nacht hält viel Dunkles und Trauriges in ihrem schwarzen Mantel. Muss das aber nicht der gute Tonherr erfahren? fragte Sabine in besorgtem Tone. Wenn das Gold auch ein anderes Lachen hat, sollte er doch gewarnt sein. Gewiss, liebe Freundin, alles ist bedacht worden. Isidore hat nicht den feinsten Faden vergessen. Wirklich wunderbar, rief Sabine. Ja, stimmte Amanda bei, er muss alles wissen. Und sie erhalten dabei eine führende Rolle, Sabine. Im Auftrag Ludmillers habe ich es ihnen zu eröffnen. Die Schweibe zwitscherte in freudigen Worten ihre Bereitwilligkeit. Es ist nämlich ein letzter Wille bei dem Schatz, erklärte Amanda. Wissen sie, was das ist? Aber freilich, sagte Sabine und ihr Ausdruck war beinahe etwas beleidigt. Tiere, die wie ich weit in der Welt herumkommen, wissen in solchen Dingen Bescheid. Die Menschen, die uns doch in der Schnelligkeit des Reifens so himmelweit nachstehen, machen gar ein großes Wesen, wenn sie eine lange Fahrt übers Meer antreten. Sie haben Angst, ob sie wieder zurückkehren und da schreiben sie dann ein langes und breites über ihre letzten Wünsche auf. Ich bewundere, verehrte Freundin, ihre Klugheit. Ja, man merkt eben die Weltgewandtheit sofort bei vielgereisten Leuten. Nun also, um auf den Ausgang unseres Gespräches zurückzukommen, wir fürchten, dass unser Turmherr den Schatz in aller Eile zusammenpackt und ihn den Stadtvätern übergibt. An so etwas habe ich freilich nicht gedacht, zwitscherte Sabine etwas kleinlaut. Ja, das ist Ludmillas Bedenken, aber sie weiß, dass der Mann, der den Schatz vor langen Jahren vergraben hat, niemand anderen als den Finder in den Besitz einstellen will. Das ist klipp und klar in dem letzten Willen ausgeschrieben. Den muss eben unser Turmherr zu lesen bekommen, sagte Sabine ganz aufgeregt. Natürlich, stimmte Amanda bei, und das ist es Pudels Kern und ihre Aufgabe, liebe Sabine. Wie gern, wie gern, zwitscherte Sabine begeistert. Das bringt Saber und ich famos zusammen. Was schleppen wir alles in unser Haus, bis es anständig möbliert ist? Da werden wir ihm doch so ein Stück Papier vor die Augen tragen können. Aber unversehrt, liebste, muss es sein, mahnte Amanda. Selbstverständlich, erwiderte Sabine, nicht ein Töpfelchen darf weggerückt werden. Ist uns doch eine Ehrensache. Das muss ich aber gleich mit meinem Mann besprechen. Er wird sich morgen die Ehre geben, sie zu besuchen. schwitscherte eifrig Sabine, die es nicht mehr aushalten konnte, ruhig zu sitzen. Ja, es wird Zeit für sie zum Zubett gehen, sagte Amanda etwas spöttisch. Und für sie zur Nachtschicht, entgegnete Sabine schlagfertig. Unser eins hat sein Tagwerk hinter sich und hat sich die Schlafmütze reichlich verdient. Also gute Nacht, Frau Amanda. Gute Nacht, sprach Amanda und breitete ihren Mantel aus. Sabine verließ durch das runde Loch den Speicherraum und war bald unterm Tor im Nestlein verschwunden, wo es heute lange nicht zur Ruhe kommen wollte. Solch Gezwitscher und Gezwitscher klang hin und her zwischen dem munteren Ehepaar. Amanda aber flog einsam durch die dunkle Nacht. Elftes Kapitel Die letzten Vorbereitungen für den großen Tag Der Mai stand vor der Türe. Eine ungewöhnliche Wärme, die den Sommer schon anließ, lag schwer über Stadt und Teich. Ein ganzes Heer von tanzenden und singenden Müßiggängern war den Puppenwegen entschlüpft und freute sich des neuen Lebens in ungebundener Freiheit. Durch die klare Frühlingsluft schwirrten glänzende Libellen, spiegelten sich im Teiche und machten mancher Mücke den raschen Gar aus. Dazwischen sprangen und hüpften die schwarzen Springschwänze und spielten die Rolle der Hans Würste in diesem Zirkusfest der Käfer. In all das lustige Zirpen, Brummen und Summen klang seltsam feierlich das Glockengeläut der Unken aus der Tiefe. Ein vorfestes Main, der morgen seinen Einzug halten wollte, feierten auch die grünen und braunen des Teiches, die mit den nimmersatten Libellen im fröhlichen Jagen auf das lebenslustige Käfervolk wetteiferten. Und doch mahnte auch sie das klagende Geläute aus der Tiefe an die Vergänglichkeit alles Erdenlebens. Wart doch vor vierzehn Tagen ihr alter Erbfeind der stolze Ritter Dagobert von Langbein mit seiner gleichfalls hochgeborenen Gemahlin Isabelle aus Afrika zurückgekehrt und hatte seinen Sitz in seiner Stammburg auf der Zinne des alten Stadttores aufgeschlagen. Aus dem Lande der Pharaonen brachte er aber nicht nur seine langen Stelzbeine mit, sondern auch seinen unverwüstlichen Appetit auf deutsche Frösche. Warum war er nicht bei den Pyramiden und den fetten Nilfröschen geblieben? Seine Raubzüge im Teiche hatten schon manchem Gesangverein der Grünen und Braun den besten Tenorsänger entrissen und statt der frohen Frühlingslieder mussten sie des Öfteren ihre Kehlen zu Trauer und Klagemelodien stimmen. Was mochte der heutige Tag wohl bringen? Man darf den Tag nicht vor dem Abend loben und die Sonne stand noch hoch am Himmel. Gesättigt und träge saßen Harald und die Seinen auf den Schilfblättern und nickten ihren Mittagsschlaf. In unmittelbarer Nähe am Ufer wiegten sich auf einem jungbegrünten Strauch der Laubfrosch Pankratz mit seiner Familie. Da schwirrten vom Statter her Xaver und Sabine an. Wiede Witt, Wiede Witt, Quark, Quark. Das dunkle Gewand leuchtete stahlblau und die Stirn- und Kehlstreifen wetteiferten in ihrem tiefen Braun mit den Kastanien, während die Unterseite in der Sonne wie Gold brannte. Das ganze Festgewand strahlte in seiner Pracht das heiße Mutterglück wieder, das in Sabinens Herzen glühte. Die beiden kamen eben von ihrer jungen Brut, die wohlgeborgen im Schwalbenhaus unter dem alten Stadttor ruhte. »Wiede, Witt, Grüße von unseren Kindern, Freund Pankratz«, rief Xaver mit heller Stimme. »Was machen denn die lieben Klein, alle munter und wohl auf?« fragte Pankratz voll Teilnahme. »Danke, eins gesünder als das andere, eins sperrt sein Mäulchen auf weiter als das andere, antwortete Sabine mit freudigem Stolz. »Da habt ihr gerade genug zu tun, um die hungrige Gesellschaft satt zu bringen«, meinte Pankratz. »Na, ihr Flieger könnt es euch leisten. Wir Hüpfer bekämen elende Kreuzschmerzen, werden müde, bis wir unseren eigenen Magen füllen. »Heute werde ich noch oft in eurem Jagdrevier streifen«, sagte mit wichtiger Miene Xaver, »den morgen, lieber Freund, ist bei uns im Tor Halljahr. Was soll das sein?« fragte erstaunt der Laubfrosch. »Mein Blick geht ja mit Leichtigkeit in die Zukunft, aber dies geheimnisvolle Wort verstehe ich trotzdem nicht. Ach, Xaver muss immer seine besondere Sprache haben, mischte sich Sabine ein, kurz und gut, das große Tor Geheimnis wird morgen enthüllt. Richtig, antwortete Pankratz und machte zur Erleichterung seiner Gedankengänge einen Luftsprung. »Habe ich doch selbst die Prophezeiung in den alten Turm geschickt. Eins, zwei, drei, im wunderschönen Mai wird sich das Rätsel lösen, im wunderschönen Mai eins, zwei, drei. Die Aurelia hat sie bei mir geholt und morgen ist der große Tag, freut mich, freut mich. Und Pankratz sprang ausgelassen noch zweimal hoch in die Luft. »Ja, « fuhr Sabine wichtig fort, »heute Abend wird Seppel der Wieberknecht zu allen Sippen, die im Stadttorhausen die Botschaft tragen, dass morgen allgemeiner Burgfriede herrschen und Urfäde geschworen werden muss.« »Quark, Quark, ganz klar«, entgegnete Pankratz, »bis jetzt getrennt marschiert, morgen aber wieder vereint geschlagen. Eure Isidora hat wunderbar den Plan ausgesponnen. Die Erfüllung wird noch wunderbarer sein,« zwitscherte Sabine in freudiger Erregung. »Wenn ich nicht in der Kinderstube die letzten Tage so viel zu tun gehabt hätte, würde ich es fast nicht mehr ausgehalten haben. Seit Ritter Dagobert auf der Zinne eingezogen ist, meinte ich, jeden Tag müsste es losgehen.« »Ihr habt jedenfalls von meiner Prophezeiung nichts gewusst, sonst hättet ihr euch das vergebliche Hoffen und Warten ersparen können,« sagte in etwas gekränktem Tone Pankras. »Freilich«, stimmte Xaver ein, der gerade vom Stadttor zurückkam, wohin er seinen Kindern einige Portionen feinsten Mückenbratens gebracht hatte. »Wir lauschten immer nach dem Bundeslied und vergaßen darüber, uns genau nach dem Zeitpunkt zu erkundigen. Wenn ihr die Vase Aurelia sieht, bitte grüßet sie von mir. Sie soll mich so bald wie möglich aufsuchen, um mir alles zu erzählen.« »Gewiss, gewiss«, zwitscherten Xaver und Sabine zu gleicher Antwort. Dann stießen die beiden hoch empor und machten die luftigen Jagdgründe unsicher. Zum Tor und wieder zurück unzählige Male, bis Fini, das jüngste Schwalbentöchterlein, sich das Mäulchen wischte und es ganz nachdrücklich zuklappte. Sabine, die gar nicht an ein Sattwerden der Kinder glauben konnte, brachte wieder einen zarten Fliegenbissen und wollte ihn dem Nesthäkchen zustecken. Aber Fini öffnete nur ihr Mäulchen, um zu rufen, »Danke, Mama, bin satt, nudel dich satt.« Schließlich kam zu dieser glücklichen Erkenntnis auch Ernst, der größte Schwalbenjunge, der es mit allem gründlich zu nehmen schien. Er schloss nicht nur abwehrend den Schnabel, sondern auch die Augen und deutete damit kurz und bündig an, dass man ihn mit Mücken und Liebe in Ruhe lassen sollte. Am Teich ging es nicht so friedlich zu. Die Grünen und Braunen waren eben in ihren besten Gesangsvereinen zusammengekommen und der Kapellmeister wollte ein neues Meinglied einüben. Als plötzlich Pankratz in die Höhe sprang und rief »Gefahr! Deckt euch! Dagobert naht!« Hei, was war das, ein Geplätscher und ein Geklatsche im Teich, als ob der Wirbelwind mit Peitschenschlägen darüber gefahren wäre. Im Nu waren die Schilf- und Seerosenblätter leer, und nur kleine und große Ringe liefen über das Wasser und verrieten, wohin sich die Braunen und Grünen geflüchtet hatten. Langsam kam Dagobert über die Wiese geschritten, zu seiner Rechten Isabella, seine Gemahlin. Stolz und würdevoll hob er sein Haupt und sprach »Im Turm ist alles in Erregung, wild und heiß. Man könnte meinen in Afrika zu sein und nicht im kühlen nüchternen Deutschland. Die Enthüllungsurkunde ist ausgefertigt und das Glückssiegel habe ich darauf gedrückt.« Isabella klapperte Beifall und sagte »Geliebter Gemahl, mit freudigem Stolz empfinde ich es, dass wir einem Geschlechte angehören, das sogar die anspruchsvollen Menschen als Glücksboten Heilig halten und lieben.« »Ja«, meinte Dagobert, »es gilt eine alte Überlieferung von Mensch zu Mensch, von Storch zu Storch. Sie erbt sich hüben und drüben von Arne zu Enkelkind fort. Wir müssen sorgen, dass dies Erbteil auch bei unseren Nachkommen lebendig bleibt.« »Zu gerne hätte ich es unseren Kindern gegönnt,« sprach etwas erregt Isabella, »dass sie morgen den Tag mit Bewusstsein miterleben. Nun sind sie leider noch in den Eierschalen.« »Schadet nichts«, tröstete in gemessenem Tone Dagobert. »Sie erfahren alles in wundersamen Wiegenliedern, die ihnen deine mütterliche Zärtlichkeit dichten und singen wird.« »Ja, ja«, stimmte Isabella ein, »vom Turmgeheimnis und dem unglücklichen Manne, der am Gold verdarb und übers Meer zog, Liebe und Gold zu tauschen und darüber starb. Vom verborgenen Schatz und von seinen treuen Hütern, von Hans Jakob und den anderen Verbündeten, vom guten alten Turmhahn und von der lieblichen blonden Anne-Marie. Dagobert fiel mit ernster Würde ein, »und vor allem nicht zu vergessen, dass wir mit unserer Ankunft auf der Turmzine erst das Glück wieder zu den Menschen trugen. Das muss den Seelen unserer Kinder ganz besonders tief eingeprägt werden.« Unter diesen Gesprächen war die hoch edle Familie Adabar dem Teiche ganz nah gekommen. Ein paar Grüne aus der Sippe des Pankrats hatten sich bei einem Spaziergang verspätet und trafen nun plötzlich mit ihrem Erbfeinde zusammen. Ehe sie sich ihres jähen Schreckens bewusst wurden, fühlten sie sich aufgehoben und mussten eine kurze Rutschpartie in einem langen Schachte machen. Bei ihrer Ankunft in der Tiefe hatten sie ausgelebt. Nachdem Dagobert und Isabella noch eine Ringelnatte und einige Kröten zu sich genommen, kehrten sie in allerlei erbaulicher Unterhaltung zu ihrer Burg zurück. Leise sank der Abend nieder. Im Schwalbenhaus speisten Xaver und Sabin ihr einfaches Nachtmal und sprachen dabei vom morgigen Tage und was er alles bringen würde. Glaubst du wohl, dass wir es schaffen? fragte etwas besorgt Xaver. Aber Mann, wer wird so kleinmütig sein? entgegnete in zuversichtlichem Tone Sabine. Wir tun es doch aus Liebe und da fällt nichts schwer. Du hast recht, Bienchen, stimmte Xaver zu und blinzelte mit schläfrigen Augen noch einmal über das Nest. Da kam eben Sepp, der Weberknecht, in Eile heraufgeklettert. Davos, rief er in ziemlich großem Abstand vom Schwalbenhaus. Schon gespeist? Xaver musste über die Vorsicht des Kankers lachen und sprach, Botschafter des Geheimbundes sind gefeit, auch wenn wir noch nicht gesättigt wären, lieber Sepp, und dazu ist Burgfriede. Erst von Mitternacht an, erwiderte Sepp und blieb in der vorigen Entfernung unbeweglich auf seinem Posten. Meine Tante Isidora sendet mich zu euch, um euch zu melden, dass von Glock zwölf Uhr heute Nacht alle Fede zu Grabe getragen sein muss, die zwischen den Familien des Stadttores lebt. Wie lange Sepp? fragte Sabine, die sich eben die Schlafhaube aufsetzte. Bis das Geheimnis enthüllt und der verborgene Schatz in den Händen unseres Turmherrn ist, meldete Sabine in etwas leierhaftem Tone, so dass man gleich merkte, er sagte etwas Eingelerntes her. Ab Dank für die Botschaft, sprach herablassen Xaver, den Botenlohn sollst du morgen erhalten. Na, zwei Beine hab ich mir bereits abgelaufen und Mühe genug hat es mich gekostet, bis ich den Auftrag richtig im Gedächtnis behielt. Wie ich hörte, hast du noch das große Bundeslied auswendig gekonnt? fragte Xaver. Das war eine Kleinigkeit, meinte Sepp, das reimte sich klipp und klapp. Drum bat ich meine Tante, sie soll mir die letzte Botschaft auch in Versen geben, aber sie sagte, Sepp, ein gewissenhaftes Geschöpf muss gebunden und ungebunden seine Pflicht tun. Na, verstanden hab ich's ja nicht, aber was sollte ich machen? Und nun, gute Nacht, auf Wiedersehen morgen im Main-Sonnenschein. Der wird euch aber bös auf die Augen und Nerven fallen, sagte Xaver. Macht nichts, rief leichtfertig der Kanker, morgen ist ein Freitag für uns Turmbewohner, da müssen auch wir Nachttiere das Licht des Tages ertragen. Gute Nacht. Schon war der leichtfüßige Gesell verschwunden. Als er außen am Turm in die Höhe kletterte, um bei Amanda auch seinen Auftrag zu erledigen, flatterte ihm aus dem alten Schranke der Burg Hans Jakobs eine ganze Schar junger Mottenkinder entgegen. Indes aus dem Inneren leise Tick-Tack-Schläge erklangen, tanzten die Motten hinaus, sich zurufend, zum Licht, zum hellen Licht. Die zierlichen Geschöpfe trugen ihre Flügel, die mit einer zarten Farbe duftig gekennzeichnet waren, dachförmig. Auf den vorderen schauten dunkle Punkte aus dem gelben Grunde, während das hintere Paar grau-gelb schimmerte. Alle hatten auf den Köpfchen lehmgelbes wollendes Haar. Nun waren sie im Freien und suchten im Dunkel ihre Sonne. In Jörgs Stube brannte die Lampe, bei deren Licht der Turmherr den neuen Bücherranzen, den Annemarie morgen zu ihrem ersten Schulgang bei ihm holen sollte, zum wiederholten Male von allen Seiten anguckte, ob er auch wirklich untadelig sei. Dann lehnte er sich in seinen Stuhl und seine Gedanken wandelten langsam, dann immer rascher und rascher zurück, bis sie endlich bei einem schönen Meintage angekommen waren. An dem stolzierte mit keck erhobenem Kopf ein frischer brauner Bub, ausgerüstet mit einer riesigen Zuckertüte, auch zum ersten Mal in die Schule. Und er ging allein. Nicht die Mutter und nicht der Großvater durften ihn begleiten, weil's doch eine Schande für einen Buben wäre, wenn sich der nicht allein in das große Schulhaus und zum strengen Herrn Lehrer trauen würde. Über Jörgs Gesicht flog ein kurzes Lachen, denn der braune Bub war er ja selbst gewesen. Freilich, die Annemarie war ein Mädel und bei solchen darf schon der Großvater den ersten Schulgang begleiten. Die Annemarie, das einzige Kind seiner Großtochter und einer armen Witwe. Jörgs Gedanken zogen nun in eine andere Richtung und da ging es langsam und immer langsamer. Es musste Hindernisse und Hemmungen geben und Steine lagen im Weg und es schien oft dunkel und die Augen des Alten waren wohl zu schwach, die Finsternis zu durchdringen. Ja, die Zukunft, wer die bauen könnte, wie man es möchte, für herzgeliebte Kinder. Geld regiert die Welt und Glück hat nicht immer aber doch zumeist goldene Hände. Dabei kam der Jörg ins Sinn und Grübeln, bis ihn zuletzt all das Denken müde machte und ihm die Augen schloss. Nun flatterten die Mottenkinder zum offenen Fenster herein. Sie spreizten ihre Flüglein wie Tänzerinnen ihre Röcklein fassen und drehten sich in einem Kecken Ringel rein um die brennende Lampe. Au! schrie Sußchen das Kleinste. Sie hatte sich allzu sehr dem weißen Schirm genähert und sich ein Fußspitzchen verbrannt. Seid vorsichtig Kinder, rief Eva Mark, die Führerin, die Wissende und Beauftragte des Geheimbundes. Das Lied muss einstimmig gesungen werden und mit vollem Brustton, dass es seine feine Wirkung nicht verfehlt. Bleibt in gemessener Entfernung von der euch das zarte Herz. Euren Text werdet ihr hoffentlich alle gelernt haben. Kannst du alle Verse? fragte Sußchen leise die Nachbarin. Ivo, lachte leichtfertig Elschen, Eva Mark singt uns doch den Satz vor und wir müssen ihn dann zusammen wiederholen. Da denke ich nicht weiter drüber nach und spitze nur die Ohren, wenn das Neue kommt. Hast recht, sagte Sußchen, so mache es auch, denn ich kann nur den ersten und letzten Vers. Natürlich, erwiderte kichernd Elschen, weil sie ganz gleich sind. Kunststück. Nun schwurrte Eva Mark durch die Gesellschaft. Und jetzt ernst, meine Damen, alle Kraft zusammen gerafft. Hans Jakob klopft den Takt von oben, spitzt eure Ohren, dann werdet ihr den richtigen Einsatz finden. Heucht, also, Flieg, Motte, flieg, der Hausfrau Kampf und Krieg. Eva Mark hatte mit lauter Stimme gesungen und nun begann die Motten den Text in der gleichen Melodie zu wiederholen. Eva Mark sang Die Eier Die Eier Die Eier Die Eier Und die Motten sangen dasselbe. Die Führerin begann aufs Neue Dem Würmlein schmeckt sie fein und gut, es mästet prächtig sich die Brut. Kräftig wiederholten die tanzenden Motten den Reim. Und Eva Mark fuhr fort und zu end ist nun der feine Schmaus dann fliegt die Motten Frau heraus. Im tollen Wirbel tanzte die singende Gesellschaft um das Licht. Die Führerin war zum letzten Vers gekommen. Flieg Motte flieg der Hausfraukampf und Krieg. Da wachte Jörg von dem Geschwirr und dem Motten Gesang auf. Angstvoll stoben sie auseinander und flatteten zum Fenster hinaus. Nur Susschen und Älschen waren vom Tanze so müde und vom Lichte so geblendet, dass sie ohnmächtig zu Boden sanken. Jörg aber sagte laut, indem er das Fenster schloss, dieses Motten Gesindel immer dem Lichte nach, bis es den Lichthunger mit dem Leben bezahlt. Aber Zeit wird's, dass ich in dem alten Speicherkasten nachschaue. Ich will doch mein Sterbekleid mir nicht zerfressen lassen, wäre ja ein Diebstahl an dem schmalen Erbteil meiner Annemarie. Lange noch las der Alte in seinem Dickenbuch. Isidora saß in ihrem Spinnenhaus und freute sich des morgigen Main-Tages. Oben sagte Hans Jakob zu der heimkehrenden Eva Mark, Ihr habt gut gesungen und Takt gehalten. Dafür habe ich ein feines Verständnis. Offentlich habt Ihr nicht allzu sehr in dem Kram gewütet. Nicht mehr als nötig um unseren Hunger zu stillen, entschuldigte sich Eva Mark. Wir wollen noch zu Annemaries Häuslein fliegen und auch dort unser Lied singen. Es wird für alle Fälle gut sein. Doppelt genäht, hält besser. Auf der Turmzinne trennten sich Till und Ludmilla mit dem bedeutungsvollen Gruße Auf morgen, Glück auf. Eine helle Mondnacht schaute auf das alte Stadttor herab. Zwölftes Kapitel Das Geheimnis wird enthüllt Mit Sonnengos und Lärchengesang hatte sich ein wunderbarer Meintag eingestellt. Die Wetterfahne auf dem alten Stadttor schien ihr braunes Rostkleid abgelegt zu haben. So glitzerte und funkelte sie im Glanz der Morgensonne Die Knospen an Baum und Strauch hatten just den ersten Maitag abgewartet, um die Hüllen zu sprengen. Noch unentschlossen, ob sie den Sprung ins Leben wagen sollten, falteten sich die äußeren Blätter auseinander, während die inneren sich eng und vorsichtig zusammenschmiegten. Auf den holprigen Straßen und Gassen des Städtleins sah man junge Menschenkinder dahin trippeln, den doch im innersten Zarg den Kampf mit dem Leben aufzunehmen. War doch heute ihr erster Schulgang. Das alte Stadttor entließ eben auch solche kleine Menschenblüte, die in seinem Licht und Schatten sich entfaltet hatte. Den mächtigen Bücherranzen stolz auf dem Rücken tragend, die Rechte aber zaghaft in die Hand des Großvaters gelegt, schritt Annemarie dem unbekannten Neuland entgegen. Ebenso tapfer überstand sie den Abschied von ihrem Beschützer, der langsam und sinnt ins Stadttor zurückkehrte. Sonderbar verwaist und leer kam es ihm heute vor. Eine seltsame Unruhe trieb ihn vom Keller bis hinauf in den Speicher und zur Turmzinne. Da wunderte er sich, dass Familie Adebar den herrlichen Meintag nicht zu einem Spaziergang über die Wiese benutzte. Aber freilich, die hatte ihre Sorge um die Kinderstube, die sich bald füllen würde und blieb lieber sinnt und brütend über dem Neste. Als Jörg durch den Speicherraum schritt, schien es ihm, als ob der alte Kasten unter seinen Tritten schwankte. Das war doch nicht möglich. Fingen die Motten, die gestern Abend um seine Lampe getanzt, nun an, in seinem Hirn zu schwirren? Aber nach den Motten musste geschaut werden, heute noch. Die fraßen ihn am Ende noch sein Sterbekleid zusammen. Für Annemarie war ein Besuch im Speicher ein Fest. Sie sollte ihn nachmittags begleiten. So schlich der Vormittag träge dahin und heiß lag die Sonne über dem Tor. Jörg war in seinem Stuhle eingenickt. Isidora, die Kreuzspinne, saß in der Mitte ihres Hauses und hörte von oben dem leisen Klopfen Hans Jakobs zu. Alles ist fertig, es muss zum guten Ende kommen, sagte sie leise zu sich selbst. Hat sich doch der arme Kanker gestern noch dreieinhalb Beine abgelaufen. Bis dieser Leibesschaden wieder geheilt ist, mag's lange dauern. Aber Ambrose Grille sollte noch mal das Bundeslied aufgeigen. Mit raschem Entschluss verließ Isidora ihr Haus und eilte zum offenen Dielenspalt, wo Grilles wohnten. Christenz hatte gerade die Kinderstube aufgeräumt. Den Kleinen waren die Kleider zu eng geworden und nun half sie ihn beim Anlegen der Neuen, was nie ohne Schmerz und Klagen abging. Als Isidora an der Haustüre klopfte, lief Christenz dem Besuch entgegen. Ich will Sie nicht lange stören, liebe Frau Christenz, sagte Isidora, ich weiß, man hat als Mutter ungeheuer viel im Frühen zu tun. Ich würde auch die unpassende Besuchszeit nicht gewählt haben, wenn's anders ginge. Aber unser lehnstuhl und ist, wie mir scheint, gerade in der rechten Stimmung unserem Bundeslied zu lauschen. Da wollte ich den verehrten Künstler bitten, noch mal das Lied aufzugeigen. Gewiss, verehrte Isidora, entgegnete Christenz, Ambrus stimmt eben seine Geige, um dem Kleinen über die Unbehaglichkeit des Kleiderwechsels hinüber zu helfen. Ob er jetzt seine Wiegenlieder spielt oder unser Bundeslied ist ja schließlich gleichgültig. Unseren Kindern ist der Text einerlei, sie horchen nur auf die Melodie. Nun, dann will ich nicht länger stören, sprach Isidora. Ich habe ohnehin noch ein Telefongespräch mit Hans Jakob zu erledigen. Nur nicht gar zu fleißig, liebe Christenz, denken Sie doch auch an das heutige Fest. Damit machte Isidora kehrt und war bald wieder in ihrem Haus. Jörg schlief und träumte, was er gestern im Wachen gedacht und gesonnen hatte, weit, weit zurück in die Vergangenheit und einen kurzen Pfad hinaus in die ungewisse Zukunft. Auf einmal mussten die Träume Halt machen, denn ein wunderbares Singen und Klingen einer fernen Geige tönte in sein Ohr und immer waren es die gleichen seltsamen Worte. Ein lautes Miau fuhr dazwischen und Peter stand auf der Schwelle der offenen Türe und hinter ihm drein kam die blonde Annemarie und mahnte den Peter zum Schweigen, denn nun müsse sie doch dem Großvater alles haarklein erzählen. Ei, was für eine neue Welt hatte sich dem Tor des Schulhauses aufgetan. Der kleine Mund wusste stier kein Ende mehr zu finden und immer neue Fäden schwangen von einem Ereignis hinüber zum anderen. Ein Netz von Eindrücken, in dem die Fäden kreuz und quer liefen. Isidora lauschte und wusste vor Erregung sich nicht mehr zu meistern. Ging das so weiter, dann hatte Ambrus Grillum sonst sein Bundeslied gegeigt. Zum ersten Mal fühlte Isidora einen leichten Zorn gegen das blonde Kind in ihrer Spinnseele emporsteigen. Da plauderte Annemarie weiter. Und Großvater nur hätte sehen sollen, wie die Schule aus war, wie wir alle hinausgesprungen sind. Der Lehrer hat gelacht, wie die Motten ans Licht. Oh, ja so, da fällt mir wieder ein, was die Mutter gesagt hat. Gestern Abend sind die Motten ganz wild geflogen und du sollst dem Kasten oben nachschauen. Die fressen sonst alles zusammen. Ja, und Geld, ich darf mit hinauf. Im Nu war das Neuland der Schule versunken vor dem geheimnisvollen Zauber des halbdunklen Speicherraums. Jörg war bereit und stand rasch auf. Beide verließen die Stube, gefolgt von Peter und stiegen die Wendeltreppe empor. Isidora klopfte leise an die Decke. Hans Jakob gab ein Zeichen, dass sie die Meldung verstanden habe. Eine mächtige Erregung durchzitterte alle Glieder des Geheimbundes, denn das wunderbare Ereignis stand vor seiner Erfüllung. Vor dem Fenster der Turmstube waren Xaver und Sabine schon ein paar Mal hastig vorüber geflogen. Als Jörg mit Annemarie verschwand, sausten sie durch den kreisrunden Ausschnitt in den Speicherraum und riefen »Wiede Witt! Hans Jakob lass nun den Zauber beginnen!« und schmiegten sich dann zu oberst auf einem Dachbalken zusammen und warteten der Dinge, die kommen sollten. Auf einmal klang ein und dann tat es einen großen, furchtbaren Krach. Ein Gepolter war's von übereinander stürzenden Holzscheiten, ein Rieseln von Schutt und Erde, kurz ein Höllen Lärm, dass man glaubte, nicht nur der Speicher, sondern der ganze Turmfall in sich zusammen. Zwischendurch ein eigentümlich helles Klirren, ein seltsam metallisches Lachen, eine wunderbare Mischung feiner Glockentöne. Als Jörg und Annemarie eintraten, hüllte sie zunächst eine dicke Staubwolke ein. Bis diese langsam zu Boden sank, war der erste Schrecken überwunden. Jörg ließ Annemarie, die er schützend in die Arme geschlossen hatte, los, rieb sich die Augen vom Staube rein und sagte, da haben wir eine schöne Bescherung, Kind, der alte Kasten ist wie ein Kartenhaus zusammengestürzt. Respekt vor den Ratten und Mäusen und nicht zu vergessen dem Holzkäfer. Hätte nimmer gedacht, dass er diese Leistung noch zu meinen Lebzeiten fertig brächte. Dabei Auf einmal schrie Annemarie, da schau Großvater, ein Haufen Gold und Silber, schau nur, schau nur, wie es funkelt und glitzert. Mit zitternden Händen kam der Alte. Richtig, zwischen den Trümmern der Rückwand hing Fetzen eines grauen Säcklein, dem der Goldregen entquollen sein mochte. Jörg untersuchte die Trümmer der Rückseite und fand die Reste einer Doppelwand, zwischen der der Schatz verborgen war. Großvater Geld, jetzt bist du reich, fragte Annemarie und hüpfte auf einem Bein. Nein, nein, antwortete mit den Händen ab, während der Alte, deinetwegen wollte ich, du hättest recht, aber das Gold gehört nicht mir. Wem dann? erwiderte verwundert das Kind. Der Staat, Annemarie, das muss sorgsam abgeliefert werden, kein Stück darf verloren gehen. Hans Jakob war vor dem großen Zusammenbruch in einem Dielenspalt verschwunden. Dort lauerte er auf die weitere Entwicklung. Tach, eine schöne Geschichte, brummte er zornig. Der Stadt abliefern, dafür habe ich mich nicht geplagt. Wo bleiben denn Xaver und Sabine? Haben die ihre Rollen vergessen? Aus seinem Loch in der anderen Ecke schaute Phipps, der Mäusejüngling. Seine Mutter hatte ihm heute Nacht den Rat gegeben, durch eine Heldentat sich auszuzeichnen und dadurch den Makel der Feigheit, der auf dem ganzen Geschlecht lastete, zu tilgen. Er solle das Testament unter dem Schutt hervorziehen und dem Turmherrn vor die Füße legen. Er brauche sich vor niemand und nichts zu fürchten, da er ein unverbrüchlicher Burgfriede geboten sei. Schon wollte der mutige Phipps den Lorbeer holen, aber oh weh, ganz in der Nähe saß Peter, der Kater Annemaries und hat es sich auf dem warmen Schutt ganz behaglich gemacht. Unmögliches kann man auch von einer Heldenseele nicht verlangen. Phipps zog sich zurück, legte sich aufs Ohr und träumte von den verpassten Helden Ehren. Nun aber war die Zeit für Xaver und Sabine gekommen. Mit ihren klugen Augen hatten sie sofort das wichtige Papier erkannt, das aus dem Schutt hervorschaute und teilten sich in gewohnter Weise die Arbeit ein. Xaver scharte den Staub und die Erde weg, während Sabine behutsam das Schriftstück in den Schnabel nahm und festhielt. Beiden wurde es über dem Rettungswerk ordentlich heiß, bis auf einmal der Widerstand zu Ende war und Sabine das Papier frei bekam. Der alte Jörg überlegte gerade, ob er nicht einen Boten zu den Stadträten schicken sollte, mit der Meldung des merkwürdigen Fundes. Die mochten dann kommen und die seltsame Geschichte in Augenschein nehmen. Dicht vor Annemaries kleinen Füße hatte das Schwalbenpaar das Schriftstück mit vereinten Kräften gezahrt. Mit einem listigen Bidewitt empfahlen sie sich und flogen glückselig jubelnd in die Meinsonne hinaus. Annemarie hob das Papier auf und gab es Jagd. Schau Großvater der große Brief war auch beim Schatz die Schwäblein haben ihn herausgezogen. Immer wunderbarer murmelte der Alte wir wollen nun hinunter in die Stube da muss ich meine Brille aufsetzen wenn du schon lesen könntest Annemarie ach das wird einmal fein dann braucht der Großvater sich nicht mehr mit dem Augenglas zu plagen gelt jetzt aber springst du schnell zur Mutter und sagst sie soll gleich herüber kommen wir müssen sofort ins Rathaus schicken drunten in der Turmstube hatte Jagd das große Schreiben entfaltet das Papier war gelb und stockig die Schrift aber bis auf den kleinsten Punkt unversehrt wiederholt hatte der Alte die Niederschrift gelesen und immer wieder die Brille geputzt als ob er dieser nicht trauen was doch schwarz auf weiß in großen steilen Buchstaben dastand geschahen wirklich noch Zeichen und Wunder in dieser Welt er las mit halblauter Stimme mein letzter Wille alles ist eitel hat der König Salomo gesagt und er hat recht gehabt mein Herz hängte sich an Gold und darüber verlor ich Frauenkind die Frau liegt draußen auf dem Gottes Acker mein Kind hatte die Freiheit lieber als mein Gold und verließ mich es zog übers Meer in die neue Welt dann kam die große Einsamkeit in mein Leben ich hasste das Gold und die Menschen damals wurde ich der Turmherr im alten Stadttor und gut Freund mit dem Kauz und der Eule der Fledermaus und der Toten war war doch selbst für die anderen ein Kauz und zählte zu den Toten aber noch war ich nicht tot ich konnte nicht sterben der Klopfkäfer in mir ließ mich nicht zur Ruhe kommen nun will ich mich aufmachen und mein Kind suchen finde ich den Sohn dann kehre ich zurück und will gerne einsam im Turm sterben für diese Zeit lege ich den Schatz in die Doppelwand des Kastens niemand wird das Gold finden bis Maus und Holzwurm das Geheimnis lösen wem sie den Schatz zuerst zeigen der soll der rechtmäßige Besitzer sein das ist mein letzter klarer Wille er lasse sich von einem der nichts mehr hofft als einen ruhigen Tod gesagt sein wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht so wäre ich ein tönt Erz oder eine klingende Schelle der Finder des Schatzes nehme mein Gold und mein Wort auf dann ist ihm der Schatz nicht ein Fluch wie es mir gewesen sondern ein Segen das walte der ewige Gott altes Stadttor am 1. Mai 1864 Hans Joachim Kroner Mählich ging der Main Tag zu Ende welch seltsam Zusammentreffen am gleichen Tage an dem der Schatz verborgen wurde kam ans Licht eine große Kommission der Stadtväter prüfte die merkwürdige Geschichte gründlichst nach allen Seiten die gesamte Gelehrsamkeit war dazu aufgeboten worden aber es gab da kein Drehen und Deuteln die Sache war so licht und klar wie das Gold und Silber das sich in dem wurmstichigen Schrank gefunden hatte der rechtmäßige Erbe war und blieb der alte Jörg den ganzen Tag ging er wie im Traum umher was lag ihm an dem Schatze für Annemarie und ihre Mutter freute ihn der Fund er selbst hatte was er brauchte sogar sein Sterbeanzug war tadellos erhalten und Annemaries Mutter sang ein Loblied auf die Motten die solch zarte Rücksicht geübt und sich mit minderwertigerem Wollzeug begnügt hatten In In der Nacht aber als Jörg schon lange in friedlichem Schlummer lag schaute der Mond auf ein seltsames Fest im alten Stadttor Auf der Zinne waren alle versammelt die dem Turmherrn zum Schatze verholfen hatten Nur Kasper und Nickel die beiden Wanderratten fehlten Sie mochten ihre Reise übers große Wasser schon angetreten haben Auch Susschen und Elschen die Mottentänzerinnen waren nicht mehr aus ihrer Ohnmacht aufgewacht Ambrus Grille geigte ein Festlied zum Preis der Turmverschwörung und hob in einer Schlussstrophe besonders das große Verdienst Hans Jakobs hervor der seine eigene Stammburg in Grund und Boden zerstört hatte um das Glück des Turmherrn zu erbauen Hans Jakob dankte für die Ehrung und meinte lachend zum Glück kein Grund zu Trennungsschmerz ich könnte nicht aus dem Stadttor scheiden das wäre mein sicherer Tod habe mir bereits einen neuen Wohnsitz erkoren die getäfelte Decke im Turmzimmer bietet Raum für mich und meine Nachkommen gleich nach dem Feste siedeln wir dorthin über Am lustigsten waren Kanka und Xaver Ernst und Stillut Miller die Eule und Isidora die Kreuzspinne Als die Mitternacht vom Kirchturm schlug war mit dem letzten Klang das Fest zu Ende Das verkaufte Lachen Der lustige Rick war wirklich sehr arm aber das ganze Dorf liebte ihn denn er hatte ein frohes goldenes Lachen in der Kehle und alle wurden heiter und glücklich wenn der Rick mitten unter ihnen war es war als ob jede Sorge leichter würde wenn man in seine lachenden Augen sah und Zank und Streit konnten nicht gedeihen in seiner Nähe Sein Häuschen war das kleinste im Dorf aber seine junge brave Frau hielt auf Ordnung und Sauberkeit darin so dass er mit Freuden abends heimkehrte von seinem sauren Tagewerke dann liefen ihm seine zwei gesunden Buben entgegen und jauchzten vor Lust ihn wieder zu sehen sie kletterten an ihm hinauf hängten sich an seine Arme und Beine und trieben allerlei Schabernack mit ihm so dass für die Mutter fast nichts übrig blieb von ihm doch Annemie lachte und freute sich am Vater und an den Kindern denn sie wusste wenn sie die Kinder zur Ruhe gebracht hatte fand auch sie ihr Teil Freude neben dem fröhlichen guten Rick zufrieden und heiter saßen sie dann beim einfachen Male Rick lobte die Annemie dass sie es wieder so schön verstanden aus wenigem so viel zu machen und wenn es einmal recht knapp zu ging und die großen Augen der immer hungrigen Knaben traurig auf die leere Schüssel schauten erzählte ihnen Rick schnell eine schnurrige Geschichte dass sie vor Lachen ihren noch knurrenden Magen vergaßen und wenn dann die Kinder in ihrem Bette lagen nahm die immer fleißige Mutter ihre Kleider und Schuhe und flickte alles wieder zusammen was sie am Tage bei Spiel und Vergnügen zerrissen hatten Rick saß daneben und schnitzte allerlei Hausrat pfiff ein fröhliches Liedchen dazu oder auch las er der Annemie aus dem Kalender eine schöne Geschichte vor dass ihr die Arbeit leichter von der Hand ging und immer ging sie dann mit Freude im Herzen unter lautem fröhlichen Lachen in die kleine enge Schlafkammer wo die beiden Knaben schon festschliefen sie wie sie noch im Schlaf lächeln sagte Rick sie haben gewiss einen schönen Traum ja sagte Annemie sie fühlen dass etwas Gutes und Frohes bei ihnen ist und da meinte sie den Rick damit am Sonntag war es eine große Lust wenn sie alle zusammen hinaus zogen in Wald und Feld wo es immer viel Schönes zu sehen und Nützliches zu tun gab alle Geheimnisse des dunklen Waldes fühlten sie in ihrem Herzen und immer kamen sie mit vollen Händen und Körben nach Hause und schmückten die kleine ärmliche Kammer mit blühenden Zweigen und duftenden Blumen und Körbe voller köstlicher Beeren oder nahrhafter Pilze Tannenzapfen und Reisig für das Küchenfeuer Futter für die einzige Ziege die ihnen täglich ihre Milch gab alles das brachten sie mit heim von ihren weiten fröhlichen Spaziergängen mit Vater und Mutter und frische rote Wangen dazu und ein fröhliches Herz so dass sie sich reich dünkten in ihrer engen Kammer und den reichsten Bauern im Ort nicht beneideten da da geschahs eines tages dass der König des Landes schwer krank wurde alles wurde versucht ihn wieder gesund zu machen aber die Ärzte standen an seinem Lager und schüttelten die Köpfe und konnten nicht helfen da schickte der König reitende Boten ins Land und ließ ausrufen wer irgendein geheimes Mittel wisse gegen die Krankheit des Königs der solle sich melden reicher Lohn soll ihm zuteil werden mancherlei Volk kam herzu und viel Weisheit machte sich breit vor den Königs Reitern aber die machten sehr ernste Gesichter zu all den Kräutern und Mundgeheimnissen den die Leute brachten und von denen sie erzählten und mit heiligen Eiden schworen dass ihre Großmütter und Basen damit gerade diese Krankheit geheilt hätten sie schüttelten die Köpfe und sagten dies alles habe der kranke König schon versucht aber es habe ihm nicht geholfen so zogen sie von Ort zu Ort und kamen auch in das Dorf wo Rick und Annemie lebten und die drei Reiter des Königs ritten um die Linda am Brunnen und riefen ihren Spruch da kamen aus den Häusern die alten Leute die zu zu Hause waren und Zeit hatten und hörten die Kunde und sie dachten nach und auch ihnen fiel all das dunkle Gerede ihrer Voreltern ein und die Wunderkräuter und Gebete und Hantierungen mit denen sie bei Unheil und Krankheit zur Hand gewesen waren Aber wieder schüttelten die Königsreiter den Kopf und wollten schon weiterziehen denn sie hatten Eile Der König wurde immer kränker und finsterer jeden Tag Da trat ein ganz alter Mann aus der Menge und rief Ich will euch etwas sagen ihr Mann des Königs Unter uns ist einer der hat ein so fröhliches Herz dass er uns alle froh und glücklich macht mit seinem sonnigen goldenen Lachen und wenn jemand krank ist hier dann ruft er den Rick und wenn der in die Kammer kommt lacht der Kranke schon und fängt bald an wieder zu essen und zu trinken und wenn er noch etwas Gesundes in den Knochen hat wird er sicherlich genesen sobald er mit dem Rick lachen kann steht es aber so mit ihm dass der bleiche Mann der uns alle einmal aus dem Leben fort holt schon an seinem Fuß Ende wartet dann geht noch ein schönes glückliches lächeln über das sterbenden Gesicht wenn der Rick bei ihm ist und seine warme Hand auf sein brechendes Herz legt nun habe ich gesprochen seht was ihr damit machen könnt die Mann sahen sich an und überlegten das war wenigstens etwas ganz Neues was sie bisher noch nicht gehört hatten und da sie ihren König liebten und ihm gerne helfen wollten gedachten sie es einmal mit dem fröhlichen Lachen zu probieren so machten sie sich denn an die Hütte des Rick und da es gerade Feierabend war fanden sie ihn zu Hause er machte große Augen als die Reiter vor seinem Häuschen hielten und noch größere als sie mir Anliegen vor brachten er solle mit auf das Schloss kommen und den alten kranken König mit seinem Lachen gesund machen Als der Rick das hörte lachte er laut und herzlich denn ihm dünkte dass die guten Leute sich einen Spaß mit ihm machten Kaum aber fing er an zu lachen so veränderten sich die finsteren und traurigen Gesichter der Reiter und sie fingen auch an los zu lachen So ansteckend wirkte die Fröhlichkeit die aus dem guten Herzen des Rick kam der nie in seinem Leben etwas Böses getan oder gedacht hatte Da nun die Mann an sich selbst fühlten wie glücklich und fröhlich dieses schöne Lachen des armen Rick sie machte bestanden sie auf ihrem Wunsch dass er mit ihnen auf das Schloss solle Weib und Kind verlassen und meine liebe Hütte und dann mich vom König aus lachen lassen wenn ich mit meinen roten Fäusten und dem struppigen Bart an seinem Bett von Gold und Seide komme und nichts weiter bringe als mein Lachen sagte er verwundert Och das wäre sein Glück wenn er wieder einmal lachte erwiderten die Reiter Komm lass dich nicht so lange bitten Frau und Kinder siehst du ja bald wieder und mit leeren Händen kommst du sicher nicht zurück Was meinst du Annemie fragte Rick Dass du gehen sollst Kannst du dem König helfen wird das ganze Land glücklich darüber sein Kannst du es nicht so hast du ein gutes Gewissen weil du es versucht hast Ja dann muss ich wohl mit gehen sagte Rick und einer der Reiter nahm ihn hinten auf sein Pferd und so trabten sie los zum Schlosse hin Annemie und die Kinder sahen ihm noch lange nach und grüßten und nickten und winkten mit den Tüchern als die Reiter nach langem Wege ins Königsschloss zurückkam und nichts weiter als den ärmlich gekleideten bäurischen Rigg mitbrachten und ihn gerade wegs an das Bett des Königs führten da war ein großer Zorn unter den Hofleuten und und berühmten Ärzte die noch immer am Bett standen und die Köpfe schüttelten wurden rot vor Ärger denn der König hatte ihnen gesagt er habe nach einem aller berühmtesten Magister der Heilkunde ausgeschickt Als Rigg über den Hof von Marmor über die goldenen Stufen durch die herrlichen Gemächer des Schlosses geführt wurde wo alles so still und ernst und feierlich war musste er an das laute lustige Treiben seiner Buben denken und an die fröhlichen Scherze seiner Anemie an den duftenden Wald voll singender Vögel und er freute sich jetzt schon auf die Stunde da dies alles wiederhaben würde und sein Gesicht strahlte und seine Augen lachten in der Vorfreude darauf als an das goldene Bett des Königs trat kommst du endlich mich gesund zu machen sagte der König und streckte ihm die Hände entgegen aber die Höflinge und Pagen sagten früh als sie den Bauern sahen und drehten ihm den Rücken zu Nun sahen sie aber alle von hinten so komisch aus in ihrem Zorn und Ärger dass Rick laut loslachen musste und da plötzlich lachte der gute alte König auch laut und fröhlich auf da drehten sich die Hofleute schnell herum denn den König hatte keiner noch je so lustig und laut lachen hören der oberste Hof und Leibmedikus legte den gelben Zeigefinger der linken Hand an seine große Nase und den anderen gelben Zeigefinger der rechten Hand an den Puls des Königs und sagte tiefsinnig »Die Krysis ist da« »Ich hatte sie für heute vorausgesagt »Der König ist genösen« Dann machte er eine tiefe Verbeugung vor dem Bett und ging steif und hochmütig hinaus Aber der König fühlte dass das schöne frohe lachendes Rick in sein Herz gefallen war wie der Sonnenschein auf eine welkende Blume und er war ihm sehr dankbar Er befahl dass man ihm ein gutes Mal gebe und ein wohliges warmes Bad in seiner eigenen goldenen Badstube und schöne Kleider und alles was er sonst noch selbst wünschen würde Aber Rick hatte nur den einen Wunsch sobald als möglich wieder bei seiner Annemie und seinen Buben in der lieben Hütte zu sein Doch der König wollte ihn nicht ziehen lassen und freute sich täglich mehr an seiner fröhlichen Art Rick musste stundenlang an seinem Bette sitzen und ihm von seinem Glück in seiner Armut erzählen von seinem Dorf und dem Wald und allerlei Schnurren und Meeren bis sie beide zusammen laut auflachten und mit jedem Lachen wurde der König stärker und gesünder und ihm war als ob ein Teil seiner schönen Jugend wieder zurück kam Als nun Rick viele viele Tage im Schlosse gewesen war wurde er endlich doch ein wenig traurig denn er hatte Heimweh und große Sehnsucht nach den Seinen Der König merkte es und sagte Nein traurig darfst du mir nicht werden sonst werde ich wieder alt und schwach und höre mein Lieber was ich dir sagen will sie diesen Säckel Gold gebe ich dir als Lohn dafür dass du kamst um mich froh und gesund zu machen aber und der König zögerte eine Weile weil er wohl wusste dass er viel von dem armen Rick verlangte aber zehnmal so viel sollst du haben wenn du mir dein goldenes Lachen verkaufst so dass ich meine alten Tage mit Fröhlichkeit zu Grabe trage Oh sagte Rick das da drin das immer lacht und mich so reich und glücklich macht das verkaufen sag nichts noch nicht überlege es dir noch drei Tage und dann sprich sagte voll Angst der König und in diesen drei Tagen ließ der König das allerbeste auf die Tafel bringen dem Rick noch schönere Kleider anziehen und ihm das Reiten leeren auf einem prächtigen goldgezäumten Rosse und Rick konnte sich plötzlich nicht mehr vorstellen wie ihm das schwarze grobe trockene Brot zu Hause so habe schmecken können der liebliche Bratenduft stieg ihm freundlich in die Nase und auf dem Rücken des Pferdes gefiel es ihm nun auch besser als in seinen groben knarrenden Bauernstiefeln und wenn er nun das unmenschlich viele Geld vom König bekam konnte er all die guten Dinge auch seinen lieben zu Hause zuteil werden lassen welche Augen würden die machen seine gute Annemie und Pat und Paul seine beiden immer hungrigen Buben ja ja er er musste es wohl tun all der Reichtum ist ein bisschen Fröhlichkeit der Tausch war doch nicht schlecht und als er dann nach drei Tagen vor den Thron des Königs geführt wurde denn der war nun wirklich gesund geworden sagte er nun denn Herr König ich will euch mein Lachen geben damit ich die meinen ihr lebtag reich und satt machen kann aber vorher lasst mich noch einmal so ganz aus vollem Herzen heraus lachen ich danke dir mein braver Freund sagte der König ja lache laut und dabei lass mich meinen Mund an dein Herz legen dass der Strom deines Frohsinns in meines übergehe da malte sich Rick in Gedanken seine Heimkehr aus und die Freude seiner Frau und die drolligen Purzelbäume seiner Buben und all den Jubel über all das Schöne das er ihn mitbringen wollte und da lachte er vor Freude so laut und herzlich dass alle Hofleute mitlachen mussten und ganz vergaßen Pfui zu sagen als der König nun wirklich seinen Mund auf das lachende fröhliche Herz des Bauern legte das alte Gesicht des Königs wurde danach so hell und strahlend dass sie ihn alle verwundert ansahen aber der Rick sah plötzlich so finster und alt aus dass man ihn kaum noch erkannte dem König tat sein Anblick weh er winkte den Dienern dass sie ihn hinausgeleiteten ließ ihm einen Wagen mit zwei flinken Rossen geben und das versprochene Gold Rick ging langsam aus dem Schlosse ihm war als ob sich in ihm und um ihn alles her verändert hätte die Sonne kam ihm nicht mehr so hell vor ihn froh und er fühlte sich fremd in seiner eigenen Haut aber nun wollte er schnell nach Hause daheim bei den Seinen würde es ihm schon wieder wohl werden er schwang sich auf den Wagen nahm die Zügel in die Hand und raste davon hinter sich hörte er noch aus dem offenen Fenster das laute fröhliche Lachen des Königs was hat ihr denn nur zu lachen sagte Rick grimmig und hieb finster auf die Pferde los dass sie keuchend und schäumend über die Landstraße flogen Endlich hielt er mit dem Wagen vor der Tür seiner Hütte Annemie und die Buben stürzten erstaunt heraus denn ein Wagen vor ihrer Tür das hatten sie noch nie erlebt Als nun gar Rick von dem schönen Wagen stieg schrien sie vor Wunderung und Freude laut auf denn trotz dem er verändert aussah hatten sie ihn gleich erkannt weil sie ihn so lieb hatten bald lief auch das ganze Dorf zusammen um die Wundergeschichte vom reich gewordenen Rick zu hören aber sie waren sehr erstaunt als Rick sie mit bösem Gesicht und Barscher Rede von seiner Tür wies und als er nun endlich ganz allein mit den seinen war wollte er ihnen so gern zeigen wie froh er war sie wieder zu haben aber da er nicht mehr lachen konnte und so ernst und traurig aussah verstanden sie ihn nicht mehr und sahen ihn scheu und ängstlich an bist du krank lieber fragte Annemie zärtlich was fehlt dir Vater fragten die Kinder und versuchten wie früher zutraulich an ihn heranzukommen aber er schob sie ärgerlich beiseite denn er schämte sich nun plötzlich dass er sein schönes lachen verkauft hatte und nun nie mehr fröhlich mit ihnen sein würde seht was ich euch mitbringe sagte er und zeigte ihnen das viele gold damit kaufen wir uns ein großes haus in der stadt und schöne kleider und braten und wein gibt es nun jeden tag so viel ihr wollt juch braten und wein schrien die knaben ganz toll vor freude Annemie aber war traurig in die stadt sagte sie da passen wir doch nicht hin und in ein großes haus auch nicht würden schon lernen sagte rick aber sie lernten es nicht das große haus mit den vielen zimmern in der engen straße der großen stadt gefiel ihnen lange nicht so gut wie ihre kleine hütte wo gleich vor der tür der große grüne wald war Annemie konnte sich nicht daran gewöhnen auf dem sofa zu sitzen und andere leute draußen in der küche für sich arbeiten zu lassen den Buben behagte es gar nicht sich in der Schule von den Stadtkindern auslachen zu lassen weil sie doch nur Bauernbuben in schönen Kleidern waren und die Sprache und Gewohnheiten der Städter nicht lernen konnten dem Rick selbst aber konnte es niemand mehr recht machen da selbst nicht mehr lachen konnte ärgerte es ihn wenn die anderen lachten und um ihnen sein Geheimnis nicht zu verraten musste er immer über etwas zanken und böse sein um schelten und brummen zu können er war meist aus dem Hause mit fremden Leuten die nicht wussten dass er einmal der immer lachende Rick gewesen die hielten sich an ihn weil sie sein Geld mit ihm vertun konnten und so wurde der reiche Rick bald faul und kränklich und niemand mehr freute sich an ihm so ging es einige Jahre Annemie greimte sich und ging still und betrübt im großen Hause umher die Kinder fürchteten sich vor dem Vater sie liefen ihm nicht mehr entgegen wenn er heimkehrt und versteckten sich vor ihm das alles ärgerte den Rick da es doch nicht ändern konnte zuletzt wurde er ganz wild und böse darüber und eines Tages als er zu viel Wein getrunken hatte Annemies verweinte Augen und die Angst der Kinder sah wurde er so zornig dass er nicht mehr aus noch ein wusste mit sich selbst und da schlug er in seinem Zorn die Kinder zum ersten Mal solange er sie hatte Annemies schrie laut auf und die Kinder flüchteten in ihre Arme und alle drei weinten bitterlich da schämte sich Rick und lief zum Hause hinaus er hatte draußen in den Straßen lange umher und grübelte und dachte was er nun machen können um wieder sein früheres glückliches Leben zu haben das so weit von ihm weg lag und nur noch wie ein herrlicher Traum in seiner Erinnerung war dass es seine schöne gesunde fröhlichkeit war und sein lustiges lachen das ihn damals so glücklich und zufrieden gemacht hatte wusste er gar nicht mit mir er er nicht mehr so gut war wie ehedem und dass er ohne es zu wollen sich jetzt über alles ärgerte und keinen Frieden finden konnte in seinem Heim nach langem grübeln kam ihm endlich der gute Gedanke ich muss einmal die Zimmern und fand sie nicht plötzlich hörte er sie in der Küche plaudern da ging er sachte zur Tür und lauschte er sah Annemie in ihrem alten Bauernanzug am Herdfeuer stehen und einen Brei kochen den die Buben früher so gern gegessen hatten sie sah fröhlich aus trotzdem ihre Augen noch rot vom Bein waren ich mag ihn aber wirklich nicht mehr leiden sagte Paul eben ich auch nicht Mutter rief Pat er hat uns geschlagen still still Kinder nicht so reden sagte Annemie der Vater ist krank seht ihr denn nicht er kann ja gar nicht mehr lachen ja das ist wahr sagte Paul seit er damals mit dem Wagen voll Gold nach Hause kam hat er nicht mehr gelacht hört Kinder wir müssen unseren guten Vater wieder lachen hören denn dann ist er wieder ganz unserer wie früher hört zu wenn er nun wieder heim kommt fürchtet ihr euch nicht mehr vor seinem bösen Gesicht sondern stellt euch beide tapfer vor ihn und singt ihm das dröllige Lied von dem Dackel mit den vier krummen Beinen worüber er früher immer so herzlich lachte wenn er es mit euch sang der lauschende Rick erschrak denn nun wusste er plötzlich wieder was ihm fehlte und so gern er jetzt gleich zu ihnen hineingegangen wäre konnte er es nicht tun denn wenn sie ihm nun das Lied sangen und er nun wieder da stand ohne mit ihnen zu lachen wären sie ganz unglücklich gewesen und er schämte sich noch immer ihnen zu gestehen dass er sein liebes lachen für das dumme gold verkauft hatte dass sie noch keine stunde so froh gemacht hatte als sie früher in ihrer armut gewesen waren zum teufel sagte er ich will mein lachen wiederhaben und mag alles andere darüber zum kuckuck gehen gleich will ich zum könig er muss es mir wiedergeben und er ging zu seinem stall und setzte sich auf sein schnellstes pferd und ritt und ritt den weiten weg zum schlosse des königs dort erkannte ihn niemand und als er nach dem könig fragte sagte man ihm der liege im sterben da wurde ihm eiskalt verschrecken wenn der könig stürbe und nehme sein lachen mit in das Grab das wäre fürchterlich er stieß die diener beiseite und stürmte die hohe treppe hinauf ließ sich von niemand halten und ging gerade wegs in das gemacht des königs und trat voll angst und herzklopfen über die schwelle nicht nicht da tot vor ihm gelegen hätte würde er es gleich einmal versucht haben wie es tat wieder einmal so recht von herzen los zu lachen aber er nahm sich zusammen und ging aus der kammer und ihm war als trüge er diesmal einen größeren Schatz hinaus als damals der mit Gold geladen war da aber in der Aufregung die rechte Tür verfehlte gelangte er in den Saal wo alle Hofschranzen und Räte versammelt waren und auf das Ableben des Königs warteten der junge König saß schon ganz ungeduldig auf dem goldenen Stuhle seines Vaters Der König ist tot sagte Rick Da fuhren sie alle von ihren Sitzen auf und seufzten laut und der alte Leibart des Königs legte den gelben Zeigefinger seiner linken an seine große Nase und mit dem gelben Zeigefinger der rechten zeigte er auf die goldene Uhr an der Wand Fünf Uhr sagte er ich hatte es vorausgesagt um Fünf Uhr würde es sein Da erinnerte sich Rick plötzlich der Szene am Krankenbette des Königs vor vielen Jahren und wie sie ihm alle den Rücken gekehrt und voll gerufen hatten und da konnte er nicht mehr an sich halten und lachte lautlos und fühlte dabei wie er wieder ganz der alte frohe gute Rick wurde Pui sagten die Hofleute und kehrten ihm den Rücken zu und verbeugten sich vor ihrem neuen Jungkönig Der hielt ein Glas vor die Augen denn er konnte nicht gut sehen und sagte mit dünner Stimme Ich das Lachen kommt mir bekannt vor Sollte das wohl jener Bauer sein der meinem hochseligen Vater einst sein Lachen verkaufte Er hat es sich wohl am Sterbebette wieder geholt Nun unseren hochseligen Herrn hat es sehr glücklich gemacht und ich säße gewiss schon lange auf dem Throne wenn sein Leben durch dieses Lachen nicht so lange erhalten worden wäre aber es ist schön sehr lange zu leben besonders wenn man selbst König ist hey guter Mann höre einmal aber Rick hatte Todesangst dass man ihm sein schwer entbehrtes Lachen wieder abspenstig machen wollte und lief so durch die Reihen der erstaunten Hofleute rannte die Treppe hinab und über den Schlossplatz zum Tor hinaus wo er sein Pferd an einen Baum gebunden hatte aber das Russ war verschwunden Rick Rick lachte Rigg rief 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 die ganze nacht und früh am andern morgen stand er in der Straße wo all die Jahre her sein großes Haus gestanden hatte aber er sah kein Haus mehr und Rick wusste im ersten Augenblick nicht, ob er träume oder wache. Dann aber lachte er fröhlich und sagte, so ist's gemeint, entweder Lachen und Armut oder Trübsinn und Gold, na, dann tausendmal lieber so wie jetzt. Und plötzlich wusste er ganz sicher, dass er die Anemie und die Kinder in seiner alten, lieben Heimat finden würde. Und unermüdlich machte er sich gleich wieder auf die Beine und gegen Abend, als die Glocken der Dorfkirche eben den Sonntag einläuteten, zog er wieder ein in sein liebes Dorf, wo er so lange glücklich gewesen war, weil er andere glücklich gemacht hatte. Und es wurde ihm warm und weich ums Herz, und er schlich sich leise zum Fenster seiner Hütte und schaute hinein. Da sah er, wie die Anemie am Bette der Buben saß und hörte, wie sie mit ihm betete. Du lieber Gott, schicke uns doch unseren lieben Vater bald wieder und mache, dass er wieder so fröhlich lachen kann wie früher, wo wir alle so glücklich waren. Da konnte Rick sich vor Jubel und Freude nicht länger halten und lachte laut und fröhlich in die Stube hinein. Und die drei da drinnen schrien laut auf, »Da ist der Vater! Unser Vater! So kann kein anderer lachen wie er!« Und von da an lebten sie wieder so froh und einträglich beisammen wie vorher. Dollpatsch Es war einmal ein Fischer, der hatte drei Söhne. Der erste konnte so gut rudern wie keiner im Dorf und war ein Meister im Aufstellen der Netze. Der zweite verstand sich auf das Angeln und das Pfeifen. Er konnte so schön pfeifen, dass die Fischer aus reinem Vergnügen an seine Angel bissen. Der dritte? Ja, der, der konnte gar nichts. Aber er war sehr stark und sagte allen Menschen die Wahrheit. Da nun die Leute niemals gern hören, wenn jemand zu ihnen sagt, »Du hast eine rote Nase« oder »Du bist ein Klatschmaul« oder »Du hast das Pulver nicht erfunden«, ja, so mochten sie nicht leiden. Und weil er immer so geradezu war, nannten sie ihn Dollpatsch. Eines Tages half Dollpatsch dem Vater und den Brüdern Fischen. Er hatte sich sehr in Acht genommen, das Netz beim Auslegen nicht zu zerreißen, denn es kam ihm so fein wie Tülfow in seinen Fingern. Doch es glückte ihm, und sie brachten das Netz endlich ans Land. Nun sollte es aus dem Wasser gezogen werden. »Ich werde behutsam sein«, sagte Dollpatsch und zog nach seiner Meinung ganz sanft. Allein, es war schon geradezu viel und die Brüder, die am anderen Ende zogen, wurden durch den heftigen Ruck ins Wasser gerissen, dass sie das Netz fahren ließen und alle Fische davon schwammen. Der Vater schallt und Dollpatsch sagte, »Ja, lieber Vater, es geht nicht. Ich bin nicht zart genug für dies Geschäft.« Es war aber etwas Schweres im Netz hängen geblieben, und der eine der Brüder brachte es mühsam herbeigeschleppt. Es war ein gewaltiges Schwert, ganz blank und ohne Rost, obgleich es im Wasser gelegen hatte. Als Dollpatsch es erblickte, funkelten seine Augen. Er nahm es dem Bruder aus der Hand und schwang es durch die Luft, dass es in der Sonne wie ein Blitzstrahl aufflammte. »Hurra«, rief Dollpatsch, »nun habe ich ein Schwert, nun ziehe ich hinaus in die Welt und erobere mir ein Königreich.« »Dummer Junge«, sagte der Alte, »als wenn die Königreiche so auf der Straße herumlägen.« Aber fort wollte Dollpatsch nun einmal. Am anderen Morgen schnürte er sein Bündel, gürtete sich sein Schwert um, nahm Abschied von seinen Eltern und Geschwistern und zog fort in die Welt. Da sah er recht, wie groß sie war. Er zog bergauf, bergab und immer, wenn er auf einem neuen Hügel angelangt war, lag es wieder weit und unermesslich vor ihm. Am Wege saßen die Finken in den Bäumen und sangen, »Hurra, es geht in die weite, weite Welt!« Dann flog eine Goldammer vor ihm her von Baum zu Baum und zwirnte ihren einförmigen Gesang. »Wenn du zwei Flügel hättest, könntest du mitfliegen!« Die Raben aber, grob wie sie sind, saßen in den knorrigen Ästen und riefen dumpf, »Dollpatsch!« »Dollpatsch!« Der aber lachte nur über sie und ließ sie sitzen. Eines Tages, da schon durch viele Länder gereist war, kam er in einen großen, wilden Wald. »Wenn's doch ein Abenteuer gäbe,« dachte »Dollpatsch!« »Es wird schon langweilig!« »Ich möchte es!« »Gäme ein Drache oder ein paar Löwen oder sonst ein Ungeheuer, das man umbringen kann!« Aber er wanderte den ganzen Tag und nichts ließ sich sehen, nicht einmal ein Bär oder ein wildes Schwein. Gegen Abend, als es schon ganz dunkel war, sah er zwischen den Felsen einen Feuerschein. Er ging darauf zu und gelangte an eine Höhle, in der ein großes Feuer brannte. Um das Feuer saßen vier Räuber und auf dem Boden lag ein alter Mann, der an Händen und Füßen gebunden war. »Es ist gut, dass wir den alten nun endlich einmal haben,« sagte einer der Räuber. »Morgen muss er mit uns und uns aus seiner Felsenburg seine Schätze zeigen. Und wenn er nicht will, so machen wir ein Feuer und braten ihn ein bisschen, da wird er schon willig werden.« Die anderen Räuber lachten. Allein Dolpatsch fuhr auf einmal dazwischen und rief, »Gleich gebt ihr den alten frei oder ich mache euch alle nieder.« Die Räuber sprangen auf und griffen nach ihren Schwertern. Allein Dolpatsch fuhr unter sie wie ein Blitz. Und in einem Augenblick waren sie alle vier erschlagen. »Nun komm, Alterchen,« sagte er und schnitt mit seinem Schwert die Bande durch. »Die vier Hampelmänner tun dir nichts mehr.« Der Alte dankte ihm und lud ihn ein, mit auf seine Burg zu kommen. Sie fanden in der Höhle eine Laterne. Der Alte ging leuchtend voraus und Dolpatsch hinterher. Es ging einen steilen Pfad hinauf und endlich kam sie an eine Felswand, die in der Dunkelheit ganz schwarz emporragte. Der Alte nahm seinen Stock und schlug dreimal gegen den Stein. Da ging ein leises Donnern durch den Berg und eine Öffnung tat sich auf, aus der ein matter Lichtschein hervorkam. Sie ging hinein und der Berg schloss sich wieder mit demselben Donner. In dem langen Gange, den sie nun durchschritten, brannte kein Licht und doch war es hell, denn von den Wänden strömte ein sanfter Schein aus. Dann gelangten sie in einen mächtigen, runden Kuppelsaal, unter dessen Decke eine leuchtende Kugel hing. Sonst befand sich weiter nichts darin, als ein Baum mit runder Krone, der genau in der Mitte unter der leuchtenden Kugel stand und von einem goldenen, zierlich geschnörkelten Geländer umgeben war. Als die Schritte der Ankommenden auf dem polierten Marmorfußboden des Saales vernehmlich wurden, ging ein Regen und Bewegen durch die Krone des Baumes. Und nacheinander taten die Hunderte von Apfel-großen Knospen, die ihn bedeckten, ihre Blätter voneinander, und aus jeder schaute ein kleiner Menschenkopf hervor, der auf den geöffneten Kelchblättern wie auf einer Halskrause aufsahs. Da waren schwarze Chinesen- und Indianerköpfe, kurz von allen Sorten Menschen, die es auf der Erde gibt. Und alle schauten sie verwundert auf Dolpatsch. Alle die Hunderte von kleinen Gesichtern waren auf ihn gerichtet. Dann steckten sie die Köpfe untereinander zusammen und wisperten und kicherten. Doch plötzlich sahen sie alle Dolpatsch wieder an, und durch den ganzen Baum ging im Chor ein feines, höhnisches Gelächter. Auf dieses Geräusch hin ward es oben an der Decke hinter einem die ganze wandumlaufenden golden Gitter lebendig. Grüne, blaue und rote, höchst seltsame Vögel schauten daraus hervor, und als sie Dolpatsch zu sehen bekamen, schlugen sie mit den Flügeln und kreischten und riefen mit feinen und groben Stimmen Dolpatsch, 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 so, dass es einen erbärmlichen Spektakel gab. Der Alte aber warf plötzlich sein ärmliches Gewand ab und stand nun da in einem weißen Seidentalar mit goldenen Sternen überseht, darüber sein Silberner Bart mächtig herabwallte. Er streckte seinen Stab aus, an dessen Spitz ein leuchtender Stein flammende Funken warf, und plötzlich ward alles still. Die Vögel zogen sich in ihre Käfige zurück, und die Blattkelche taten sich einer nach dem anderen zu, bis der Baum wieder grün und schweigsam dastand. Danach führte der Alte den Dolpatsch durch eine der vielen Türen des Saales in ein kleines Gemach, in dem ein mächtiges Himmelbett und ein mit Wein und Speisen besetzter Tisch stand. Hier ließ er ihn allein, und nachdem sich Dolpatsch an den köstlichen Speisen gesättigt und dem edlen Weine tüchtig zugesprochen hatte, legte er sich in das Himmelbett, dessen weiche Kissen wie Wellen über ihm zusammenschlugen, und er versank in einen tiefen Schlaf. Als er am späten Morgen erwachte, schien durch die Vorhänge seines Himmelbettes die Sonne und durchleuchtete die seltsamen Bilder und Figuren, die darin eingewebt waren. Dolpatsch streckte und dehnte sich behaglich, denn so gut war es ihm noch nie ergangen. Auf das Geräusch, das er dabei machte, regte sich etwas oben auf der Krone des Himmelbettes, und ein großer, blauer Papagei kam emsig mit Schnabel und Füßen an der Gardine herabgeklettert, setzte sich auf das Fußende des Bettes, verneigte sich dreimal gravitätisch und sagte, »Wünsche untertänigst einen guten Morgen. Ich habe die Ehre, Ihnen mitzuteilen, dass sich mein Herr und Meister, der große Magier Furibundus, in Ihrem astronomischen Kabinett befinden und bereit sind, den Herrn Dolpatsch zu empfangen.« Dies alles aber schnarrte er so seltsam hervor, als habe er ein Uhrwerk im Leibe. Dolpatsch sprang aus dem Bette und fand auf dem Stuhle nicht mehr seine alten Kleider, sondern köstliche, prinzliche Gewänder. Und als er diese angezogen und die blaue, silbergestickte Kappe mit der weißen Reierfeder auf das wallende Goldhaar gedrückt hatte, ja, da kannte er sich selbst nicht mehr, als er sich im Spiegel sah. Danach gürtete er sein Schwert um, das in einer neuen, goldenen Scheide steckte, und folgte dem Papagei, der vor ihm herflog, sich aber alle Augenblicke wendete und vor lauter Devotion in der Luft einen Purzelbaum machte. Als er in den großen Kuppelsaal kam, waren all die kleinen Köpfe auf dem Baum schon wach, und wie auf Kommando wendeten sich ihm alle Augen entgegen. Aber als sie die mächtige Gestalt mit der breiten Brust und dem wallenden Goldhaar so herrlich gekleidet sahen, ja, da lachten sie nicht wieder. Sondern durch den ganzen Baum ging es einstimmig wie ein Murmeln der Bewunderung, und die kleinen Gesichtchen wendeten sich ihm nach, solange sie ihn sehen konnten. Der alte Magier saß in seinem astronomischen Zimmer zwischen seltsam glänzenden Instrumenten und vor ihm auf einem Tisch von blankpoliertem schwarzen Stein lag eine goldene Tafel, die mit farbig leuchtenden Linien in sonderlich verwirrter Weise bedeckt war. Als Dolpatsch eintrat, nickte er ihm zu, bat ihn, sich ebenfalls an den Tisch zu setzen und sagte, »Ich sah es gestern Abend gleich, dass du im Besitze des Schwertes Virindur bist. Und da dieses Schwert nur Menschen zuerteilt wird, die zu großen Dingen bestimmt sind, so habe ich in der Nacht die Sterne befragt über deine ferneren Schicksale. Auf dieser goldenen Tafel siehst du verzeichnet, was ich erforschte. Aber dunkel und verworren blieb mir noch manches. Ich konnte wohl entziffern, dass es ein Erlösungswerk sei, zu dem du bestimmt bist allein. Eine große Gefahr ist damit verknüpft, deren Natur zu erkennen über meine Kräfte geht. Die Königstochter, die dein zur Befreiung von bösem Zauber wartet, heißt Morgane. Doch Land und Ort konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Was mir noch übrig bleibt, zu dieser Erkenntnis zu gelangen, das will ich tun. Zuerst will ich den Sonnenschein befragen. Die Zeit ist günstig. Der Magier setzte einen goldenen, glänzenden Stuhl auf den Tisch und zog den Fenstervorhang zurück, sodass ein breiter Strom von Sonnenlicht eindrang und der Stuhl ganz in funkelndem Feuer stand. So dann griff er mit den Händen in den flimmernden Schein und formte und bildete darin sonderbare Worte dazu murmelnd und dabei näherte er sich immer mehr dem Stuhle, dessen funkelnder Glanz stärker wurde und sich verdichtete, bis er allmählich Form und Gestalt annahm. Und endlich saß dort ein feuerglänzendes, bewegliches Persönchen mit lachenden Augen und lodernden Haaren. Das war der Sonnenschein in eigener Person. Der Magier schwang sein Stab um ihn, sodass der flammende Edelstein einen feurigen Kreis beschrieb und er rief, »Geb Antwort mir, wo weilt Morgane, die Königstochter?« Der Sonnenschein flammte ein wenig stärker auf und sprach mit klingender Stimme, »Ich kenne alle Königstöchter, die mein Strahl bescheint, soweit die Länder der Erde reichen. Ich sah sie am Springquell wandeln, wo die Nachtigallen schlagen. Ich sah sie auf weißem Zelter mit dem Falken auf der Hand ausreiten, zur Reiharbeize. Ich kenne auch die Tochter des Kaisers von China mit den geschlitzten Augen und den verstümmelten Füßen. Und die Tochter der Schwarzen Könige in Afrika brennt mein Strahl noch schwärzer, als sie schon sind. Die Prinzessin Morgane aber kenne ich nicht. »Ich danke dir«, sagte der Magier, »es ist genug.« Da ging ein Flimmern und Zittern durch den glänzenden Feuerkörper, er verblasste und verschwamm, und dann war nur noch der funkelnde Widerschein des Sonnenlichtes auf dem Stuhle zu sehen. »Heut Abend müssen wir den Mondschein befragen«, sagte nun der Magier. »Wenn der nichts weiß, stehe ich am Ende meiner Kunst.« Als der Abend gekommen war, setzte der Magier einen silbernen Stuhl auf den Tisch und ließ den Mondschein ein. Er streichelte und formte ihn und bildete ein silbernes Nebelmännchen aus ihm, das mit seinem runden, schimmernden Gesichtchen ruhig da saß. Dann schlug er wieder seinen Zauberkreis und sprach, »Geb mir Antwort, wo weilt Morgane die Königstochter?« Der Mondschein sprach mit sanfter Stimme, »Manche Königstochter habe ich gesehen auf meiner nächtlichen Fahrt um die Welt, und manche hatten meinen Strahl geküsst, wenn sie zur Nacht schlummernd in seidenen Kissen lag. Die Prinzessin Morgane aber sah ich nicht.« »Ich danke dir,« sprach der Magier, »es ist genug.« Da verblasste und verschwamm die helle Gestalt, und es war nur noch der Widerschein des Mondes, der auf dem silbernen Stuhle lag. Der Magier entzündete nun die große kupferne Lampe, die über dem Tische hing, und sprach, »Nun weiß ich keinen Ausweg mehr, den Ort zu erfahren, wo sich die Königstochter Morgane befindet.« Dann legte er sich zurück in seinen Stuhl und starrte nachdenklich in die Flamme der Lampe. Doch diese, als der Name Morgane ausgesprochen wurde, hüpfte auf und knisterte deutlich. Dann verdichtete sie sich, nahm Form und Gestalt an und saß wie ein kleines, glänzendes Männlein auf ihrem Docht wie auf einem Stühlchen da. »Warum willst du nicht das Lampenlicht befragen?« sprach es mit feinem Stimmchen. »Nun, was weißt du zu sagen?« fragte der Magier. Das Lampenlicht schimmerte hell auf und sprach, »Ich habe sie gesehen. Du weißt, wir Flammen sterben nicht, und so irgendwo eine erlischt, glimmt sie gleich anderswo wieder auf. Ich saß mit einem Kreise von Genossen in einer großen Lampe, die leuchtete wie die Sonne, und da habe ich die Prinzessin gesehen. Sie wandelte in einem Garten, der herrlicher ist als irgendeiner, den Sonne und Mond je beschienen haben. Sie können ihn auch nicht bescheinen, denn der Garten liegt in einer mächtigen Halle ohne Fenster, und seine Blumen sind aus Gold und Silber und Edelgestein. »Wo liegt diese Halle?« fragte der Magier. Das Lampenlicht sprach, »Morgani ist die Tochter des Königs von Barocco, und die Halle liegt im Königlichen Schloss, der Hauptstadt des Landes.« »Ich danke dir«, sagte der Magier, »es ist genug.« Da dehnte und reckte sich das kleine Männchen und floss zu einer milden Flamme wieder auseinander. »Jetzt wissen wir genug«, sagte der Magier, »nun brauche ich nur noch mein Buch nachzuschlagen.« Er nahm einen riesigen Folianten von der Wand, blätterte darin und las dann, »Barocco, Königreich am Ende der Welt, links um die Ecke. Zwanzig Millionen Einwohner, Hauptstadt, Zopfheim, dreihunderttausend Einwohner, am Schnakelfluss gelegen. Regierender König, Bombastus der Sechzehnte. So, nun können wir ruhig zu Bette gehen«, sagte er dann, und so geschah es. Am anderen Morgen verabschiedete sich der Magier von Dolpatsch, und als sie bei dem Baume vorbeikamen, nickten alle die kleinen Köpfchen und wünschten glückliche Reise. Als sie vor das Felsentor traten, stand dort ein milchweißer Schimmel, schön gesattelt und gezäumt, und stampfte mit den Hufen. Den schenkte ihm der Magier zum Abschied. Dolpatsch sprang in den Sattel, schwang zum Gruß sein Schwert um das Haupt, dass es einen Flammenschein um sich warf, und sprengte davon in die weite Welt. Er ritt durch viele Länder und Königreiche, verrichtete mit seinem Schwert Verrindur wunderbare Taten und tötete die Drachen und Einhörner, wohin er kam, so dass sein Ruhm groß ward. Zuletzt kam in das Königreich Barocko und ritt geradewegs auf die Hauptstadt zu. Mit der Verzauberung der Prinzessin Morgana aber war es also zugegangen. In dem Lande Barocko lebte eine mächtige, aber böse Fee, die, da sie die einzige im Lande aus dem alten Geschlecht der Feen war, großen Stolz und Hochmut besaß. Deshalb war sie in mächtigen Zorn geraten, als sie zur Taufe der kleinen Prinzessin keine Einladung erhalten hatte, und am Nachmittag erschien sie so plötzlich an der Wiege und verkündete, der Prinzessin würde großes Leid widerfahren, sobald sie ein Strahl der Sonne oder des Mondes vor Vollendung des 16. Jahres treffen sollte. Sie würde davon in Siegtum verfallen und elend sterben. Darauf gerieten der König und die Königin in große Angst, und sie ließen die kleine Morgana also ängstlich behüten, dass sie ihr 16. Jahr glücklich erreichte, ohne auch nur einmal den Strahlen dieser beiden Himmelslichter ausgesetzt gewesen zu sein. Aber die Fee musste auch wohl in dieser Zeit den Sinn der Prinzessin verwirrt haben, denn es stellte sich heraus, dass diese einen Hass und Abscheu gegen die wirkliche Welt in sich aufgenommen hatte und nicht zu bewegen war, von der jetzt erlangten Freiheit Gebrauch zu machen. Die Eltern schickten eine Gesandtschaft mit köstlichen Geschenken an die Fee und ließen sie um Rat und Hilfe bitten. Allein die Gesandten kamen mit den Geschenken und dem Bescheide zurück, das Mittel, die Prinzessin zu erlösen, sei das Einfachste der Welt. Allein der junge Ritter, der sie befreien wolle, müsse es selbst finden, sonst sei es ohne Wirkung. Die Prinzessin war bei alledem guten Mutes. In der riesengroßen Haupthalle des Schlosses waren alle Fenster vermauert worden und Morgane, der die Eltern alles zu Willen taten, hatte dort einen prächtigen Garten anlegen lassen, der aber ganz und gar künstlich war. Die gelben Blumen waren aus Gold, die weißen aus Silber, Fischschuppen oder Palmutter, die roten aus Rubinblättchen und die blauen aus Saphir. Die grünen Blätter waren aus kostbarem Leder oder steifem Seidenstoff gepresst und die Stämme der Bäume vergoldet oder schön lackiert. Es waren künstliche Felsen dort und gläserne Bächlein mit goldenen Brückchen darüber und kleine Tempelchen mit Blöckchen daran und Einsiedelein mit künstlichen Eremiten und in den Zweigen sangen farbige, blitzende Vögel, ja, die waren auch künstlich und hatten ein Uhrwerk im Leibe. An den Wänden der Halle rankten nachgemachte Weinstöcke hoch empor, an denen mächtige blaue und grüne Trauben hingen und pflückte man eine Beere ab, so war es ein kleines Glasfläschchen, gefüllt mit köstlichem Syrakusa. Ja, alles war dort so sauber, appetitlich lackiert und ausdividiert. Alle Steige waren mit Goldsand bestreut und fortwährend liefen zehn königliche Abstäuber mit Pfauenfederbüschen umher und hielten die Reinlichkeit aufrecht. Für die Blumen waren wieder zehn andere angestellt, die den Titel Düftler führten und deren Obliegenheit es war, jede Blume mit ihrem zugehörigen Duft zu versehen. Sie standen unter dem königlichen Oberhofdüftler und rochen auf hundert Schritten nach Rosen, Pfeilchen und Narzissen. Allmählich kam es wie eine Krankheit über den ganzen Hof und der Abscheu vor allem Natürlichen war es immer größer, so dass es Hofdamen und Hofherren gab, die von dem Geruch einer wirklichen Rose in Ohnmacht fielen. Sie ahmten alles nach, was sie von Morgane sahen, und bald sah es wunderlich genug an dem Hofe des Königs Bombastus aus. Die Männer schnitten sich ihre natürlichen Haare ab und setzten sich riesige Perücken auf, und die Damen türmten einen gepuderten Lockenbau wie einen Bienenkorb groß auf ihr Haupt. Dazu trugen sie Reifröcke, die aussahen wie Glocken mit zwei Klöppeln und gingen auf Hackenschuhen wie auf Stelzen einher. So wandelten sie in dem Garten der Prinzessin Morgane beim Scheine einer künstlichen Sonne, die unter der Decke hing und von einem eigenen Hofastronom dirigiert wurde. Und sie rochen an den nachgemachten Blumen und lauschten auf die künstlichen Vögel, und sie saßen in den bimmelnden Tempelchen und tranken Schokolade mit Eierschnee. Als das Gerücht von der Verzauberung der Prinzessin Morgane in die Welt drang, fanden sich allmählich viele Prinzen und irrende Ritter ein, die die Erlösung der Prinzessin zu bewirken trachteten. Denn der König hatte dem, der dies vermöchte, die Hand seiner Tochter und sein halbes Königreich versprochen. Sie alle wurden aber, sobald sie nach Zopfheim kamen, von der Luft des Hofes angesteckt, schnitten sich die Haare ab, setzten Ellen lange Perücken auf und machten der Prinzessin Komplimente so zierlich und künstlich, dass man sie gleich hätte unter Glas setzen mögen. Aber kaum hatten sie drei von diesen ausspintisierten, feingeschnitzten Redensarten fertig, so fühlten sie eine Steifigkeit in ihren Kinnladen und eine Erstarrung in ihren Gliedern. Und plötzlich saßen sie da als lebensgroße Porzellanpagoden und nur noch mit dem Kopfe konnten sie noch erklecklich wackeln. In der großen Hauptallee des Künstlichen Gartens waren zu beiden Seiten zwei lange Reihen solcher verzauberten Prinzen und Ritter aufgestellt. Und jedes Mal, wenn Morgane dort entlang ging, stieß sie mit ihrem Fächer die Köpfe an, so dass sie alle hinter ihr herwackelten, ja, 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 ja. Als nun Dolpatsch durch die Straßen der Stadt Zopfheim ritt, da rannten die Leute an die Fenster oder blieben auf der Straße stehen und sperrten vor Verwunderung Mund und Augen auf. Denn solchen Helden hatten sie noch nicht gesehen. Er aber ritt geradewegs in das königliche Schloss und begehrte den König zu sprechen. Als er diesem sein Anliegen vorgetragen hatte, führte ihn ein Diener in ein prächtiges Zimmer und kaum war er dort, so traten unter vielen Bücklingen zwei geschniegelte Männlein ein, die ihm ihre Dienste anboten. Der eine war der Oberhof Friseur und der andere der Oberhof Garderobier. Als aber Dolpatsch merkte, was sie wollten, dass der eine ihm sein mächtiges Goldhaar abschneiden und ihm eine Puderperücke aufsetzen wollte und der andere ihm ein Galafrack, Kniehosen, Seidenstrümpfe und Schnallenschuhe nebst einem niedlichen Galanteriedegen anziehen wollte, da rief er mit so fürchterlicher Stimme hinaus, dass die beiden vor Schreck anfangs ganz starr waren, dann in ihrer Angst gar nicht schnell genug aus der Tür kommen konnten und schließlich übereinander hinweg die Treppe hinabpurzelten. Nach einer Weile erschien zitternd und blass der Oberhofmeister mit zwanzig Kammerdienern und forderte Dolpatsch auf, zur Prinzessin zu kommen. Zugleich fragte er mit behebender Stimme, ob der Herr Ritter nicht die große Güte haben wolle, wenigstens die Sporen abzulegen. Ja, die Prinzessin sei so nervös und man könne nicht wissen, muss sie abgewöhnt werden, sagte Dolpatsch, vorwärts. Der Oberhofmeister ging einen großen goldenen Stab in der Hand mit schlotternden Knien voran und die zwanzig zitternden Kammerdiener folgten. Als sie über den Hof kam, hörte Dolpatsch ein erbärmliches Geheul. Er trat hinzu und sah einen Mann, der gefesselt auf dem Gesicht lag und von den Henkersknechten die Bastonade erhielt, was eine sehr unangenehme Art von Prügeln mit einem Bambus auf die bloßen Fußsohlen ist. Dolpatsch sprach, haltet ein, warum schlagt ihr den Mann? Er ist einer der Düftler im Garten der Prinzessin, sagte der Oberhofmeister. Er hat ein schweres dienstliches Vergehen begangen und heute Morgen Pfefferminzduft in die Rosen gegossen, wodurch sich die erste Hofdame der Prinzessin eine Verrenkung der Riechnerven zugezogen hat. Bindet ihn los, sagte Dolpatsch und ging kopfschüttelnd weiter. Bald kam sie in die geschlossene Vorhalle des Gartens. Die großen Flügeltüren wurden von den zwanzig Kammerdienern aufgerissen, der Oberhofmeister trat vor und rief Herr Ritter Dolpatsch von Verindur, denn das einfache bürgerliche Dolpatsch brachte er so allein nicht über die Zunge. In großem Halbkreis saß der Hof versammelt, in der Mitte die Prinzessin, dahinter auf erhöhten Sitzen die königlichen Eltern und ringsum blitzte und flammte der künstliche Garten in seiner ganzen Pracht. Als Dolpatsch in die Tür trat, ging ein Fächern und Rauschen der Entrüstung durch den ganzen Kreis der Hofdamen und wie aus einem Munde flüsterten flüsterten sie entsetzlich, er trägt seine eigenen Haare. Dolpatsch aber schritt unbekümmert sporenklirrend durch den Garten vor, verbeugte sich vor der Prinzessin und setzte sich ohne weiteres auf einen Stuhl, der für ihn bereitstand. Da aber den ganzen Morgen durch die Wälder geritten war, so brachte er einen frischen Waldgeruch mit, der von ihm ausging und die erbleichende Hofgesellschaft veranlasste, die Riechfläschchen an die Nasen zu führen. Die Prinzessin bewahrte mit Mühe ihre Würde diese entsetzlichen Erscheinung gegenüber und schickte sich an, die drei Fragen zu tun, die er bei allen anderen vorgehenden Rittern gute Dienste geleistet hatten. Wo liegt der schönste Garten der Welt? fragte sie. Darauf hatten nun die anderen etwa so geantwortet, wir befinden uns in demselben verehrungswürdigste Prinzessin, wenn es eurem Knecht gestattet ist, aller Devote ist, seine untertänigste Meinung auszusprechen, so erachtet er diesen Garten sozusagen für ein Juwel, desgleichen in keinem Lande der Welt, selbst in dem Wunderlande India nicht gefunden werden dürfte. Dolpatsch aber sah verächtlich in die Runde und sprach, komm hinaus mit mir in den Wald, Prinzessin, wo die mächtigen Bäume gen Himmel ragen und die Rehe friedlich unter ihren Zweigen äsen, wo die Waldbäche rauschend von den Bergen gesprungen kommen und auf den stillen Wiesen die wilden Blumen blühen. Dort ist der schönste Garten der Welt, diesen hier vermag ich nur für Leder und buntes Glas zu erachten. Die Prinzessin erbleichte. Die Hofdamen sagten »Fied Dank« und die Kavaliere murmelten verächtlich zwischen den Zähnen »Ple Deer«, aber nicht zu laut, denn sie hatten einen heillosen Respekt vor Dolpatsch. Draußen aber rollte es mit dumpfem Donner als ob ein Gewitter aufzöge. Die Prinzessin tat die zweite Frage. »Wo leuchtet die herrlichste Sonne?« Die anderen Ritter hatten dann mit verzückten Augen zu der künstlichen Sonne aufgesehen und hatten ihren milden Schein gepriesen und behauptet, sie finde ihres gleichen nicht. Dolpatsch aber sprach, »Es gibt nur eine Sonne. In dem Dinge dort vermag ich nur eine große Tranfunzel zu erkennen.« Die Prinzessin wurde blass wie der Tod. Dreizehn Hofdamen und fünf Kavaliere fielen in Ohnmacht, während einige sofort an ihrem Degen griffen und ihn ein wenig in der Scheide lüfteten. Sie steckten ihn aber sehr schnell wieder ein. Draußen rollte ein gewaltiger Donner über die Halle hin, das in ihrem Grundfesten bebte. Als sich die ganze Gesellschaft einigermaßen wieder erholt hatte, tat die Prinzessin die dritte Frage. Sie erhob sich und trat einen Schritt vor. Wer ist die schönste Prinzessin der Welt? Ringsum ward es totenstill und der Hofstaat hielt den Atem an. Selbst die glänzenden Vögel sangen nicht mehr, denn sie waren alle abgelaufen. Dolpatsch antwortete, ich kam wohl weit durch die Welt allein, hab ich nicht alle Prinzessinnen gesehen und kann es nicht entscheiden. Was dich betrifft, so siehst du aus wie eine Vogelscheuche. Hier fiel der ganze Hofstaat mit einem Ruck in Ohnmacht und die Prinzessin sank entsetzt in ihren Stuhl zurück. Dolpatsch aber fuhr ruhig fort. Du hast fremde tote Haare auf dem Kopf in Gestalt eines Bienenkorbes. Diese Haare sind grau wie die eines alten Weibes. Dein Gesicht ist angemalt und mit schwarzen Pflästerchen beklebt. Dein Leib ist eingeschnürt gleich dem einer Wespe. Einen unförmlichen Hühnerkorb hast du unterwärts hängen und deine Füße sind gekrümmt und unförmlich. Du bist die hässlichste Prinzessin, die ich je gesehen habe. Auf einmal geschah ein furchtbarer Donnerschlag, dass die Grundfesten der Erde bebten und die Wände der Halle zusammenstürzten. Das Dach aber war durch eine gewaltige Windbraut eilig davongetragen. Zugleich kam ein mächtiger Platzregen hernieder, der den ganzen künstlichen Garten hinweg wusch und fortspülte. Allmählich war der Regen milde und die Sonne malte einen schönen Regenbogen an den Himmel. Über den Boden des künstlichen Gartens aber lief ein grünlicher Schimmer, der sich mehr und mehr verstärkte. Dazwischen leuchtete es blau, golden und rosig. Gras und Blumensprossen empor und in den Gründen schimmerte es blau von Pfeilchen. Quellen begannen zu rauschen und blühende Büsche neigten sich über sie hin, in denen die Nachtigallen schmetternd jauchzten. Dann vertropfte langsam der Regen und im Nu hatte die strahlende Sonne alles getrocknet. Wo aber waren die Prinzessin und der ganze Hofstaat geblieben? Ja, die waren gründlich abgewaschen worden. Sie hatten keine Hühnerkabe und keine Bienenkabe mehr und die schöne Bemalung war auch dahin. Die Hofdamen trugen weiche schmiegsame Gewänder und die Haare golden, rötlich und braun wallten frei und schön herab. Die herrlichste aber war Morgane und man sah nun erst, dass sie die allerschönste Prinzessin der Welt war. Das merkte auch Dollpotsch. Er schloss sie in seine Arme und gab ihr einen Kuss und verlobte sich mit ihr auf der Stelle. In diesem Augenblick kam eine Schar wohlgekleideter Ritter und Prinzen herbei und es waren eben die, die in Pagoden verwandelt gewesen waren. Sie kamen gerade zum Gratulieren recht. Hätte einer von ihnen gewusst, dass die Prinzessin nur erlöst werden konnte, wenn er jemand dreimal hintereinander die Wahrheit sagte, da hätte er selbst die Braut heimgeführt. Nun, wie es weiter ward, das wisst ihr schon, es gab eine prächtige Hochzeit und als der alte König starb, da wurde Dollpatsch sein Nachfolger. Da sein Vater schon gestorben war, so ließ er seine Brüder zu sich kommen und schenkte jedem mein Landgut, so dass sie nur noch zu ihrem Vergnügen Lachs und Forellen und andere vornehme Fische zu fangen brauchten. Er bekam mit seiner Frau Morgane viele Kinder. Die Söhne waren so stark wie ihr Vater und die Töchter so holzselig wie ihre Mutter. Und weit und breit verkündete man den Ruhm des mächtigen Königs Dollpatsch des Ersten. Das waren die schönsten Märchen zum Einschlafen und Träumen aus 2021. Wenn dir das Hörbuch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hoch klickst und du es mit jemandem teilst. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut. Wahnsinn. Wahnsinn. Vielen Dank.